Gustav Schwab. Sagen des klassischen Altertums. Odysseus. Gelesen von Hans Zischler. Eine Produktion von Eichborn Lido. Telemach und die Freier. Die Heimkehr der Griechen von Troja war vollbracht, und so viele der Helden den Schlachten während des Krieges oder dem Sturm auf der Heimfahrt entronnen waren, befanden sich jetzt zu Hause glücklich oder unglücklich. Nur Odysseus, der Sohn des Laertes, Ithakas Fürst, war noch auf der Irrfahrt und von einem seltsamen Schicksale betroffen. Nach mancherlei Abenteuern saß er in der Ferne auf einer rauen, mit Wäldern bedeckten, einsamen Insel mit Namen Ogigia, wo ihn eine hohe Nymphe, die Göttin Kalypso, die Tochter des Atlas, in ihrer Grotte gefangen hielt, weil sie ihn zum Gemahl begehrte. Er aber blieb der zurückgelassenen Gattin, der edlen Penelope treu. Und endlich jammerte sein auch die Götter im Olymp. Nur Poseidon, der Gott des Meeres, der alte Feind der Griechen, zirnte auch diesem Helden unversöhnlich. Und wenn er ihn nicht zu vertilgen wagte, so legte er seiner Heimfahrt doch allenthalben Hindernis in den Weg und trieb ihn in der Irre umher. Und so war er es auch, der ihn an jene unwirtliche Insel geworfen hatte. Nun aber wurde doch im Rate der Himmlischen beschlossen, dass Odysseus aus den Banden der Inselfürstin Kalypso befreit werden sollte. Auf die Fürbitte Athenes wurde Hermes, der Götterbote, nach dem Ogygischen Eilande geschickt, um der schönen Nymphe den unwiderruflichen Ratschuss des Zeus zu verkündigen, dass dem Dulder die Wiederkehr in seine Heimat bestimmt sei. Athene selbst band sich die ambrosischen goldenen Sohlen unter die Füße, womit sie über Wasser und Land dahin schwebt, nahm ihre mächtige Lanze mit der gediegenen scharfen Spitze von Erz, mit welcher sie so manche Helden in der Schlacht bezwungen hatte, zur Hand, schwang sich stürmend von dem felsigen Gipfel des Olympos herab, und bald stand sie auf der Insel Ithaka, die an der Westküste Griechenlands liegt, am Palaste des fernen Odysseus, vor der Schwelle des Hofes, da, wo der Weg zum Hohentore des Königshauses führte. Ihre Göttergestalt war verwandelt, und die Lanze in der Hand glich sie dem tapfern Mentes, dem Könige der Tafia. Im Hause des Odysseus sah es traurig aus. Die schöne Penelope, die Tochter des Ikarios, blieb mit ihrem jungen Sohne Telemach nicht lange Meister in dem verlassenen Palaste. Als Odysseus, nachdem längst Nachricht von Trojas Fall und von der Rückkehr der anderen Helden gekommen war, allein nicht heimkehrte, verbreitete sich allmählich mit immer größerer Sicherheit die Sage von seinem Tode. Und es fanden sich aus der Insel Ithaka selbst, auf welcher noch andere mächtige und reiche Leute außer dem Fürsten Odysseus wohnten, nicht weniger als zwölf, und von der benachbarten Insel Same 24, von Sarkünd 20, ja von Dulichion 22 Freier, mit einem Herold, einem Sänger, zweien geübten Köchen und großem Sklaven, Gefolge bei Penelope ein, die unter dem Vorwand, um die Hand der jungen Witwe zu werben, alle im Hause und vom Gute des abwesenden Fürsten zehrten und den frechesten Übermut trieben. Und dieses Unwesen hatte nun schon über drei Jahre gewährt. Als Athene in der Gestalt des Mentes ankam, fand sie die üppigen Freier eben an der Pforte des Hauses beim Brettspiel. Sie saßen auf den Häuten von Rindern, die sie selbst im Odysseus aus den Ställen genommen und geschlachtet hatten. Herolde und aufwartende Diener eilten hin und her, die einen mischten in gewaltigen, krügenden Wein unter das Wasser, andere säuberten die umhergestellten Tische mit Schwämmen und zerlegten das reichlich aufgetragene Fleisch. Der Sohn des Hauses, Telemach selbst, saß mit einem Herzen voll Betrübnis unter den Freiern und gedachte an seinen herrlichen Vater, ob er nicht endlich käme, die Scharen der Frechen zu zerstreuen und sich wieder in den Besitz seiner Habe zu setzen. Wie er die Göttin in der Gestalt des fremden Königs erblickte, eilte er ihr an der Pforte entgegen, faßte die Rechte des vermeintlichen Gastfreundes und hieß ihn willkommen. Als sie beide in den gewölbten Saal des Palastes eingetreten waren und Athene ihre Lanze in den Speerkasten, der sich an der Hauptsäule befand, zu den Lanzen des Odysseus gelehnt hatte, führte Telemach seinen Gast zu Tische an einem Thronsessel mit schön gewirkten Polster, hieß ihn sitzen und schob ihm einen Schemel unter die Füße. Er selbst stellte seinen Sessel neben den Seinen, eine Dienerin brachte in goldener Kanne Waschwasser für die Hände des Fremdlings, die ehrbare Schaffnerin trug Brot und Fleisch herbei, ein Diener zerlegte die Speisen und um die goldenen gefüllten Becher wandelte, weineinschenkend, der Herold. Bald darauf traten auch einer um den anderen die Freier ein und setzten sich alle auf stattliche Lehnsessel. Die Herolde besprengten ihn die Hände, die Mägde reichten ihm Brot in Körben, die Diener füllten ihn den Becher bis zum Rand und sie machten sich, als kämen sie nicht eben vom Schmause über das leckere Mahl her. Dann gelüstete sie nach Reigentanz und Gesang. Der Herold reichte dem Sänger Femios die zierliche Harfe und dieser, von den trotzigen Freiern gezwungen, schlug die Seiten an und begann den herzerfreuenden Gesang. Während nun diese dem Lieder horchten, neigte Telemach sein Haupt nahe an das seines Gastes und flüsterte der verwandelten Göttin ins Ohr, wirst du mir, lieber Gastfreund, was ich dir sage, nicht verargen? Siehst du, wie diese Menschen hier fremdes Gut ohne Ersatz verprassen? Das Gut meines Vaters, dessen Gebein vielleicht am Meeresstrand im Regen modert oder auf den Wellen umhergetrieben wird? Er kommt wohl nicht wieder heim, sie zu strafen. Aber du sage mir, edler Fremdling, wer bist du? Wo hausest du? Wo deine Eltern? Bist du vielleicht schon vom Vater her unser Gastfreund? Ich bin, erwiderte Athene Mentes, der Sohn des Anchialos, und beherrsche die Insel Tafos. Frage deinen Großvater Laertes, den Greis, der, wie man sagt, ferne von der Stadt in Kummer auf dem Lande sich abhärmt. Er wird dir sagen, dass unsere Häuser seit der Altväterzeiten in Gastfreundschaft miteinander leben. Ich kam, weil ich glaubte, dein Vater sei wieder daheim. Dem ist nun freilich nicht so. Aber doch lebt er gewiß noch. Er ist wohl irgendwo an eine wilde Insel verschlagen und wird mit Zwang dort festgehalten. Ja, mir sagt es mein weissagender Sinn, er weilt nicht lange mehr, er macht sich bald los und kehret heim. Du bist doch deines Vaters leiblicher Sohn, lieber Telemach, wie du ihm am Haupte zumal an den freundlichen Augen gleichest, denn wisse, ich habe deinen Vater gekannt, ehe er gen Droja fuhr. Seitdem sah ich ihn nicht mehr. Doch sage mir, was ist denn das für ein Gewühl in deinem Hause? Feierst du denn ein Gastmahl oder ein Hochzeitsfest? Telemach antwortete mit einem Seufzer, Ach, lieber Gastfreund, ehemals mochte wohl unser Haus angesehen und begütert heißen, jetzt ist es anders. Alle diese Männer aus der Nachbarschaft, die du hier siehst, umwerben meine Mutter und verzehren unser Gut. Sie selbst kann eine verabscheute Wiedervermählung nicht abschlagen und nicht vollziehen. Indessen verwüßen diese Schlemmer mein Haus und in kurzen werden sie mich selbst umbringen. Mit zornigem Schmerz antwortete die Göttin, Wehe, wie sehr bedarfst du des Vaters, Jüngling. Wohl empfehle ich dir zu bedenken, wie du diesen lästigen Schwarm aus dem Palaste fortdrängest. Lass mich dir einen Rat geben. Morgen erhebe dich unter ihnen und heiße sie, einen jeglichen in das Seinige sich zerstreuen. Deiner Mutter aber sage, wenn ihr eigenes Herz nach einer Vermählung begehrt, so soll sie in den Palast ihres königlichen Vaters heimkehren. Dort mag die Hochzeit angeordnet, mag die Brautgabe bereitet werden. Du selbst aber rüste das beste Schiff, das du hast, mit zwanzig Ruderern aus und begib dich auf den Weg, den lange abwesenden Vater zu suchen. Zuerst geh nach Pylos im Lande Elis. Frage dort den ehrwürdigen Greis Nestor. Erfährst du da nichts, so wende dich nach Sparta zum Helden Menelaus, denn dieser ist der letzte von den Griechen, der heimgekehrt ist. Hörst du vielleicht dort, dass dein Vater lebe, dass er wiederkehre nun, dann ertrag es noch ein Jahr. Vernimmst du aber, dass er gestorben sei, als dann kehre heim, opfre toten Opfer und erricht ihm ein Denkmal. Findest du die Freie noch immer in deinem Hause, so Sinne darauf, wie du sie durch List oder öffentlich tötest? Bist du doch nicht mehr unmündig und im Knabenalter längst entwachsen? Mach, dass auch dich eins spätere Geschlechter loben. Telemach dankte dem Gastfreunde für seinen guten Rat und seine väterliche Gesinnung und da dieser sich zum Aufbruch anschickte, wollte er ihm ein Gastgeschenk mit auf den Weg geben. Der verstellte Mentes versprach aber, wiederzukommen und auf dem Rückweg es abzuholen. Dann enteilte die Göttin und verschwand, denn wie ein Vogel durchflog sie den Kamin. Telemach staunte über dem Verschwinden des Fremden tief in der Seele. Er ahnte, dass es ein Gott gewesen und sann in sich gekehrt seinem Rate nach. Im Saale dauerte in dessen Saitenspiel und Gesang fort. Der Sänger meldete die traurige Heimfahrt der Griechen von Troja und alle Freie horchten. Droben im Söller saß inzwischen die einsame Penelope und der Hall des Liedes drang zu ihr empor. Da stieg auch sie mit zwei Dienerinnen die Stufen ihrer hohen Wohnung herab und tra zu den Freien in den Saal ein, doch in einen dichten Schleier gehüllt. Eine der Mägde stand ihr zur Seite und weinend begann sie zu Femios, dem Sänger gewendet, »Du weißt ja sonst viele herzerquickende Lieder, guter Sänger. Erfreue sie damit. Aber diesen Jammergesang, der mir beständig das Herz im Busen quält, den lass ruhen. Gedenke ich doch auch ohne das, beständig des Mannes, dessen Ruhm durch ganz Griechenland reicht und der noch immer nicht heimgekehrt ist.« Aber Telemach redete freundlich zu der Mutter, »Tadle doch den lieblichen Sänger nicht, dass er uns mit dem erfreut, was ihm gerade das Herz entzündet. Nicht den Sängern. Zeus müssen wir Schuld geben, der ihnen die Lieder eingibt und sie begeistert, wie er will. Lass ihn deswegen immerhin das Leid der Danaer besingen. Odysseus ist es ja nicht allein, der den Tag der Wiederkehr verlor. Wie viel andere Griechen sind untergegangen. Du selbst, liebe Mutter, kehr ins Frauengemacht zurück, besorge dort deine Geschäfte, die Spindel und den Webstuhl und leite das Tagwerk deiner Frauen. Das Wort gebührt den Männern und vor allem mir, der ich die Herrschaft im Hause zu führen habe.« Penelope verwunderte sich über die verständige und bestimmte Rede des Knaben, den sie früher nie so hatte sprechen hören und der auf einmal zum Jüngling gereift schien. Sie kehrte nach dem Söller zurück und beweinte dort ihren Gemahl in der Einsamkeit. Den Freiern aber, die zu toben und beim Becher Mutwil zu treiben anfingen, trat Telemach auch entgegen und rief in die Versammlung hinein, »Freut euch immerhin bei Male, ihr Freier, aber lärmet mir nicht so, denn das ist eine Lust, dem Sänger in Stille zuzuhorchen. Morgen wollen wir Ratsversammlung halten. Da will ich euch frank und frei den Vorschlag machen, nach Hause zu gehen. Denn es ist Zeit, dass ihr euch an eurer eigenen Haar bewärmet und nicht des fremden Mannes Erbgut vollends aufzehret.« Die Freier bissen sich auf die Lippen, als sie solche Reden hörten, und konnten über die entschlossenen Worte des Jünglings nicht genug staunen. Aber von seinem Vorschlag zum Vater Penelopes Ikarios zu wandern, wollten sie nichts hören und zankten sich trotzig mit ihm herum. Endlich brachen sie auf und auch Telemach ging zur Ruhe. Am anderen Morgen sprang er zeitig vom Lager, kleidete sich an und hängte das Schwert um die Schultern. Dann trat er aus der Kammer hervor und gebot den Herolden, die Versammlung der Bürger zu berufen und lud auch die Freier zu derselben ein. Als das Volk sich gedrängt eingefunden hatte, erschien der Fürstensohn die Lanze in der Hand. Pallas Athene hatte seine Gestalt Hoheit und Anmut verliehen, sodass alles Volk den Kommenden anstaunte. Selbst die Greise machten ihm ehrerbietig Platz und er setzte sich auf den Stuhl seines Vaters Odysseus. Da erhub sich zuerst der Held Aigyptios von Alter gebückt und reich an Erfahrung und sprach, seit Odysseus fort ist, sind wir nicht versammelt gewesen. Wem ist denn auf einmal eingefallen, uns zusammen zu berufen? Ist es ein älterer Mann oder ein jüngerer? Und welches Bedürfnis treibt ihn? Hört er etwa Kunde von einem heranziehenden Kriegsheere? Oder hat er einen Antrag, zum Besten des Landes zu machen? Nun, gewiß ist es ein Biedermann, der also gehandelt hat. Zeus, segne ihn, was er auch im Herzen vorhaben mag. Telemacher freute sich des glücklichen Vorzeichens, das in diesen Worten lag, erhub sich von seinem Stuhle und sprach, edler Greis, der Mann, der euch berufen hat, ist nicht ferne. Ich bin's, denn der Kummer und die Sorge bedrängen mich. Erst habe ich meinen trefflichen Vater, euren Beherrscher, verloren, und jetzt stürzt mein Haus ins Verderben und alle meine Habe geht den Trümmer. Mit unerwünschter Bewerbung sieht sich meine Mutter Penelope von Freiern umdrängt. Diese sträuben sich meinem Vorschlage, sich zu fügen, um beim Vater der Mutter Ikarius um die Tochter zu werben. Nein, von Tag zu Tage wenden sie sich an unser Hausopfern, Rinder zum Male, halten bei uns an Schafen und Ziegen Schmaus und trinken mir den funkelnden Wein ohne Scheu aus dem Keller. Was vermag ich gegen so viele? Erkenne doch selbst, ihr Freier, euer Unrecht. Habt auch Scheu vor Andern, vor der Nachbarschaft. Bebet endlich vor der Rache der Götter. Wann hat euch mein Vater beleidigt? Wann habe ich selbst euch Schaden zugefügt, dessen Ersatz ihr von mir zu nehmen berechtigt wäret? Ihr aber ladet mir unverdienten Schmerz auf die Seele. So sprach Telemar, vergoß Tränen dazu und warf zornig sein Zepter auf die Erde. Die Freier saßen schweigend umher, und keiner außer Antinos, der Sohn des Eupaites, wagte es, ihm ein heftiges Wort auf seine Rede zu erwidern. Dieser hob sich und rief laut, »Trotziger Jüngling, welche Schmähung erlaubst du dir gegen uns? Nicht die Freier haben alles das verschuldet, sondern deine eigene Mutter die Ränke volle. Drei Jahre und bald das Vierte sind dahin und immer noch spottet sie des Wunsches der Achaia. Allen verheißet sie Gunst, bald diesen, bald jenem Manne sendet sie Botschaft zu, aber im Herzen denkt sie ganz anders. Wohl durchschauen wir ihre List. In ihrer Kammer hat sie ein großes Gewebe angefangen, und zur Versammlung der Freier hat sie gesprochen, »Ihr Jünglinge wartet mit der Entscheidung und der Hochzeit nur so lange, bis ich das Leichengewand für meines Gemahles alten Vater Laertes fertiggewirkt habe, dass, wenn er dereinst stirbt, keine Griechin mich tadeln kann, wenn der angesehene Mann als Leiche nicht festlich eingekleidet darläge. Mit diesem frommen Vorwande gewann sie unsere Herzen. Nun sah sie auch wirklich den Tag über da und wirkte an ihrem großen Gewebe, in der Nacht aber beim Kerzenlichte, da trennte sie heimlich alles wieder auf, was sie am Tage gewoben hatte. So entging sie uns an Aufforderungen drei Jahre lang und täuschte edle Griechensöhne. Eine der Dienerinnen, welche sie nachts belauscht hatte, hat uns dieses hinterbracht. Und so überraschten wir sie selbst, während sie damit beschäftigt war, ihr Gewebe zu zertrennen. Darauf nötigten wir sie, das Werk zu vollenden. So geben wir dir denn zur Antwort, Telemach, dass dir allerdings vergönnt sein soll, die Mutter hinweg und zu ihrem Vater zu senden, aber du sollst ihr auch gebieten, sich demjenigen zu vermählen, den ihr Vater auserlesen wird oder den sie sich selbst erwählt. Wenn sie aber die edlen Griechen noch länger verhöhnt und mit ihrem Truggewebe täuschen will, so zehren wir auch noch länger von deinem Gute und nicht eher weichen wir von deinem Herde und begeben uns an den Unsrigen, als bis deine Mutter einen Gatten gewählt hat. Darauf antwortete Telemach, Antinos, mit Zwang kann ich meine Mutter nicht aus dem Hause verstoßen, sie, die mich geboren und erzogen hat, mag nun mein Vater noch leben oder tot sein. Weder Ikarios, ihr Vater, noch die Götter könnten ein solches Verfahren billigen. Nein, wenn ihr selbst noch Gefühl für Recht und Unrecht habt, so verlasset mein Haus und besorget euch eure Gastmale anderswo oder verzehrt wenigstens eure eigene Habe und lasst die Bewirtung im Kreise herumgehen. Wenn es euch aber behaglicher düngt, das Erbe eines einzelnen Mannes ohne Wiedererstattung zu verschlingen, nun so tut es. Ich aber werde die Ewigen laut anflehen, dass mir Zeus zur wohlverdienten Bezahlung an euch verhelfe. Während Telemach so sprach, schickte ihm Zeus ein Himmelszeichen. Zwei Adler des Gebirges schwebten mit ausgebreiteten Schwingen herab aus den Lüften und umeinander her. Als sie der Versammlung über den Häuptern waren, schauten sie drohend herab und fingen an, sich selbst mit den Klauen Hals und Kopf zu zerkratzen, dann erhoben sie sich wieder und stürmten rechts hin über Ithakas Stadt. Dies deutete der anwesende Greise-Vogelschauer Haliterses auf großes Verderben, das den Freiern drohe. Denn noch am Leben sei Odysseus und nahe schon, und der Tod sei all jenen Männern bereitet. Aber der Freier Eurymachos, des Polybos-Sohn, spottete des Zeichens und sagte, geh du nach Hause und verkündige deinen eigenen Kindern ihr Geschick alberner Greis. Uns wirst du nicht betören. Viel Vögel fliegen unter den Strahlen der Sonne herum, aber nicht alle bedeuten etwas. Gewisser ist nichts, als dass Odysseus in der Ferne starb. Übrigens beharrten die Freier auf ihrem Ansinnen, dass die Mutter Telemachs selbst das Haus verlassen, zu ihrem Vater Ikarios ziehen und dort wählen solle. Da drang Telemach nicht weiter in sie, sondern er begehrte vom Volke nur ein schnell segelndes Schiff und zwanzig Ruderer, um zu Pylos und zu Sparta nach dem verschollenen Vater zu fragen. Lebe der, so wollte auch Telemach noch ein Jahr zusehen. Sei er tot, so möge ein anderer die Mutter nehmen. Jetzt erhob sich Mentor, der Freund und Altersgenosse des Odysseus, dem der Held in den Kampf vor Troja ziehend die Sorge des Hauses anvertraut hatte, dass er unter der Oberaufsicht seines Vaters Laertes alles in Ordnung erhielte. Dieser ereiferte sich zornig gegen die Freier und rief, kein Wunder, wenn ein Zepter tragender König Recht und Billigkeit vergäße, stets zürnte und grausam frevelte. Verdienen es die Menschen doch nicht anders. Wer in diesem Kreise gedenkt jetzt noch des freundlichen, väterlichen Herrschers Odysseus prassen doch diese Freier ungestraft von seinem Gute. Und nicht ihnen verdenke ich es, die da im Wahne handeln, als kehre Odysseus nicht wieder. Aber dem anderen Volk verarge ich's, das stumm da sitzt und zuschauen mag und auch nicht mit einem Wörtchen es versucht, die frevelnden Freier im Zaum zu halten, so überlegen es ihnen an Zahl ist. Aber Laiokritos, einer der frechsten Freier, spottete des Schältenden und sprach, »Lass immerhin den Odysseus kommen, du alter Schadenfroh! Wir wollen sehen, ob er mit uns fertig wird, wenn er uns beim Male überrascht. Und glaubet mir nur, Penelope selbst, so sehr sie nach ihm zu schmachten scheint, würde seine Ankunft sich am wenigsten freuen. Möge ihn das böse Verhängnis vertilgen! Nun lasst uns scheiden, ihr Männer! Mögen Mentor und der alte Vogelschauer Halli Terses die Reise des Knaben Telemach beschleunigen! Aber was wollen wir wetten? Er sitzt noch nach Wochen hier unter uns und erspäht sich hier in Ithagar selbst die Botschaft nach seinem Vater. Nimmermehr vollendet er die Reise! Lärmend trennten sich die Freier und die ganze Volksversammlung tat, ohne einen Beschluss gefasst zu haben, das Gleiche. Jeder ging in seine Wohnung, und die Freier lagerten sich wieder im Palaste des Odysseus. Telemach bei Nestor Telemach ging hinab ans Meergestade und die Hände in der Flut waschend rief er zu dem unbekannten Gotte, der tags zuvor in Menschengestalt bei ihm in seiner Wohnung erschienen war. Dann nahelte ihm Pallas Athene, dem Freunde seines Vaters, Mentor an Gestalt und Stimme ähnlich und sprach, Telemach, Telemach, wenn du hinfort nicht zaghaft und besinnungslos sein willst, wenn der Geist deines Vaters des klugen Odysseus nicht ganz von dir gewichen ist, so hoffe ich, dass du deinen Entschluss ausführst. Ich bin der alte Freund deines Vaters, ich will dir für ein schnelles Schiff sorgen und dich selber begleiten. Telemach, der nicht anders glaubte, als das Mentor selbst zu ihm geredet, eilte entschlossen nach Hause. Auf dem Wege begegnete er dem jungen Freier Antinos, der im Lachen die Hand hinbot und sprach, Unbändiger trotziger Jüngling, zürne nicht länger. Lieber geschmaust und getrunken mit uns wie bisher. Lass die Bürger für deine Reise sorgen, und wenn sie dir Schiff und Mannschaft gerüstet haben, dann magst du meinetalb nach Pylos fahren. Aber Telemach erwiderte, Nein, Antinos, es ist mir unmöglich, länger schweigend mit euch ausschweifenden Männern am Male zu sitzen. Ich bin kein Knabe mehr. Ihr habt es hinfort mit einem mutigen Manne zu tun, mag ich nun jen Pylos fahren oder auf unserem Eilande verbleiben. Aber ich will gehen, und nichts soll mir die beschlossene Fahrt vereiteln. So sprechend zog er leicht seine Hand aus der Hand des Freiers und eilte in die Vorratskammer seines Vaters hinab, wo Gold und Erz in Haufen lag, kostbare Gewänder im Kasten ruten, Krüge voll duftigen Öles und Fässern mit balsamischen Weine gefüllt an die Mauer gelehnt umherstanden. Hier fand er die wachsame Schaffnerin Euriglea, schloß hinter sich die Pforte riegelfest und sprach zu ihr, Mütterchen, geschwind schöpf und fülle mir zwölf Henkelkrüge mit Wein und spünde sie wohl mit Deckeln, schütte mir auch zwanzig Maße fein gemahlenen Mehls in Schläuche und rüste alles zusammen auf einen Haufen. Denn vor Nacht noch, wenn die Mutter schon im Schlafgemach ist, komme ich und hole alles ab. Erst nach zwölf Tagen oder, wenn sie mich selbst vermisst, darfst du ihr sagen, dass ich fort bin, den Vater zu suchen. Weinend schwur ihm dieses die gute Schaffnerin zu und tat, wie er befohlen. Indessen hat der Athene selbst Telemachs Gestalt angenommen, Genossen für die Reise geworben und von einem reichen Bürger, Noemon, ein Schiff zur Reise geborgt. Dann betäubte sie den Sinn der Freier, dass ihnen die Bäche aus den Händen fielen und ein tiefer Schlummer, wie Berauschten zu geschehen pflegt, sich ihrer bemächtigte. Endlich nahm sie Mentors Gestalt wieder an, gesellte sich zu Telemach und ermunterte ihnen, die Fahrt nicht länger zu verschieben. Bald standen beide am Meer, fanden dort die Genossen, ließen die Zehrung zu Schiffe bringen und bestiegen das Fahrzeug. Als die Woge schon um den Kiel schlug und der Wind die Segel schwellte, brachten sie den Göttern ein Trankopfer da und fuhren bei günstiger Luft die ganze Nacht pfeilschnell dahin. Mit Sonnenaufgang lag Nestors statt Pylos vor den Augen der Schiffenden. Dort brachte gerade das Volk in neun Rotten geschart dem Meeresgotte neun schwarze Stiere zum Opfer dar, verbrannte sie dem Gott und schmauste von den Überbleibseln. Da landeten die Männer aus Ithaka und Telemach von Athene als Mentor geführt und zu keckem Gruße aufgemuntert, eilte unter die Versammlung des pylischen Volkes. Hier saß Nestor mit seinen Söhnen. Freunde rüsteten das Mahl, Diener steckten das Fleisch an Spieße und brieten es. Als nun die Pylier, Fremdlinge, ans Ufer steigen und herannahen sahen, eilten sie ihn sogleich in dichten Haufen entgegen, boten ihnen die Hände zum Gruß und nötigten den Telemach und seinen Führer zu sitzen. Insbesondere ergriff sie Paisistrados, der Sohn des Nestors, beide bei der Hand, ermunderte sie freundlich, am Gastmahl teilzunehmen und wies ihnen am Ufersande des Meeres auf dickwolligen Fliesen zwischen seinem Vater Nestor und seinem Bruder Trasimedes den Ehrensitz an. Dann legte er ihnen von dem besten Fleische vor, füllte zwei goldene Becher mit Wein, trank ihnen unter Handschlag zu und sprach zu der verstellten Athene, »Bring dem Poseidon das Trankopfer mit Gebet, o Fremdling, und lass auch deinen jüngeren Freund also tun. Bedürfen doch alle Sterblichen der Götter!« Athene nahm den Becher, flehte vom Meeresgotte Segen auf Nestor, seine Söhne und alle Pylier herab und bat um Vollendung dessen, weswegen Telemach zu Meere dahergekommen. Dann schüttete sie von dem Trank zu Boden und hieß ihren jungen Begleiter ein Gleiches tun. Darauf wandte man sich zu Trank und Speise und als Hunger und Durst gestillt waren, begann der Greise Nestor das freundliche Gespräch und forschte nach dem Geschlecht und der Absicht der Fremden. Der Alte holte dann nach Greisen Sitte weit aus, meldete von dem Tode der größten Helden noch unter Ileons Mauern selbst, von dem Hader der beiden Atriden, endlich von seiner eigenen Rückkehr, aber von Odysseus wußte er so wenig als der fragende Telemach selbst. Endlich riet er ihm, nach Sparta zum Fürsten Menelaus zu gehen, der erst neulich von fern entlegenen Menschen, an deren Küste ihn der Sturm geschleudert, zurückgekehrt sei. Da dieser am längsten unter allen Griechenhelden auf der Fahrt gewesen, sei es auch am ehesten glaublich, daß er irgendwo etwas von dem Geschicke des Odysseus vernommen. Athene billigte als Mentor den Vorschlag und siehe da, plötzlich verwandelte sie sich in einen Adler und flog empor zum Himmel. Alle sahen ihr staunend nach. Nestor richtete ein frommes Gebet an die Göttin, gelobte ihr ein jähriges Rind am anderen Morgen zu opfern und führte mit Söhnen und Eidamen seinen Gast zur Nachtruhe nach Pylos in den Königspalast. Kaum schimmerte die Morgenröte in dem Palast, so erhob sich der rüstige Greis Nestor vom Lager, trat vor die Schwelle und setzte sich auf die schönen weißen Marmorquadern nieder, die als Ruhesitze an den Flügeltoren des Palastes angebracht waren und wo schon vor Alters sein Vater Nelois oft gesessen. Um ihn versammelten sich seine sechs Söhne und der letzte, Paisistrados, brachte auch den Gast aus Ithaka mit, der den König Nestor begrüßte, dann aber die Versammlung wieder verließ. Nun wurde die Kuh herbeigeholt, die Nestor als Opfer der Athene gelobt hatte. Der Goldschmiedler Erkes wurde gerufen, der die Hörner des Rinds vergolden musste. Die Mägde im Palast rüsteten ein Festmahl, setzten Stühle, brachten Holz und frisches Wasser herbei. Vom Schiffe heraufkamen Telemachs Freunde. Die Söhne Nestors führten die Kuh an den vergoldeten Hörnern herzu, ein anderer trug Wasserbecken und Opfergerste herbei, der vierte brachte die Axt, das Opfer zu schlachten, ein fünfter hielt die Schale hin, um das Blut des Tieres aufzufangen. Als das Opfertier den Streich mit der Axt erhalten hatte, schlachtete es unter dem Flehen der Gemahlin und der Töchter Nestors, der sechste Sohn Paisistrados. Die besten Stücke wurden der Göttin verbrannt und dunkler Wein darauf geschüttet. Das übrige ward an Spieße gesteckt und gebraten. Telemach war bei dem Opfer nicht zugegen gewesen. Er hatte sich entfernt, um sich von der Reise im warmen Bade zu erholen, und trat jetzt in den schönen Leibrock, gekleidet und in einen prächtigen Mantel gehüllt, unter die Versammelten wieder ein. Nun setzte man sich zum Schmaus und Becher und nach dem fröhlichen Male schirrte man die schönsten Rosse vor den Wagen, der den jungen Gastfreund nach Sparta bringen sollte. Die Schaffnerin legte Brot, Wein und andere Speisen hinein und Telemach bestieg den Wagensitz. Neben ihm setzte sich Paisistrados in den Sessel, fasste die Zügel und schwang treibend die Geißel. Die Rosse flogen dahin. Bald lag die Stadt Pylos hinter ihnen und den ganzen Tag ging es im Fluge fort, ohne dass die Tiere zu ruhen begehrten, und endlich mit dem Abendschatten kamen sie zu der großen, zwischen Bergen gelegenen Stadt Lakedaimon oder Sparta. Telemach zu Sparta Freunde und Nachbarn umgaben den Fürsten Menelaus zu Sparta im Palaste beim fröhlichen Schmause. Ein Sänger rührte die Harfe im dichten Gedränge, zwei Gaukler machten lustige Sprünge im Kreise, der Beherrscher des Landes feierte das doppelte Verlobungsfest zweier Kinder, der lieblichen Hermione, Helenas Tochter, die damals dem mutigen Sohne des Achill Neoptolemos als Braut entgegengesandt werden sollte, und eines Sohnes von einem Nebenweibe Megapentes, den er einer edlen Spartanerin verlobte. Unter diesem Getümmel hielten am Tore der Königsburg Telemach und Peisistrados mit ihren Wagen, und ein Krieger des Menelaus, der sie zuerst erblickte, meldete dem Fürsten die Ankunft der Fremden und fragte an, ob die Rosse abgespannt oder die Fremden wegen der festlichen Feier im Hause einer Herberge zur Bewirtung zugewiesen werden sollten. »Ei«, antwortete Menelaus ärgerlich, »du warst doch sonst nie ein Tor, heute aber redest du wie ein Kind. Wie viele Gastfreundschaft habe ich selbst bei anderen Menschen genossen, und ich sollte um irgendeine Ursache willen Fremdlinge von meinem Herd abweisen?« »Hurt dich die Rosse abgespannt und die Männer zum Gastmal hereingeführt.« Der Krieger verließ eilends mit vielen Dienern den Saal, und die schäumenden Rosse wurden vom Wagenjoch abgelöst und vor reichlichen Haber an die Krippe im Stalle gestellt. Auch der Wagen wurde eingetan. Die Gäste führte man in den herrlichen Palast und wusch ihnen den Staub des Weges durch ein erquickendes Bad vom Leibe. Dann wurden sie dem Könige Menelaus zugeführt und nahmen an seiner Seite beim köstlichen Male Platz. Staunend betrachtete sich Telemach die Pracht des Palastes und der Bewirtung und flüsterte seinem Freunde ins Ohr, »Sieh nur, Paisistrados, das Erz, das rings in dem gewölbten Saale glänzt, das Gold und Silber, das schimmernde Elfenbein, welch unendlicher Schatz! Zeus' Palast auf dem Olymp kann nicht herrlicher sein! Mich erfüllt dieser Anblick mit Staunen!« Telemach hatte nicht so leise gesprochen, daß Menelaus nicht die letzten Worte vernommen hätte. »Lieben Söhne«, sagte er daher lächelnd, »mit Zeus wetteifere kein Sterblicher!« Aber das ist wahr, unter den Menschen wird sich nicht leicht eine mit mir im Reichtum ermessen können. »Aber gern wär' ich mit dem Drittel meines Gutes zufrieden, wenn nur die Männer noch lebten, die vor Troja gefallen sind. Und doch! Keinen von ihnen betraure ich so innig als einen, der mir Schlaf und Speise verleidet, wenn ich sein gedenke. Denn so viel erduldete doch kein anderer Grieche als Odysseus. Und nun weiß ich nicht einmal, ob er lebt oder tot ist. Vielleicht trauern um ihn längst sein alter Vater Laertes und seine züchtige Gemahlin Penelope und sein junger Sohn Telemach, der noch ein Säugling war, als er ihn verließ. So sprach Menelaus, und ohne es zu wollen, machte er dem Telemach das Herz so weichmütig, daß ihm die Tränen von den Wimpern herabrollten und er den Purpormantel mit beiden Händen fest vor die Augen drücken mußte. Dem Könige Spartas blieb dies nicht verborgen, und er erkannte in dem Jüngling alsbald den Sohn des Odysseus. Ihr Götter, rief nun Menelaus aus, so ist wirklich der Sohn des geliebtesten Mannes mein Gast, des Mannes, dem ich selbst so gerne alle Liebe erwiesen hätte, wenn er auf der Heimkehr in meinem Hause einspräche. Als nun der König fortfuhr, so sehnlich von seinem alten Freunde zu reden, da mußten alle weinen. Endlich bedachten sie, daß es fruchtlos und nicht heilsam sei, dem Gram beim Abendschmause nachzuhängen, und wollten, nachdem die Diener ihnen mit Wasser die Hände besprengt, alle zur Nachtruhe aufbrechen. Helena aber, die als Zeus' Tochter in allerlei Wunderkünsten erfahren war, warf noch vorher schnell in den letzten Becher Weins, den sie tranken, ein Mittel, das allen Kummer und die Erinnerung an alle Leiden aus der Seele vertilgte. Wenn ein Mensch von dieser Mischung trank, so benetzte ihm den ganzen Tag über keine Träne die Wangen und wären ihm Vater und Mutter gestorben, wären ihm Sohn oder Bruder vor seinen Augen vom Schwert des Feindes durchbohrt worden. Da wurden sie alle fröhlich und sprachen noch lange in die Nacht hinein. Endlich wurde den Gästen ihr Bett von prächtigen Purpur-Polstern und Teppichen unter der Halle bereitet. Menelaus und Helena aber begaben sich in das Innere des Palastes. Am anderen Morgen fragte der Fürst seine Gastfreunde über die Absicht ihrer Reise weiter aus und vernahm, wie es zu Ithaka im Hause seines Freundes Odysseus stehe. Als er hörte, wie sich die Freier dort gebärdeten, rief er entrüstet aus, Ha, die Elenden, die im Lager des gewaltigen Mannes zu ruhen gedenken. Wie der Löwe zurückkommt, dem eine Hind in ihre Jungen ins Nest gelegt hat, während er im grünen Tale weidet, wird Odysseus kommen und ihn ein Ende voll Entsetzen bereiten. Wisse, was mir in Ägypten der Meereskreis Brothäus geweisagt hat, als er in mancherlei Gestalten verwandelt, endlich von mir gebunden und gezwungen ward, die Schicksale der heimkehrenden Griechen hält mir kundzutun. Den Odysseus, sprach der Gott, sah ich im Geist auf einer einsamen Insel Tränen der Sehnsucht vergießen. Dort hält ihn die Nymphe Kalypso mit Gewalt zurück und ihm gebrichts an Schiffen und Rudern, um in die Heimat zurückzukehren. Nun weißt du alles, lieber Jüngling, was ich dir über deinen Vater zu berichten vermag. Bleib nur noch ein Eilf oder zwölf Tage bei uns, dann will ich dich mit köstlichen Geschenken entlassen. Aber Telemach dankte und ließ sich nicht zurückhalten. Nun schenkte Menelaus einen silbernen Mischkrug mit goldenem Rande von unvergleichlich schöner Arbeit, ein Werk des kunstreichen Gottes Hephes selbst und ein köstliches Frühmahl von Ziegen und Schafen wurde dem Abschied nehmenden Gastfreunde bereitet. Verschwörung der Freier Während dies in Pylos und in Sparta vorging, freuten sich auf der Insel Ithaka die Freier von Tag zu Tag im Palaste des Odysseus wie zuvor und ergötzten sich mit Diskuswerfen, Speerschleudern und anderen Spielen. Einst, als nur Antinos und Eurymachos, die vornehmsten und schmucksten unter ihnen, seitwärts vom Spiele saßen, trat zu diesen Noemon, der Sohn des Phronios, und sprach zu ihnen, »Können wir etwa vermuten, ihr Freier, wann Telemach von Pylos zurückkehrt? Das Schiff, auf dem er fährt, habe ich ihm geliehen, und jetzt brauche ich es selbst, um damit nach Elis zu segeln, wo ich mir aus meinem Stutengarten gern ein Ross holte, um es zu zähmen und zuzurichten.« Die beiden anderen staunten. Sie hatten gar nichts von der Abfahrt des Jünglings gewußt, sondern gemeint, er habe sich auf seine Besitzungen im Lande, auf seine Ziegenweiden und zu seinen Schweineherden begeben. Sie glaubten, er habe Noemons Schiff mit Gewalt genommen und fuhren zornig auf. Dieser aber besänftigte sie und sprach, »Ich selbst habe es ihm willig gegeben. Wer hätte auch einem bekümmerten Mannes versagen können? Das wäre gar zu hart gewesen.« Zudem folgten ihm die edelsten Jünglinge und als Führer trat Mentor mit ihm ins Schiff. Oder war es vielleicht ein Gott, der dessen Gestalt angenommen? Denn ich meine, den Helden noch am gestrigen Tage hier gesehen zu haben. So sprach Noemon, verließ sie frei und ging zurück in seines Vaters Haus. Diese aber wurden bestürzt und unmutig bei der unerwarteten Nachricht. Sie standen von ihren Sitzen auf und traten mitten unter die anderen, die eben vom Kampfspieleruhend im Kreise gelagert saßen. Zürnend vor Ärger stellte sich Antinus unter sie und sprach mit funkelnden Augen, »Dieser Telemach hat ein großes Werk unternommen. Trotzig ist er auf die Fahrt gegangen, an die wir nimmermehr glauben wollten. Möge ihn Zeus vertilgen, ehe er uns Schaden zufügt. Drum, wenn ihr mir einen Schnellsegler und zwanzig Ruderer schaffen wollt, ihr Freunde, so laure ich ihm auf der Meerstraße, die Ithaka von Samet rennt auf und seine Entdeckungsreise soll mit Schrecken endigen.« Alle riefen dem Sprecher Beifall zu und versprachen ihm, alles zu verschaffen, was er bedürfte. Dann brachen die Freier auf und zogen sich von Spiel und Rat in den Palast zurück. Aber ihre Beratschlagung war nicht unbelauscht geblieben. Medon, der Herold, der im Herzen den schändlichen Freiern längst abholt war, obgleich er in ihren Diensten stand, hatte außerhalb des Hofes, doch nahe genug gestanden und hatte jedes Wörtchen gehört, das Antino aus sprach. Er eilte nach den Gemächern Penelopes und erzählte seiner Herrin alles, was er vernommen. Herz und Knie erbebten der Fürstin, als sie die böse Kunde gehört, und lange blieb sie sprachlos. Der Atem stockte ihr, und ihre Augen waren mit Tränen gefüllt. Späterst begann sie, Herold, warum reiset aber auch mein Sohn? Ist ihm nicht genug, dass sein Vater untergegangen ist? Soll der Name unseres Hauses ganz von der Erde vertilgt werden? Und da Medon ihr keinen Aufschub zu geben vermochte, sang sie weinend an der Schwelle ihres Gemaches nieder, und ringsum schluchzten die Mägde mit ihr. Warum ist er auch auf die Fahrt gegangen, ohne es mir zu sagen? Gewiß hätte ich ihn auf bessere Gedanken gebracht. Rufe mir doch eine den alten Knecht des Hauses, Dolios, dass er gehe und dem greißen Laertes dies alles melde, vielleicht, dass der alte Mann einen Rat in seinem erfahrenen Herzen findet. Da tat Eurycleia, die alte Schaffnerin, ihren Mund auf und sprach, »Und wenn du mich tötest, Herrin, ich will dir's nicht verhehlen. Ich selbst habe um alles gewußt. Ich reichte ihm, was er begehrte. Aber ich mußte ihm einen Eidschwur tun, vor dem zwölften Tage, oder, ehe du ihn selbst vermisstest, nichts von seiner Reise zu melden. Jetzt aber rate ich dir, dich gebadet und geschmückt auf den Söller mit deinen Dienerinnen zu begeben, und Athene, Zeus' Tochter, um ihren göttlichen Schutz für deinen Sohn anzuflehen. Penelope gehorchte dem Rate der Greisen und legte sich nach dem feiligen Gebet ungegessen und kummervoll schlafen. Da sandte ihr Athene im Traum das Gebilde ihrer Schwester Evtime, der Gemahlin des Helden Eumelos, welche ihr Trost einsprach und die Wiederkehr ihres Sohnes verkündigte. »Sei getrost,« sprach sie, »deinen Sohn begleite deine Führerin, um die ihn andere Männer beneiden dürften. Pallas Athene selbst ist an seiner Seite. Sie wird hingegen die freie schirmen, sie hat auch mich dir zugesandt.« So redete die Gestalt und verschwand an der verschlossenen Türe. Penelope erwachte aus dem Schlummer voll Freudigkeit und Mut. Sie baute auf den Wahrheit verkündenden Morgentraum. Inzwischen hatten die Freier ungehindert ihr Schiff gerüstet und Antinos hat es mit zwanzig tapferen Rudern bestiegen. Mitten in der Meerstraße, welche die Inseln Ithaka und Same trennt, lag ein Felseneiland voll schroffer Klippen. Auf dieses steuerten sie los und legten sich dort in einen lauernden Hinterhalt. Odysseus scheidet von Kalypso und scheitert im Sturm. Zeusbote Hermes schwang sich aus dem Äther ins Meer, eilte wie eine Möwe durch die Wogen und kam, wie in der Götterversammlung beschlossen worden war, auf Ogegia, der Insel Kalypsos, an. Auch fand er die schön gelockte Nymphe wirklich zu Hause. Auf dem Herd brannte eine lodernde Flamme und der Dunst des gespaltenen, brennenden Zedernholzes walte würzig über das Eiland hin. Kalypso aber sang mit klangreicher Stimme in der Kammer und wirkte dazu mit goldener Spule ein herrliches Gewebe. Die Grotte, in welcher ihre Gemächer waren, beschattete ein grünender Hain mit Erlen, Pappeln und Zypressen, in welchen bunte Vögel nisteten, habichte, Eulen und Krähen. Auch ein Weinstock breitete sich über das Felsengewölbe aus, voll reifender Trauben, die aus dichtem Laube hervorblickten. Vier Quellen entsprangen in der Nähe und schlängelten sich nachbarlich dahin und dorthin. Von ihnen bewässert grünten schwellende Wiesen mit Pfeilchen, Eppich und anderen Kräutern und Blumen durchsäet. Der Götterbote bewunderte die herrliche Lage der Nymphenwohnung, dann wandelte er in die geräumige Kluft. Kalypso erkannte den Nahenden und erkannte ihn auch alsbald. Denn soferne sie auch voneinander wohnen mögen, so sind sich doch die ewigen Götter von Gestalt nicht unbekannt. Den Odysseus fand jedoch Hermes nicht zu Hause. Er saß, wie er gewohnt war, jammernd am Gestade und schaute mit Tränen in den Augen auf das öde Meer sehnsüchtig hinaus. Als Kalypso die Botschaft des Gottes vernahm, den sie voll Herzlichkeit empfangen hatte, stutzte sie und sprach endlich, »O ihr grausamen, eifersüchtigen Götter! Duldet ihr es denn gar nicht, dass eine Unsterbliche sich einen Sterblichen zum lieben Gemahl erkiese? Verargert ihr mir den Umgang mit dem Manne, den ich vom Tode gerettet habe, als er an den geborstenen Kiel seines Schiffes sich schmiegend an meine Küste geschleudert ward? Alle seine tapfern Freunde waren in den Abgrund versunken, sein Schiff hatte der Blitz getroffen. Einsam schwamm er auf den Trümmern ein Heer. Ich empfing den armen Schiffbrüchigen freundlich, stärkte ihn mit Nahrung, ja, ich verhieß ihm zuletzt, ihm Unsterblichkeit und ewige Jugend zu verleihen. Aber weil gegen Zeus' Rat keine Ausflucht etwas vermag, so mag er denn wieder hinausfahren auf das unendliche Meer. Nur mutet mir nicht zu, dass ich ihn selbst fortschicke. Fehlt es doch meinen Schiffen an Bemannung und an Rudergeräte. Doch soll es ihm an meinem guten Rate nicht fehlen, dass er ganz unversehrt das Ufer seines Heimatlandes erreiche?« Hermes war mit dieser Antwort wohl zufrieden und enteilte wieder zum Olymp. Kalypso ging selbst an den Meeresstrand, wo der trauende Odysseus saß, trat nahe zu ihm hinan und sprach, »Armer Freund, dein Leben darf dir nicht fürde in Schwermut dahin schwinden. Ich entlasse dich. Mögen dich die Götter glücklich in die Heimat geleiten.« Misstrauisch blickte Odysseus die Göttin an und sprach, »Gewiß, du sinnest auf etwas ganz anderes, schöne Nymphe. Nimmermehr besteige ich ein Floß, wenn du mir nicht den großen Götter-Eid schwörest, dass du mir nicht irgendein Übel zum Schaden ausgedacht hast.« Aber Kalypso lächelte und sanft mit der Hand ihn streichelnd antwortete sie, »Ängstige dich nicht mit solchen eiteln Gedanken. Die Erde, der Himmel und der Styx seien meine Zeugen, dass ich nichts Böses mit dir vorhabe. Ich rate dir das, was ich mir selbst in der Not ausdenken würde.« Mit diesen Worten ging sie voran, Odysseus folgte und in der Grotte nahm sie noch den zärtlichsten Abschied von ihm. Bald ward der Floß gezimmert und am fünften Tage schwoll das Segel des Odysseus im Winde. Er selbst saß am Ruder und steuerte kunsterfahren durch die Flut. Kein Schlaf kam ihm über die Augen, beständig blickte er nach den Himmelsgestirnen und richtete sich nach den Zeichen, die ihm Kalypso beim Scheiden angegeben hatte. So fuhr er siebzehn Tage durch das Meer. Am achtzehnten erschienen ihm endlich die dunklen Gebirge des phäarchischen Landes, das sich ihm entgegenstreckte und trübe dalag wie ein Schild im dunklen Meere. Jetzt aber ward ihn Poseidon gewahr, der eben von den Äthiopen heimgekehrt und über die Berge hinschritt. Er hatte der letzten Ratsversammlung der Götter nicht beigewohnt und merkte, dass diese seine Entfernung benutzt hatten, den Odysseus aus der Schlinge zu ziehen. Nun, sprach er bei sich selbst, er soll mir doch noch Jammers genug erfahren. Und jetzt versammelte er die Wolken, regte das Meer mit dem Dreizack auf und rief die Orkane zum Kampf für Miteinander herbei, so daß Meer und Erde ganz in Dunkel gehüllt wurden. Alle Winde pfiffen um das Floß. Eine Welle rauschte von oben herab und das Floß geriet in einen Wirbel. Er selbst taumelte weit von dem erschütterten Fahrzeug, das Ruder fuhr ihm aus der Hand, das Floß war in Stücke gegangen. Mastbaum und Segelstangen trieben da und dort über das tobende Meer hin. Odysseus aber war in die Brandung untergetaucht und das nasse Gewand zog ihn immer tiefer hinab. Endlich kam er wieder empor, spie das Salzwasser, das er geschluckt hatte, aus und schwamm den Trümmern des Floßes nach, deren größtes Stück er endlich auch glücklich erreichte und sich mitten darauf niederließ. Wie er nun auf dem zerrissenen Floße dahintrieb, gleich einer Distel im Winde, da erblickte ihn die Meeresgöttin Leukothea und es erbarmte sie des armen Dulders. Wie ein Wasserhuhn flog sie aus dem Strudel empor, setzte sich auf das Gebälk und sprach zu ihm, »Lass dir raten, Odysseus, zieh dein Gewand aus und überlass das Floß dem Sturm. Schnell umgürte dich hier mit meinem Schleier unter der Brust und dann verachte schwimmend alle Schrecken des Meeres.« Odysseus wogte nun noch zwei Tag und Nächte auf der See umher, da erblickte er endlich ein waldiges Ufer, wo die Brandung an Klippen donnerte und eine hochschwellende Woge trug ihn, ehe er einen Entschluß fassen konnte von selbst dem Gestade entgegen. Mit beiden Händen umfasste er eine Klippe, aber siehe da, eine Woge kam und schleuderte ihn wieder ins Meer zurück. Er suchte sein Heil aufs Neue im Schwimmen und fand endlich ein bequemes, seichtes Ufer und eine sichere Bucht, wo ein kleiner Fluss sich ins Meer ergoss. Hier flehte er zum Gotte dieses Stromes, der ihn hörte, das Wasser besänftigte und ihm möglich machte, schwimmend das Land zu erreichen. Ohne Stimme und Atem sank er auf den Boden, aus Mund und Nase strömte ihm das Meerwasser und erstarrt von der fürchterlichen Anstrengung, sank er in eine Ohnmacht. Als er wieder aufzuatmen anfing und das Bewusstsein ihm zurückkehrte, löste er sich den Schleier der Göttin Leukothea dankbar ab und warf ihn in die Wellen zurück, dass ihn die Geberin wieder erfassen konnte. Dann warf er sich unter die Binsen nieder und küßte die wiedergewonnene Erde. Den nackten Mann froh und die Nachtluft wehte schneidend vom Morgen her. Er beschloss, den Hügel hinanzugehen und sich in die nahe Waldung zu bergen. Hier fand er eine Ruhestadt unter zwei verschlungenen, dichten Olivenbäumen, einem wilden und einem zahmen, die so dick belaubt waren, dass kein Wind, kein Regen und kein Sonnenstrahl sie je durchdrang. Dort häufte sich Odysseus von der Menge gefallener Baumblätter ein Lager, legte sich mitten hinein und deckte sich wieder mit Blättern zu. Ein erquickender Schlaf ergoss sich bald über seine Augenlider und ließ ihn alles überstandene und bevorstehende Leid vergessen. Nausika Während Odysseus von Anstrengung und Schlaf überwältigt im Walde lag, war seine Beschützerin Athene liebreich für ihn bedacht. Sie eilte in das Gebiet der Veraken, auf dem er angekommen war, welche die Insel Scheria bewohnten und hier eine wohlgebaute Stadt gegründet hatten. Dort herrschte ein weiser König mit Namen Alkinoos und in seinem Palast begab sich die Göttin. Sie suchte hier das Schlafgemach Nausikas auf, der jungfräulichen Tochter des Königes, die an Schönheit und Anmut einer Unsterblichen ähnlich war. Diese schlief von zwei Mägden, die ihre Bettstellen an der Pforte hatten bewacht, in einer hohen, lichten Kammer. Athene nahte sich dem Lager der Jungfrau leise wie ein Lüftchen, trat ihr zu Häupten und in eine Gespielin verwandelt, sprach sie zu ihrem Traume, »Ei, du träges Mädchen, wie wird dich die Mutter schelten! Hast du doch gar nicht für deine schönen Gewande gesorgt, die ungewaschen im Schranke liegen! Wenn nun einmal deine Vermählung herankommt und du etwas Schönes für dich selbst brauchst und für die Jünglinge, die deine Brautführer sein werden, wie soll es dann werden? Schmucke Kleider empfehlen jedermann, und auch deine lieben Eltern haben an nichts eine größere Freude. Auf! Erhebe dich mit der Morgenröte sie zu waschen. Ich will dich begleiten und dir helfen, damit du geschwinder fertig wirst. Du bleibst doch nicht lange mehr unvermählt. Werben doch schon lange die Edelsten unter dem Volk um die schöne Königstochter.« Der Traum verließ das Mädchen. Eilig erhob sie sich vom Lager und suchte die Eltern in ihrer Kammer auf. Diese waren bereits aufgestanden. Die Mutter saß am Herde mit Dienerinnen und spann purpurne Seide. Der König aber begegnete ihr unter der Pforte. Er hatte schon einen Rat der angesehensten Verarken bestellt und wollte sich eben in denselben verfügen. Da faßte ihn die ihm entgegenkommende Tochter bei der Hand und sprach schmeichelnd, »Väterchen, willst du mir nicht einen Lastwagen anspannen lassen, damit ich meine kostbaren Gewande zur Wäsche nach dem Flusse führen kann? Sie liegen mir so schmutzig umher, »Auch dir ziemt es, in reinen Kleidern im Rad dazusitzen. So wollen auch deine fünf Söhne, von welchen drei noch unvermählt sind, beständig in frisch gewaschener Kleidung umhergehen und fein Schmuck beim Reigentanz erscheinen. Und am Ende liegt doch alles auf mir.« So sprach die Jungfrau, »Dass sie aber an die eigene Vermählung dabei denke, das mochte die Blöde sich und dem Vater nicht gestehen. Diese aber merkte es doch und sprach, »Geh, mein Kind, ein geräumiger Korbwagen und Maultiere sollen dir nicht versagt sein. Befiehl den Knecht nur anzuspannen.« Nun trug die Jungfrau die feinen Gewande aus der Kammer und belud den Wagen. Die Mutter fügte Wein in einem Schlauche, Brot und Gemüse hinzu und als sich Nausicaa in den Wagensitz geschwungen, gab sie ihr auch noch die Ölflasche mit, sich zugleich mit den dienenden Jungfrauen zu baden und zu salben. Die Jungfrau war eine geschickte Wagenlenkerin, sie ergriff selbst Zaum und Geißel und lenkte die Tiere mit den Dienerinnen dem anmutigen Ufer des Flusses zu. Hier lösten sie das Gespann, ließen die Maultiere im üppigen Grase weiden und trugen die Gewande am Waschplatz in die geräumigen Behälter, die zu diesem Behufe gegraben waren. Dann wurde von den emsigen Mädchen die Wäsche mit den Füßen gestampft, gewaschen und gewalkt und endlich wurden alle Kleider der Ordnung nach am Meeresufer ausgebreitet, wo reingespülte Kiesel eine Steinbank bildeten. Als dann erfrischten sich die Mädchen selbst im Bade und nachdem sie sich mit duftigem Öle gesalbt, verzehrten sie das mitgebrachte Mal fröhlich am grünen Ufer und harten, bis ihre Wäsche an den Sonnenstrahlen getrocknet wäre. Nach dem Frühstücke erlustigten sich die Jungfrauen mit Tanz und Ballspiel auf der Wiese, nachdem sie ihre Schleie und was von Kleidern sie hindern konnte, abgelegt. Nausicaa selbst stimmte zuerst den Gesang dazu an, an hohem Haupt und edlem Angesichte vor allen den reizenden Mädchen hervorragend. Die Jungfrauen taten ihr alle nach und ihre Fröhlichkeit war groß. Wie nun die Königstochter einmal den Ball nach einer Gespielin warf, da lenkte ihn die unsichtbar gegenwärtige Göttin Athene so, daß er in die Tiefe des Flussstrudels fallen mußte und das Mädchen verfehlte. Darüber kreischten die Spielenden alle auf und Odysseus, dessen Lage in der Nähe unter den Olivenbäumen war, erwachte. Horchend richtete er sich auf und sprach zu sich selber »In welcher Menschengebiet bin ich gekommen? Bin ich unter wilde Räuberhorden geraten? Doch deucht mir, ich hörte lustige Mädchenstimmen wie von Berg- oder Quellennümpfen. Da bin ich doch wohl in der Nähe von gesitteten Menschenkindern.« So sprach er zu sich und indem er mit der nervigten Rechten aus dem verwachsenen Gehölz seinen dicht belaubten Zweig abbrach und seine Blöße damit bedeckte, tauchte er aus dem Dickicht hervor und von der Not gedrängt, erschien er wie ein wilder Berglöwe unter den zarten Jungfrauen. Er war von dem Meeresschlamm noch ganz entstellt, die Mädchen meinten ein Seeungeheuer zu sehen und flüchteten sich die einen da, die anderen dorthin auf die hohen, waldigen Anhöhen des Gestades. Nur die Tochter des Alkinos blieb stehen. Athene hatte ihr Mut ins Herz eingeflößt und sie stand gegen den Fremdling gekehrt. Odysseus besann sich, ob er die Knie der Jungfrau umfassen oder aus ehrerbietiger Ferne sie anflehen sollte, ihm ein Kleid zu schenken und den Weg nach Menschenwohnungen zu zeigen. Er hielt das Letztere für Ziemliche und rief ihr daher von Weitem zu, sei es du eine Göttin oder eine Jungfrau, schutzflehend nahe ich mich dir. Bist du eine Göttin, so achte ich dich, Artemis gleich an Gestalt und Schönheit. Bist du eine Sterbliche, so preise ich deine Eltern und deine Brüder selig. Das Herz muß ihnen im Leibe beben über deine Schönheit, wenn sie sehen, wie solch ein herrlich Geschöpf zum Reigentanz einher schreitet und wie hoch beglückt ist der, der dich als Braut nach Hause führt. Mich aber, sieh du gnädig an, denn ich bin in unaussprechlichen Jammer gestürzt. Gestern sind es zwanzig Tage, daß ich von der Insel Ogygia abgefahren bin. Vom Sturm ergriffen, wurde ich auf dem Meer umhergeworfen und endlich als Schiffbrüchiger an diese Küste geschleudert, die ich nicht kenne, wo mich niemand kennt. Erbarme dich, mein. Gib mir eine Bedeckung für mein Leib, zeige mir die Stadt, wo du wohnest. Mögen dir die Götter dafür geben, was dein Herz begehrt, einen Gatten, ein Haus und Frieden und Eintracht dazu. Nausicaa erwiderte auf diese Anrede, Fremdling, du scheinst mir kein schlechter und kein törichter Mann zu sein. Da du dich an mich und mein Land gewendet hast, so soll es dir weder an Kleidung noch an sonst etwas mangeln, was der Schutzflehende erwarten kann. Ich will dir auch die Stadt zeigen und den Namen unseres Volkes sagen. Verarken sind es, die diese Felder und dieses Reich bewohnen. Ich selbst bin die Tochter des Hohenköniges Alkinoos. So sprach sie und rief die dienenden Mädchen, indem sie in den Mut einflößte und wegen des Fremdlings sie zu beruhigen suchte. Die Mägde aber standen und ermahnten, eine die andere hinzutreten. Endlich gehorchten sie der Fürstin und nachdem sich Odysseus an einem versteckten Ort des Ufers gebadet, legten sie im Mantel und Leibrock, die sie aus den Gewanden hervorsuchten, zur Bedeckung in das Gebüsch. Als der Held sich den Schmutz vom Leibe gewaschen und sich gesalbt hatte, zog er die Kleider an, die ihm die Fürstentochter geschenkt hatte und ihm wohl zu Leibe saßen. Dazu machte seine Beschützerin Athene, dass er schöner und voller von Gestalt anzuschauen war. Von dem Scheitel goß sie ihm schön geringeltes Haar und Haupt und Schultern glänzten von Anmut. So in Schönheit strahlend trat er aus dem Ufergebüsche und setzte sich seitwärts von den Jungfrauen. Nausicaa betrachtete die herrliche Gestalt mit Staunen und begann zu ihren Begleiterinnen, »Diesen Mann verfolgen gewiß nicht alle Götter. Einer von ihnen muß mit ihm sein und hat ihn jetzt in das Land der Faeaken gebracht. Wie unansehnlich erschien er anfangs, als wir ihn zuerst erblickten, und jetzt wahrhaftig gleicht er dem Bewohnern des Himmels selbst. Wohnte doch nur ein solcher Mann unter unserem Volke und wäre ein solcher mir zum Gemahl vom Geschick erkoren. Aber auf, ihr Mädchen, stärket mir den Fremdling auch mit Trank und Speise.« Dies geschah, Odysseus aß und trank und labte sich an der lang entbehrten Nahrung. Hierauf wurde der Wagen mit den gewaschenen und getrockneten Gewanden wieder bedeckt, die Maultiere vorgespannt, und Nausicaa nahm auf dem Wagensitz ihren Platz ein. Den Fremdling aber hieß sie zu Fuße mit den Dienerinnen hinter dem Wagen folgen. Dies tue, sprach sie freundlich zu ihm, solange es durch Wiesen und Äcker geht. Bald aber wirst du die Stadt gewahr werden, eine hohe Mauer umschließt sie, ihre beiden Seiten, denn sie liegt ganz am Meere, schließt ein trefflicher Hafen mit schmalem Zugange ein. Dort ist auch ihr Marktplatz und ein herrlicher Tempel des Meeresgottes Poseidon, wo Seile, Segeltücher, Ruder und andere Schiffsgeräte bereitet und verkauft werden. Denn mit Köcher und Bogen machen sich unsere Verarken nicht viel zu schaffen, aber tüchtige Seeleute, das sind sie. Wenn wir nun in der Nähe der Stadt sind, dann, guter Fremdling, vermeide ich gerne das lose Geschwätz der Leute, denn dieses Volk ist übermütig. Da könnte wohl ein Bauer, der uns begegnet, sagen, was folgt doch der Nausicaa für ein schöner großer Fremdling, wo fand sie wohl den auf? Er wird sicherlich ihr Gemahl. Das wäre mir ein herber Schimpf. Gefiel es mir doch an einer Freundin nicht, wenn sie sich ohne Wissen der Eltern zu einem fremden Gesellte vor der öffentlichen Vermählung. Drum, wenn du an ein Pappelgehölz kommst, dass der Athene heilig ist und aus dem ein Quell entspringt, der sich durch die Wiese schlängelt, kaum einen Heroldsruf von der Stadt entfernt, dort verweile ein wenig. Nur so lange, bis du annehmen kannst, dass wir in der Stadt angekommen sind, dann folge uns nach, du wirst den herrlichen Palast meines Vaters leicht aus den anderen Häusern herauskennen. Dort umfasse die Knie meiner Mutter, denn wenn sie dir wohl ist, so darfst du sicher sein, deiner Väter Heimat wiederzuschauen. So sprachen Nausicaa und fuhr auf dem Wagen dahin, doch langsam, dass die Mägde und Odysseus folgen konnten. Am Hain Athenes blieb dann der Held zurück und betete flehend zu Athene seiner Beschirmerin. Athene hörte ihn auch, nur fürchtete sie die Nähe ihres Bruders Poseidon und erschien ihm deswegen nicht öffentlich in dem fremden Lande. Odysseus bei den Phaeaken Die Jungfrau war schon in den Palast ihres Vaters angekommen, als Odysseus den heiligen Hain verließ und gleichfalls den Weg nach der Stadt einschlug. Athene entzog ihm auch jetzt ihre Hilfe nicht. Dass kein mutwilliger Verarke den wehrlosen Wanderer kränken konnte, verbreitete sie, für ihn selbst unbemerkt, rings um ihn her Nacht. Und ganz nahe vor den Toren wollte sie es doch nicht lassen, ihm in sichtbarer Gestalt, als ein junges Verarkenmädchen den Wasserkrug an der Hand zu begegnen. Töchterchen, redete der Held sie an, willst du mir nicht den Weg zur Wohnung des Königes Alkinos zeigen? Ich bin ein verirrter Fremdling, komme aus fernen Landen und kenne hier niemand. Recht gerne, guter Mann, sagte die Göttin in Mädchengestalt. Mein ehrlicher Vater wohnt ganz nahe dabei, aber geh nur ganz stille mit mir, die Leute hier sind den Fremden nicht sonderlich gewogen, das Kecke Leben zur See macht sie trotzig. Unter diesen Worten ging Athene schnell voran und Odysseus folgte, aber kein Verarke wurde ihnen gewahr. Gemächlich konnte er den Hafen, die Schiffe, die getürmten Mauern der Stadt anstaunen. Endlich sprach Athene, dies ist, fremder Vater, das Haus des Alkinoos, wandel nur getrost hinein, dem mutigen Manne gelingt alles. Doch eins lass mich dir sagen, suche vor allen Dingen die Königin auf. Sie heißt Arete und Alkinoos ehrt sie, wie nur irgendein Weib auf der Erde geehrt werden kann und ebenso verehrt sie auch alles Volk, denn sie ist voll Verstandes und Geistes und weiß selbst Männerzwiste, mit ihrer Weisheit zu entscheiden. Wenn du sie gewinnen kannst, so sei getrost. So sprach die verstellte Göttin und enteilte. Odysseus betrat den Palast und eilte nach dem Saale des Königes. Hier waren die vornehmen Verarken zu einem Schmause versammelt. Weil aber der Tag sich neigte, gedachten sie des Schlafes und spendeten eben am Schluss des Mahles dem Hermes ein Trankopfer. Odysseus durchwandelte noch in Nebel gehüllt ihre Reihen, bis er vor dem Königspaar angelangt war. Da zerfloß auf Athenis winkt das Dunkel um ihn her, er warf sich vor der Königin Arete schutzflehend nieder, umfing ihre Knie und rief »O Arete, flehend liege ich vor dir und deinem Gemahl. Mögen die Götter euch Heil und Leben schenken, so gewiß ihr mir, dem Verirrten, wiederkehrend die Heimat bereitet, denn ferne von den meinigen streifig schon lange in der Verbannung umher.« So sprach der Held und setzte sich am Herd in die Asche nieder neben dem brennenden Feuer. Die Verarken schwiegen alle bei dem unerwarteten Anblicke staunend, bis endlich der graue, welterfahrene Held Echeneos, der Älteste unter den Gästen, das Schweigen brach und vor der Versammlung zu dem Könige gewendet also begann, »Fürwahr, Alkinos, es ziemt sich nicht, dass irgendwo auf der Erde ein Fremdling in der Asche sitze. Gewiss denken meine Mitgäste wie ich und erwarten nur deine Befehl. Lass darum den Fremden auf einem der schmucken Sessel gleich uns Platz nehmen und erhebe ihn aus dem Staub. Die Herolde soll neuen Wein mischen, dass wir dem Zeus, dem Beschirmer des Gastrechts, auch noch ein Trankopfer bringen. Und die Schaffnerin mag den neuen Gast mit Speise und Trank laben. Diese Rede gefiel dem guten König, er nahm den Helden selbst bei der Hand, erhub ihn und führte ihn zu einem Sessel an seiner eigenen Seite, in dem der Liebling des Königes selbst, sein Sohn Laodamas ihm Platz machen musste. Auch sonst geschah alles, wie Echeneos geraten und Odysseus schmauste geehrt sich die Versammlung und der König lud alle Gäste auf den anderen Tag zu einem gleichen Freudenmale ein. Dem Fremdling aber, ohne auch nur nach seinem Namen und Geschlechter zu fragen, versprach er nach gastlicher Beherbergung sichere Entsendung nach der Heimat. Als er doch den Helden den Athene noch immer mit einem Schimmer überirdischer Hoheit umgeben hatte, näher betrachtete, da setzte er manchmal in sichtbare Gestalt die Menschen bei ihren Festen besuchen, dann freilich bedarfst du unserer Beihilfe nicht, und es ist an uns, dich um deinen Schutz zu bitten. Denke doch das nicht in deinem Herzen, antwortet Odysseus dem Könige beschämt, gleiche ich doch an Wuchs und Gestalt nicht den unsterblichen Göttern, sondern bin ein Sterblicher, wie ihr alle es seid. Ja, wenn ihr einen Menschen kennet, der euch auf Erden der Unglückseligste deucht, so nehme ich es mit seiner Trübsal auf. Und so dachte ich denn auch jetzt an nichts anders, als meinen Hunger an eurem Tisch zu stillen, und ihr konntet auch daran wohl sehen, dass ich ein recht armer, sterblicher Mensch bin. Als die Gäste den Saal verlassen hatten und das Königspaar allein mit dem Fremdling im Saale zurückgeblieben war, betrachtete Arete die schön gewölkten Kleider des Mannes Mantel und Leibrock, erkannte darin ihr eigenes Gewebe und sprach, zuerst muss ich dich nun doch fragen, O Fremdling, woher und wer du bist und wer dir diese Gewande gegeben hat. Sagtest du nicht, dass du auf dem Meere umherirrend hierher gekommen seist? Odysseus antwortete hierauf mit einer getreuen Erzählung seiner Abenteuer auf Ogigia bei Kalypso und seiner traurigen letzten Fahrt und verschwieg zuletzt auch die Begegnung mit Nausika nicht. Nun, das ist schon recht von meiner Tochter gehandelt, sprach, als die Erzählung zu Ende war, lächelnd Alkinos, aber eine Pflicht hat sie doch vergessen, dich sogleich mit den Dienerinnen selbst in unser Haus zu führen. Hüte dich, o König, antwortete Odysseus, deine treffliche Tochter deswegen zu tadeln. War sie doch bereit, so zu handeln, wie du meinst, aber ich selbst weigete mich aus Blödigkeit, denn ich fürchtete, du könntest ein Ärgernis daran nehmen. Wir Menschenkinder sind alle so gar argwöhnisch. Nun, ich bin ohne Ursache nicht zum Jähzorn geneigt, antwortete ihm der König, indessen ist Ordnung in allen Dingen gut. Aber wenn doch die Götter es fügen wollten, dass ein Mann wie du meine Tochter zur Gemahlin begehrte, wie gerne wollte ich dir Haus und Besitzungen gewähren, wenn du bei uns bliebst. Doch mit Zwang will ich niemand bei mir halten, und morgen noch sollst du freies Geleite von mir bekommen. Ich gebe dir Schiff und Ruderer, wohin du fahren willst, und wäre deine Heimat so weit als die entfernteste Insel, nach welcher wir Odysseus vernahm dieses Versprechen mit innigem Danke, verabschiedete sich von seinen königlichen Wirten und erholte sich auf weichem Nachtlager von allen erduldeten Mühseligkeiten. Am anderen Morgen aller Frühe berief der König Alkinos das Volk zu einer Versammlung auf den Marktplatz der Stadt. Sein Gast musste ihn dorthin begleiten, da setzten sich beide nebeneinander auf zwei schöne behauene Steine. Inzwischen durchwandelte die Göttin Athene in einen Herold verwandelt, die Straßen der Stadt und trieb die Häupter des Volkes an, der Versammlung beizuwohnen. Endlich füllten sich die Gänge und Sitze des Marktes mit den zusammenströmenden Bürgern. Alle schauten mit Bewunderung auf den Sohn des Laertes, dem Athene, seine Beschirmerin, immer noch eine überirdische Hoheit in Wuchs und Gestalt verliehen hatte. Als dann empfahl der König in einer feierlichen Rede dem Volke den Fremdling und ermunterte dasselbe ihm ein gutes Ruderschiff mit 52 phäarchischen Jünglingen zur Verfügung zu stellen. Zugleich lud er die anwesenden Häupter des Volkes zu einem Festmahle, das dem Fremden zu Ehren gegeben werden sollte, in seinen Palast ein und befahl auch, den Domotokos zu berufen, den göttlichen Sänger, dem Apollo die Gabe des Liedes verliehen hatte und der mit seinem begeisterten Gesang das Herz der Gäste erfreuen sollte. Nachdem die Volksversammlung aufgehoben war, rüsteten die Jünglinge, wie ihnen befohlen war das Schiff, brachten Mast und Segel hinein, hängten die Ruder in lederne Schleifen und spannten die Segeltücher auf. Dann begaben sie sich in den Palast des Königes. Hier waren Hallen, Höfe und Seelisch und voll von Geladenen, denn Jung und Alt hatten sich eingefunden. Zwölf Schafe, acht Schweine und zwei Stiere waren für das Mal geschlachtet worden und der liebliche Festschmaus dampfte schon. Auch den Sänger führte der Herold herbei, dem die Muse Gutes und Böses beschert hatte. Das Licht der Augen hatte sie ihm genommen, dafür über das Herz ihm mit lichten Gesängen aufgehellt. Diesem stellte der Führer einen Sessel an die Säule des Saales mitten unter den Gästen. Darauf hängte über dem Haupte des Sängers die Harfe an einen Nagel und leitete ihm die Hand, dass der Blinde sie finden konnte. Vor ihn stellte er einen Tisch mit dem Speisekorb und dem immer vollen Becher, dass er nach Herzenslust trinken möchte. Wie nun das Mal vorüber war, hub der Sänger sein Lied an aus den schon damals berühmt gewordenen Heldensagen von Troja. Der Inhalt seines Gesanges aber war der Streit zweier Helden, deren Name auf aller Lippen war, des Achill und des Odysseus. Als unser Held seinen Namen nennen und im Liede feiern hörte, mußte er das Haupt im Gewande verbergen, damit man die Tränen nicht gewahr würde, die sich ihm aus den Augen stahl. So oft der Sänger schwieg, enthüllte er sein Gesicht und griff zum Becher. Wenn aber das Lied von Neuem begann, verhüllte er sein Haupt wieder. Keiner bemerkte es, als der ihm zunächst sitzende König, der ihn tief aufseufzen hörte. Nach dem Male wandte sich Odysseus an dem Modokos. Ich preise dich vor anderen sterblichen, lieber Sänger, sprach zu ihm, daß sich Apollo oder die Muse so schöne Lieder gelehrt hat. Wie lebendig und genau du das Schicksal der griechischen Helden zu schildern verstehst, als hättest du alles mit angesehen und mit angehört. Fahre nun fort und sing dabei getan hat. Der Sänger gehorchte freudig und alles lauschte seinem Gesange. Als der Held so seine Taten preisen hörte, mußte er wieder heimlich weinen und nur Alkinos bemerkte es. Er gebot daher dem Sänger still schweigen und sprach im Kreise der Verarken »Besser ist's die Harfe ruhet nun, denn wahrliche Freunde, nicht jedermann zur Lust singt der Sänger jene Meere. Seit wir am Mahle sitzen und das Lied ertönt, hört unser schwermütiger Gast nicht auf, seinem Grame nachzuhängen und wir streben vergebens ihn zu erheitern und doch muß einem fühlenden Manne ein Gast so lieb sein wie ein Bruder. Nun denn Fremdling so sag uns redlich »Wer sind deine Eltern? Welches ist dein Vaterland? Einen Namen führt doch jeder Mensch, sei er von edler oder von geringer Abkunft. Dein Land müssen wir ohne dem wissen und deine Geburtsstadt, wenn dich meine Verarken heimbringen sollen. Weiter brauchen sie nichts. Sie bedürfen auch der Piloten nicht. Haben sie nur den Namen des Orts, so finden sie die Fahrt durch Nacht und Nebel. Auf diese freundliche Rede erwiderte der Held ebenso liebreich, glaube doch ja nicht edler König dass euer Sänge mich nicht ergötze. Vielmehr ist es eine Wonne einem solchen zuzuhören, wenn er seine göttergleiche Stimme vernehmen lässt. Und ich weiß mir nichts angenehmeres, als wenn ein ganzes Volk bei festlicher Freude horchend am Munde eines Sängers hängt, während die Gäste in langen Reihen sitzen, vor jedem sein Tisch voll Brots und Fleisches steht und der Schenk fleißig mit dem Kruge bei den Bechern kreist. Ihr aber wünscht meine Leiden von mir zu vernehmen, ihr lieben Gastfreunde, da werde ich noch tiefer in Kummer und Gram versinken, denn wo soll ich anfangen und womit enden? Doch höret vor allen Dingen mein Geschlecht und mein Vaterland. Odysseus erzählt den Lothophagen, Zyklopen, Polyphem. Ich bin Odysseus, der Sohn des Laertes. Die Menschen kennen mich und der Ruhm meiner Klugheit ist über die Erde verbreitet. Auf der sonnigen Insel Ithaka wohne ich, in deren Mitte sich das waldige Gebirge Nerithon erhebt. Rings umher liegen viele kleinere bewohnte Eilande Same, Dulichion, Zakynthos. Meine Heimat ist zwar rau, doch nähret sie frische Männer, und das Vaterland ist einem jedem das Süßeste. Wohl an nun, vernehmet von meiner unglückseligen Heimfahrt aus dem trojanischen Lande. Von Ilion weg trug mich der Wind nach der Kikonen Stadt Ismaros, die ich mit meinen Genossen eroberte. Die Männer vertilgten wir, die Frauen samt der anderen Beute wurden verteilt. Nach meinem Rate hätten wir uns nun eilig davongemacht, aber meine unbesonnenen Begleiter blieben schweltend bei der Beute sitzen und die entflohenen Kikonen durch ihre landeinwärts wohnenden Brüder verstärkt überfielen uns beim Schmaus am Gestade. Die Übermacht siegte. Sechs Freunde von jedem unserer Schiffe blieben auf dem Platze, wir anderen entgingen dem Tode nur durch schleunige Flucht. Also steuerten wir weiter westwärts froh der Todesgefahr in Ronnen zu sein, aber von Herzen traurig über den Tod unserer Genossen. Da sandte Zeus uns einen Orkan aus Norden. Meer und Erde hüllten sich in Wolken und Nacht. Mit gesenkten Masten flogen wir dahin und ehe wir die Segel eingezogen hatten, krachten die Stangen zusammen und die Segeltücher zerrissen in Stücke. Endlich arbeiteten wir uns ans Gestade und lagen dort zwei Tage und Nächte vor Anker, bis wir die Masten wieder aufgerüstet und neue Segel aufgespannt hatten. Wir steuerten nun vorwärts und hatten alle Hoffnung bald in die Heimat zugelangen, wäre nicht eben, als wir ums Vorgebirge Malea an der Südspitze der Pelops Insel von Griechenland herumschifften, der Wind plötzlich in Nord umgeschlagen und hätte uns zeitwärts in die offene See hineingetrieben. Da wurden wir nun neun Tage vom Sturm herum geschleudert, am zehnten gelangten wir ans Ufe der Lotophagen, die sich von nichts als Lotosfrucht nähren. Hier stiegen wir ans Gestade und nahmen frisches Wasser ein. Dann sandten wir zwei unserer Freunde auf Kundschaft aus und ein Herold musste sie begleiten. Diese Volke, dem es nicht in den Sinn kam, etwas zu unserem Verderben zu unternehmen, auf das freundlichste empfangen. Aber die Frucht des Lotos, welche sie ihnen zu kosten gaben, hat eine ganz eigentümliche Wirkung. Sie ist süßer als Honig und wer von ihr kostet, der will nichts mehr von der Heimkehr wissen, sondern immer in dem Lande bleiben. So mussten wir denn auch unsere Genossen, während sie weinten und widerstrebten mit Gewalt nach den Schiffen zurückführen. Auf unserer weiteren Fahrt kamen wir nun zu dem wild lebenden grausamen Volke der Zyklopen. Diese bauen das Land gar nicht, sondern überlassen alles den Göttern. Auch wächst wirklich dort alle mögliche Nahrung ohne Zutat des Pflanzers und Ackermanns. Weizen, Gerste, die edelsten Reben voll großbäriger Trauben und Zeus gibt in mildem Regen seinen Segen dazu. Auch halten sie keine Gesetze, treten in keine Ratsversammlung zusammen, sondern alle wohnen auf den felsigten Gebirgshöhen rings in gewölbten Erdhöhlen. Da richtet sich der Zyklop wie er mag mit Weibern und Kindern ein. Übrigens bekümmert sich keiner um den anderen. Außerhalb der Bucht in mäßiger Entfernung vom Zyklopen Lande erstreckt sich eine bewaldete Insel voll wilder Ziegen, die von keinem Jäger geängstet hier sorglos grasen. Kein Mensch wohnt darauf. Die Zyklopen selbst, die den Schiffbau nicht verstehen, kommen auch nicht dahin. Bewohner könnten sich die Insel leicht zum blühendsten Lande umschaffen, denn der Boden ist höchst fruchtbar. Feuchte, schwellende Wiesen breiten sich über den Strand aus, das unbenützte Ackerfeld ist locker, der Boden fett, die gelegensten Hügel böten sich dem Weinbau dar, auch ist ein vor allen Winden geschirmter Hafen da, so sicher, dass man die Schiffe weder anzubinden noch vor Anker zu legen braucht. Der Bucht zugekehrt quillt das reinste Wasser perlend aus der Felsenkluft und grünende Pappeln stehen Als der Morgen anbrach, betraten wir das Eiland und erlegten auf fröhlicher Jagd so viele Ziegen, dass ich jede meiner zwölf Schiffe ihrer Neune zuteilen konnte und noch ihre Zehen für mich behielt. Da saßen wir dann am lieblichen Ufer den ganzen Tag und taten uns bis zum späten Abend recht gütlich mit dem frischen Ziegenfleisch und altem Weine, den wir in der Kikonenstadt erbeutet hatten und den Henkelgrügen mit uns führten. Am anderen Morgen wandelte mich die Lust an, das gegenüberliegende Land auszukundschaften von dessen Bewohnern, den Zyklopen, ich noch nicht wußte, wie sie geartet seien. Ich fuhr daher mit vielen Genossen auf meinem Schiffe hinüber. Als wir dort landeten, sahen wir am äußersten Meeresstrand eine hochgewölbte Felsenkluft, ganz mit Lorbeergestreuch überschattet, wo sich viele Schafe und Ziegen zu Lagern pflegten. Ringsumher war von eingerammelten Steinen und hohen Fichten und Eichen ein Gehege erbaut. In dieser Umzäunung hauste ein Mann von riesiger Gestalt, der die Herde einsam auf entfernten Weiden umher trieb, nie mit anderen, auch nicht mit seines gleichen umging und immer nur auf boshaften Frevel sann. Das wir nun das Gestade mit den Augen musterten, wurden wir alles dieses gewahr. Da wählte ich mir zwölf der tapfersten Freunde aus, hieß die übrigen an Bord bleiben und mir das Schiff bewahren und nahm einen Schlauch voll des besten Weines zu mir, den mir ein Priester Apollos in der Kikonen Stadt Ismaros geschenkt hatte, weil wir seine und seines Hauses geschont. diesen nebst guter Reisekost in einem Korbe trugen wir und gedachten damit den Mann zu Kirren, der schon auf den ersten Anblick unbändig und keinem Gesetz unterworfen erschien. Als wir bei der Felsluft angekommen waren, fanden wir ihn selbst nicht zu Hause, denn er war bei seinen Herden auf der Weide, wir traten ohne weiteres in die Höhle ein und wunderten uns über die Stellen, die in der Grotte angebracht waren, stand es gedrängt voll von Lämmern und jungen Ziegen und jede Gattung war besonders eingesperrt. Körbe lagen umher, Kübel voll Molken, Bütten, Eimer zum Melken. Anfangs drangen die Genossen in mich von dem Käse zu nehmen, so viel wir könnten und uns davon zu machen oder Lämmer und Ziegen nach unserem Schiffe hinzutreiben und zu begierig den seltsamen Bewohner der Höhle zu schauen und wollte lieber ein Gastgeschenk erwarten als mit einem Raube von dann ziehen. Deswegen zündeten wir ein Feuer an und opferten. Dann nahmen wir ein Weniges von dem Käse und aßen. Nun warteten wir bis der Hausherr heim käme. Endlich naheite er auf seinen Riesenschultern eine ungeheure Last trockenen Scheiterholzes tragend das er gesammelt um sich sein Abendmahl damit zu kochen. Er warf sie zu Boden daß es fürchterlich krachte und wir alle vor Angst zusammen fuhren und uns in den äußersten Winkel der Grotte versteckten. Da sahen wir denn wie er seine fette Herde in die Kluft eintrieb doch nur die welche er wollte. Widder und Böcke blieben draußen in dem eingehegten Vorhofe. Nun rollte er ein mächtiges Feldstück vor den Eingang das 22 vierrädrige Wagen nicht von der Stelle hätten schaffen können. Dann setzte er sich gemächlich auf den Boden melbte der Reihe nach die Schafe und Ziegen legte die Säugenden ans Euter machte die eine Hälfte der Milch mit Labgerinnen formte Käse daraus und stellte sie in Körben zum Trocknen hin. Die andere Hälfte verwahrte er in großen Geschirren, denn das war sein täglicher Trunk. Wie er mit allem fertig war, machte er sich ein Feuer an und nun geschah es, dass er uns in unserem Winkel erblickte. Auch wir sahen jetzt erst seine grässliche Riesengestalt genau. Er hatte wie alle Zyklopen nur ein einziges funkelndes Auge in der Stirn, Beine wie tausendjährige Eichenstämme und Arme und Hände groß und stark genug, um mit Granitblöcken Ball zu spielen. Wer seid ihr Fremdlinge? fuhr er uns mit seiner rauen Stimme an, die klang wie ein Donner im Gebirge. Woher kommt ihr über das Meer gefahren? Ist die Seeräuberei euer Geschäft oder was treibt ihr? Bei dem Gebrüll bebte uns das Herz im Leibe. Doch wir kommen von der Zerstörung Trojas zurück und haben uns während der Heimfahrt auf dem Meere verirrt. So nahen wir deinen Knien und flehen dich um Schutz und eine Gabe an. Ja, scheue die Götter, lieber Mann, und erhöre uns, denn Zeus beschirmt die Schutz flehenden und rächt ihre Misshandlung. Aber der Zyklop erwiderte mit grässlichem Lachen, du bist ein rechter Tor, o Fremdling, und weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Meinst du, wir kümmern uns um die Götter und ihre Rache? Was gilt den Zyklopen Zeus, der Donnerer und alle Götter miteinander? Sind wir doch viel vortrefflicher als sie? Willst mein eigen Herz nicht so schonen, ich weder dich noch deine Freunde? Aber sage mir jetzt, wo du das Schiff geborgen hast, auf welchem du hergekommen bist. Wo liegt es vor Anker, nah oder ferne? So fragte der Zyklop voll Arglist, ich habe aber bald mit einer schlauen Erfindung bei der Hand. Mein Schiff, guter Mann, antwortete ich, hat der Erderschütterer Poseidon nicht weit von eurem Ufer an die Klippen geworfen und zertrümmert. Ich allein mit diesen Zwölf Gesellen Binidronnen. Auf diese Rede antwortete das Ungeheuer gar nicht, sondern streckte nur seine Riesenhände aus, packte zwei meiner Genossen und schlug sie wie junge Hunde zu Boden, das ihr Blut und Gehirn auf die Erde spritzte. Dann zerhackte er sie Glied für Glied zur Abendkost und fraß sich an ihnen satt wie ein Löwe in den Bergen. Eingeweide, Fleisch, ja das Mark mitsamt den Knochen verzehrte er. Wir aber streckten die Hände zu Zeus empor und jammerten laut über die Freveltat. Nachdem sich das Untier seinen Wanst gefüllt und den Durst mit Milch gelöscht, warf er sich der Länge nach in der Höhle zu Boden und nun besann ich mich, ob ich nicht auf ihn losgehen und ihm das Denn was hätte uns das geholfen? Wer hätte uns den unermesslichen Stein von der Höhle gewälzt? Wir hätten zuletzt alle des jämmerlichsten Todes sterben müssen. Deswegen ließen wir ihn schnarchen und erwarteten den dumpfer Bangigkeit den Morgen. Als dieser erschienen und der Zyklop aufgestanden war, zündete er wieder ein Feuer an und fing an zu melken. Als er alles beendigt, packte Entsetzen wie das erste Mal zum Frühstück. Dann trieb er die feiste Herde aus der Höhle, nachdem er den Fels abgehoben, ging selbst mit hinaus und pflanzte den Stein wieder davor, wie man den Deckel auf den Köcher setzt. Wir hörten ihn mit gellendem Pfeifen seine Herde in die Berge treiben. Wir aber blieben in der Todesangst zurück und jeder erwartete, dass das nächste Mal die Reihe gefressen zu werden an ihn kommen werde. Ich selbst bewegte fortwährend Entwürfe der Rache in meinem Herzen, wie ich es angreifen sollte, dem Ungeheuer zu vergelten. Endlich kam mir ein Gedanke, der nicht übel war. Drinnen im Stalle lag die mächtige Keule des Zyklopen aus grünem Olivenholz. Er hatte sie sich abgehauen, um sie zu tragen, wenn sie dürre geworden wäre. Uns erschien sie an Länge und Dicke dem Mast eines großen Schiffes gleich. Von dieser Keule hieb ich mir einen Pfahl von der Dicke wie ein Arm ihn umspannen kann, reichte denselben den Freunden und hieß sie in glatt schaben, dann schärfte ich ihn oben ganz spitz und brannte ihn in der Flamme hart. Diesen Pfahl verbarg ich mit aller Sorgfalt dem Miste, dessen es haufenweise in der Höhle gab. Dann losten meine Genossen, wer es wagen, sollte den Brandpfahl dem Ungeheuer mit mir ins Auge zu drehen, wenn es im Schlummer läge. Das Los traf gerade die vier tapfersten der Freunde, die ich mir selbst ausgewählt hätte und der fünfte war ich. Am Abend kam der grässliche Hirte mit seiner Herde heim. Diesmal ließ er nichts im Vorhof, sondern trieb alles miteinander in die Höhle. Vielleicht arg wöhnte er etwas oder schickte es auch, wie ihr bald hören werdet, ein Gott zu unseren Gunsten so. Übrigens fügte er wie bisher den Stein wieder in die Öffnung, tat alles wie sonst und fraß auch zwei aus unserer Mitte. Inzwischen sprach, da nimm Zyklop und trink, auf Menschenfleisch schmeckt der Wein vortrefflich. Du sollst auch erfahren, was für ein köstliches Getränk wir auf unserem Schiffe führten. Ich brachte ihn mit, um ihn dir zu spenden, wenn du Erbarmen mit uns trügest und uns heim ließest. Aber du bist ja ein ganz entsetzlicher Wütrich. Wie mag dich künftig ein anderer Mensch besuchen? Nein, du bist nicht billig mit uns verfahren. Der Zyklop nahm die Kanne, ohne ein Wort zu verlieren und lehrte sie mit durstigen Zügen. Man sah ihm das Entzücken an, in welches ihn die Süßigkeit und Kraft des Trankes versetzte. Als er fertig war, sprach er zum ersten Male freundlich, Fremdling, gib mir noch eins zu trinken und sage mir auch, wie du heiß ist, damit ich dich auf der Stelle mit einem Gastgeschenk erfreuen kann. Denn auch wir haben Wein hierzulande, wir Zyklopen. Damit du aber auch erfahrest, wen du vor dir hast, so wisse, Polyphemos ist mein Name. So sprach der Zyklop und gerne gab ich ihn von neuem zu trinken. Ja, dreimal schenkte ich ihm die Kanne voll und dreimal lehrte er sie in der Dummheit. Als ihm der Wein die Besinnung zu umnebeln anfing, sprach ich schlauer weise »Meinen Namen willst du wissen, Zyklop? Ich habe einen seltsamen Namen. Ich heiße der Niemand. Alle Welt nennt mich Niemand. Mutter, Vater hießen mich so und bei allen meinen Freunden bin ich so geheißen. Darauf antwortete der Zyklop »Nun sollst du auch dein Gastgeschenk erhalten, den Niemand, den verzehre ich zuletzt nach allen seinen Schiffsgenossen. Bist du mit der Gabe zufrieden, Niemand?« Diese letzten Worte lallte der Zyklop nur noch, lehnte sich rückwärts und taumelte bald ganz zu Boden. Mit gekrümmtem feistem Nacken dehnte er sich schnarchend im Rausch, ja, Wein und Menschenfleisch brach er in der Trunkenheit aus seinem Schlunde heraus. Jetzt steckte ich schnell den Pfahl in die glimmende Asche, bis er Feuer fing, und als er schon funkend sprühte, zog ich ihn heraus, und mit den vier Freunden, die das Los getroffen, stießen wir ihm die Spitze tief ins Auge hinab, und ich in die Höhle gerichtet, drehte den Pfahl wie ein Zimmermann einen Schiffsbalken durchbohrt. Wimpern und Augenbrauen versenkte die Glut bis auf die Wurzeln, daß es prasselte und sein erlöschendes Auge zischte wie heißes Eisen im Wasser, grauenvoll heulte der Verletzte auf, so laut, daß die Höhle von dem Gebrüll wiederhallte, und wir vor Angst bebend flüchteten in den äußersten Winkel der Grotte. Polyphem riß sich indessen dem Pfahl aus der Augenhöhle, von dem das Blut triefend herunter ran. Er schleuderte ihn weit von sich und tobte wie ein des Brüder die Zyklopen herbei, die im Gebirge umher wohnten. Diese kamen von allen Seiten heran, umstellten die Höhle und wollten wissen, was ihrem Bruder geschehen sei. Er aber brüllte aus der Höhle heraus, Niemand, niemand bringt mich um, ihr Freunde, niemand tut es mit Arglist. Als die Zyklopen das hörten, sprachen sie nun, wenn niemand dir etwas zu leide tut, wenn dich keine Seele angreift, was schreiest du denn so? Du bist wohl krank, aber gegen Krankheit haben wir Zyklopen keine Mittel. So schrien sie und eilten wieder davon. Mir aber lachte das Herz im Leibe. Der blinde Zyklop tappte indessen in seine Höhle umher, immer noch vor Schmerzen winselnd. Er nahm den Felsstein vom Eingange, setzte sich dann unter die Pforte und tastete mit den Händen herum, um einen jeden von uns zu fangen, der Lust hätte, mit den Schafen zu entwischen. Denn er hielt mich für so einfältig, dass ich es auf diese Weise angreifen würde. Ich aber kam inzwischen an tausenderlei Planen herum, bis ich den Rechten ausfindig machte. Es standen nämlich gemästete Widder mit dem dichtesten Fliese um uns her, gar groß und stattlich. Die verband ich ganz geheim mit den Ruten des Weidengeflechtes, auf welchem der Zyklop schlief, je drei und drei. Und der mittlere trug unter seinem Bauche immer einen von uns Männern, der sich an seiner Wolle festhielt, in dessen die beiden anderen wider rechts und links die heimliche Last beschirmend ein Heer trollten. Ich selber wählte den stattlichsten Bock, der hoch über alle anderen hervorragte, ihn faßte ich am Rücken, wälzte mich unter seinen Bauch und hielt die Hände fest in den gekräuselten Wollenflocken gedreht. So unter den Wittern hängend erwarteten wir mit unterdrückten Seufzern den Morgen. Er kam, und die männliche Herde sprang zuerst hüpfend aus der Höhle auf die Weide. Nur die Weibchen blückten noch mit strotzenden Eutern in den Ställen. Ihr Witterchen, was trabst du so langsam hinter der übrigen Herde aus der Höhle heraus? Du leidest ja sonst nicht, daß andere Schafe dir vorangehen. Du bist sonst immer der Erste bei den Wiesenblumen und am Bach und abends der allererste wieder im Stalle. Betrübt dich das ausgebrannte Auge deines Herrn? Ja, hättest du Gedanken und Sprache wie ich gewiß, du sagtest mir, in welchem Winkel sich der Frevler mit seinem Gesindel verbirgt, dann sollte mir sein Gehirn von der Höhlenwand spritzen und mein Herz wieder froh werden vom Leide, das der niemand über mich gebracht. So sprach der Zyklop und ließ den Widder auch hinausgehen. Nun waren wir alle draußen. So wie wir ein wenig von der Felskluft entfernt waren, machte ich mich zuerst von meinem Bocke los und löste dann auch meine Freunde ab. Wir waren unsere Leide nur noch sieben, umarmten uns mit herzlicher Freude und jammerten um die Verlorenen. Doch winkte ich ihnen, dass keiner laut weinen, sondern dass sie mit den geraubten Wittern sich schnell nach unseren Schiffen mit mir aufmachen sollten. Erst als wir wieder auf unseren Ruderbänken saßen und durch die Wogen dahin schifften, auf einen Heroldsruf vom Ufer entfernt, schrie ich dem am Uferhügel mit seiner Herde bergwärts hinanklimmenden Zyklop meine Spottrede zu. Nun, Zyklop, du hast doch keines schlechten Mannes Begleiter in deiner Höhle gefressen. Endlich sind dir deine Freveltaten vergolten worden und die Strafe des Zeus und der Götter hast du empfunden. Als der Wüterich dieses hörte, wurde sein Grimm noch viel größer. Er riß seinen ganzen Felsblock aus dem Gebirge heraus und warf ihn nach unserem Schiffe. Auch hatte er so gut gezielt, dass er das Ende unseres Steuerruders nur um ein Weniges verfehlte. Aber von dem niederstürzenden Block schwoll die Flut an und die rückwärts wallende Brandung riß unser Schiff wieder ans Gestade zurück. Mit aller Gewalt mussten wir die Ruder anstrengen, um dem Ungeheuer aufs Neue zu entfliehen und vorwärts zu kommen. Nun fing ich abermals an zu rufen, obgleich mich die Freunde, die einen zweiten Wurf befürchteten, mit Gewalt abhalten wollten. Höre, Zyklop, schrie ich, wenn dich je einmal ein Menschenkind fragt, wär dir dein Auge geblendet, so sollst du eine bessere Antwort geben, als du sie deinen Zyklopen erteilt hast. Sag ihm nur, der Zerstörer Trojas Odysseus hat mich geblendet, der Sohn des Laertes, der auf der Insel Ithaka wohnt, so rief ich. Heulend schrie der Zyklop herüber, wehe mir, so hat sich denn die alte Weissagung an mir erfüllt, denn einst befand sich unter uns ein Wahrsager mit Namen Telemos, des Eurymos Sohn, welcher hier im Lande der Zyklopen alt geworden ist. Dieser hat mir gewahrsagt, daß ich der Einst durch Odysseus das Gesicht verlieren sollte. Da meinte ich dann immer, es sollte ein stattlicher Kerl daherkommen, so groß und stark, wie ich selber einer bin, und sollte sich mit mir im Kampfe gemessen. Und nun ist dieser Wicht gekommen, dieser Weichling, hat mich mit Weine berückt und mir im Rausch das Auge geblendet. Aber komm doch wieder, Odysseus, diesmal will ich dich als Gast bewirten, will dir vom Meeresgott sicheres Geleite erflehen, denn wisse, ich bin der Sohn Poseidons, auch kann nur er und kein anderer mich heilen. Jetzt aber fing er an, zu seinem und kehrt er jemals zurück, endete er, so sei es wenigstens so spät, so unglücklich, so verlassen als möglich, auf einem fremden Schiffe, nicht auf dem eigenen und zu Hause treffe er nichts als Elend an. So betete er, und ich glaube, der finstere Gott hat ihn gehört. Auch ergriff er einen zweiten, noch viel größeren Felsblock und schleuderte ihn uns nach. Auch diesmal verfehlte er uns nur mein Weniges, doch widerstanden wir dem Gegenstoße der Flut und ruderten getrost vorwärts. Bald waren wir auch wieder bei der Insel angekommen, wo die übrigen Schiffe geborgen in der Bucht lagen und die Freunde schon lange traurig am Strande gelagert uns erwarteten. Sie empfingen uns, als wir anlandeten mit einem lauten Freudenrufe. Als wir verteilen, den Widder jedoch, unter dessen Bauche ich entflohen war, schenkten mir meine Genossen im Voraus von der Beute. Denselben brachte ich sogleich dem Zeus zum Opfer da und verbrannte ihm die Schenkel des Tieres. Der Gott verschmähte jedoch das Opfer und ließ sich von uns nicht versöhnen. Sein Beschluss war, dass unsere Schiffe alle und außer mir auch alle meine Freunde untergehen sollten. Doch davon hatten wir keine Ahnung. Wir saßen vielmehr den ganzen Tag, bis die Sonne ins Meer sank, vergnügt beieinander, schmausten und tranken, als wären wir aller Sorgen ledig. Dann legten wir uns am Strande zum Schlummer nieder und schliefen beim Wogenschlage ein. Sobald jedoch der Himmel sich wieder rötete, saßen wir auch schon alle auf Odysseus erzählt weiter Der Schlauch des Äolos Die Lästrigonen Kirke Hierauf gelangten wir an eine Insel, welche Äolos, der Sohn des Hypothes, ein vertrauter Freund der Götter bewohnte. Dieses Eiland war schwimmend in der Flut. Eine Eherne Mauer umgab dasselbe mit starrendem Erz und ihre Grundlage war ein glatter Fels, der rings um das Inselland herumlief. Dieser Äolos hatte in seinem Palaste sechs Söhne und sechs Töchter und feierte mit ihnen und er gatt ihn alle Tage ein Fest. Der gute Fürst beherbergte uns einen ganzen Monat und befragte uns recht eifrig über Troja, die Macht der Griechen und ihre Heimkehr. Über alles dieses gab ich ihm genaue Auskunft. Und als ich ihn endlich bat, unsere Heimfahrt zu befördern, bezeigte er sich in allem höchst willig und schenkte uns einen dick aufgeschwollenen Schlauch aus der Haut eines neunjährigen Stiers bereitet. In diesem waren sämtliche Winde eingeschlossen, die über die Erde dahin zu wehen pflegen. Denn Äolos war vom Vater Zeus zum Verwalter der Winde bestellt und hatte die Macht empfangen, welche Winde er wollte loszulassen und ihnen wieder Ruhe zu gebieten. Er selbst nun band uns den Schlauch mit einem glänzenden Seile von Silberfaden in meinem Schiffe fest und schnürte ihn so zusammen, dass auch nicht die kleinste Luft heraus konnte. Doch hat er sich darum der Winde nicht ganz entäußert, vielmehr von allen Gattungen noch genug zu Hause. Das zeigte er sogleich, denn als wir uns eingeschifft hatten, ließ er unseren Schiffen den sanftesten Westwind nachwehen, der uns schnell und leicht in die Heimat bringen sollte. Aber es wurde uns nicht so gut, sondern unsere eigene Torheit brachte uns in großes Unglück. Schon segelten wir neun Tage und Insel Ithaka, daß wir die Wachtfeuer des Ufers erblicken konnten. Da mußte mich müden Mann der Schlummer beschleichen, denn ich hatte mich unaufhörlich damit beschäftigt, das Segel meines Schiffes zu stellen, um desto schneller das Vaterland zu erreichen, und dieses Geschäft mochte ich keinem anderen anvertrauen. Während ich nun schlief, spannen meine Schiffsgesellen ein Gespräch darüber an, was wohl in dem Schlauch sein möchte, den mir der König Äolos zum Gast geschenk gegeben hätte. Da zeigte sich, daß sie alle in dem Wahn befangen waren, ich führe Silbers und Gold genug in dem Sacke bei mir, und endlich fing einer der Lüsternsten also an. Der Odysseus ist doch auch überall hoch geachtet und geehrt. Wie viel Beute hat er nicht nur vor gestanden haben, wir kehren sämtlich mit leeren Händen in die Heimat zurück. Jetzt hat ihm Äolos auch vollends ein Sack voll Silbers und Goldes gegeben. Wie wär's, wenn wir hineinguckten und auch erführen, wie viele Schätze da drin verborgen sind. Dieser böse Rat leuchtete den übrigen Gesellen sogleich ein. Der Schlauch wurde aufgelöst und kaum war das Band los, so brausten alle Winde miteinander daraus hervor und die Windbraut riß unsere Schiffe wieder hinaus in die offene See. Ich selbst fuhr über den Brausen aus dem Schlafe empor. Als ich das Unglück sah, das angerückt war, überlegte ich einen Augenblick bei mir, ob ich nicht lieber über Bord springen und mich in dem Abgrund begraben sollte. Doch faßte ich mich wieder und beschloss zu bleiben und alles, was da kommen konnte, zu ertragen. Die Wut der Orkane warf uns an die Insel des Äolos zurück. Hier ließ ich die Meinigen auf den Schiffen zurück und eilte mit einem einzigen Freund und dem Herolde in die Burg des Fürsten, den ich mit seiner Gemahlin und seinen Kindern gerade beim Mittagsmale traf. Sie staunten alle nicht wenig über unsere Zurückkunft. Als sie aber vollends die Ursache vernahmen, erhob sich der Verwalter der Winde zornig von seinem Sitze und rief mir entgegen, verruchter Mensch, offenbar verfolgt dich die Rache der Götter, einen solchen darf ich weder beherbergen noch geleiten, geh mir aus dem Hause Verworfener. Mit diesem Fluche jagte er mich den seufzenden von Dannen und schwermutsvoll schifften wir weiter. Meinen Gesellen schwand aller Mut beim Ruder. Es war schon wieder der siebente Tag vergangen und nirgends wollte sich ein Land zeigen. Endlich kamen wir an eine Küste und zu einer turmreichen Stadt. Die Letztere hieß Telepilos und war der Sitz der Lestrigonen. Das alles wussten wir jedoch noch nicht und von der Stadt erblickten wir auch nichts. Der Hafen in den wir einfuhren war vortrefflich eng geschlossen und von allen Seiten durch schroffe Felsen geschirmt so dass das Gewässer in der Bucht stets ruhig und wellenlos war. Ich knüpfte mein Schiff zuerst dem Hafen an erklomm das felsige Ufer und schaute mich auf den Stein zacken nach der Landseite gewendet um. Nirgends entdeckte ich gebautes Feld keinen Ackermann keine Stiere nur Rauch wie von einer großen Stadt sah ich den Himmel aufsteigen Da schickte ich zur Erkundigung zwei auserlesene Freunde voraus mit einem Herold Diese stiegen ans Land und fanden bald einen Weg der über eine Waldung der Anhöhen jenem Rauche zuging und sie endlich in die Nähe der Stadt führte Vor dieser begegneten sie einer wasserschöpfenden Jungfrau der rüstigen Tochter des Lestrigonen Königes Antiphates sie stieg eben zu der Quelle hinab wo die Einwohner ihr Wasser holten das Mädchen über dessen Größe sie sich nicht genug wundern konnten bezeichnete ihnen freundlich ihres Vaters Wohnung und gab ihnen die gewünschte Auskunft über Land Stadt und Beherrscher als sie nun aber in die Stadt und einen Palast kamen so erstarrten sie erst vor Entsetzen da stand die Gemahlin des Lestrigonen Königes vor ihnen so riesengroß wie der Gipfel eines Berges denn die Lestrigonen waren Riesen und Menschenfresser auch rief die Königin sogleich ihren Gemahl und dieser griff zum Gruße nach dem einen der Gesandten und befahl sogleich ihn für sich zum Abendessen zu zu rüsten die zwei anderen nahmen in der Todesangst die Flucht nach den Schiffen der König aber rief brüllend die ganze Stadt unter die Waffen und über tausend Lestrigonen lauter Riesen kamen heraus und schleuderten große Feldsteine nach uns so daß man auf den Schiffen nichts als das Geschrei Sterbender und das Zusammenkrachen der getroffenen Schiffsbalken hörte nur mein eigenes Schiff war von mir hinter einem Felsen so angebunden worden dass es die Steine nicht treffen konnten als nun die übrigen Schiffe am Versinken waren nahm ich von ihrer Mannschaft in dasselbe auf so viele meine Freunde noch unverletzt waren und entran mit ihnen auf meinem Schiffe unversehrt aus dem Hafen die anderen Fahrzeuge aber versanken mit einer Unzahl Toter und Sterbender in den Abgrund Nun fuhren wir auf dem einzigen Schiffe zusammengedrängt weiter und kamen wieder an eine Insel mit Namen Ayaya hier wohnte eine sehr schöne Halbgöttin ein Kind des Sonnengottes und der Okeanos Tochter Perse und Schwester des Königes Ayetes sie hieß Kirke und hatte einen herrlichen Palast auf der Insel wir aber wussten nichts von ihr wir fuhren in eine Bucht der Insel ein legten unser Schiff vor Anker und lagerten uns müde von der Anstrengung voll Verdruss und Betrübnis im Ufergrase Am dritten Morgen machte ich mich mit Schwert und Lanze bewährt auf das Land auszukundschaften Endlich ward ich einen Rauch gewahr und dieser stieg aus Kirkes Palast auf Doch ging ich nicht sogleich auf die Spur los sondern durch frühere Gefahren gewitzigt kehrte ich erst zu meinen Freunden zurück und sandte Späher aus Wir hatten auch alle schon lange keine genügende Nahrung zu uns genommen Da erbarmte sich auf meinem Rückwege der Götter einer über uns und schickte mir einen Hirsch der durstig aus dem Walde zum Bache hinunter in raschen Sätzen stürzte Ich erschoss ihn im Laufe indem ich ihn mit meiner Lanze mitten in das Rückgrat traf daß sie unten am Bauch wieder hervordrang Dann zog ich die Lanze mit dem Fuß auf das Tier gestemmt aus der Wunde machte mir ein Seil von Weiden Ruten band es dem Wild um die Füße und trug es so um den Nacken gehängt zu dem Schiffe in dem ich mich bei der ungewohnten Last unter dem Gehen auf meine Lanze stützen mußte Meine Begleiter fuhren freudig empor als sie die schöne Waldbeute auf meinen Schultern erblickten Geschwind wurde das Tier geschlachtet und ein Festschmaus angestellt indem wir was von Brot und Wein zu finden war auf dem Schiffe zusammensuchten Nun meldete ich ihn von dem Rauche den ich entdeckt hatte aber meine Freunde wurden ganz mutlos denn alle mußten an die Höhle des Zyklopen und an den Hafen des Lestrigonenköniges denken wo uns die Hoffnung beide mal so grausam irre geführt hatte ich allein blieb mutig unter ihren Tränen ich teilte alle meine Genossen so viel ihre mir geblieben waren in zwei Scharen und gab der einen mich selbst der anderen den Eurylochos zu Anführern dann schüttelten wir lose in einem ehrenen Helme das Los traf den Eurylochos und er mußte sich sofort mit zwei undzwanzig Genossen die ihm nur unter Seufzern folgten auf den Weg machen nach der Seite von welcher ich den Rauch hatte aufsteigen sehen diese Schar fand bald den herrlich aus behauenen Steinen aufgeführten Palast der Göttin Kirke Umzäunung des Hofes und vor der Pforte des Wohnhauses Wölfe mit spitzigem Gebiß und Löwen mit zottigen Mähnen umherwandeln sahen voll Angst erblickten sie die grässlichen Ungeheuer und dachten schon darauf wie sie sich aus dem unheimlichen Orte durch die schleunigste Flucht retten möchten aber bereits waren sie umringt von den wilden Tieren diese taten ihnen jedoch nichts zu Leide stürzten auch nicht wie solche Bestien pflegen mit einem Satze auf sie zu sondern sie näherten sich ihnen langsam und schmeichelnd und trugen ihre langen Schweife wedelnd aufgerichtet wie Hunde wenn sie dem Herrn entgegen gehen der ihnen gute Bissen von einem Schmause mitbringt es waren dies wie wir nachher erfuhren lauter durch die Zauberkünste Kirkes verwandelte Menschen da die Tiere ihnen nichts anhatten fassten meine Freunde wieder Mut und näherten sich der Pforte des Palastes aus diesem hörten sie die Stimme Kirkes die eine vortreffliche Sängerin war erschallen sie sang zu ihrer Arbeit denn sie saß eben über dem Gewebe eines großen wundervollen Gewandes wie es nur Göttinnen zu wirken verstehen der Erste der einen Blick in den Palast geworfen hatte und sich dieses Anblicks erfreute war der Held Polites der mir besonders befreundet war auf seinen Rat riefen unsere Freunde die Bewohnerin heraus und sie erschien auch wirklich freundlich an der Pforte und nötigte alle angekommenen herein mit Ausnahme ihres Führers Eurilochos der ein besonnener Mann war und durch die früheren Vorfälle gewarnt irgendeinen Betrug witterte Die Andern führte Kirke gar holzselig in ihren Palast ein und hieß sie auf hohen schmucken Sesseln Platz nehmen Als dann brachte man Käse Mehl Honig und herben pramnischen Wein herbei woraus ein Gericht köstlicher Kuchen von Kirke geknetet wurde Während dieser Arbeit aber mischte sie unvermerkt unheilbringende Säfte unter den Teig welche die Armen von Sinnen bringen und sie ihres Vaterlandes vergessen machen sollten und wirklich wurden sie alle miteinander so wie sie von der verführerischen Speise gekostet hatten in borstige Schweine verwandelt fingen an zu grunzen und wurden von der Zauberin samt und sonders in die Kufen getrieben hier ließ ihn Kirke statt der köstlichen Bissen Steineicheln und Kornellen wie anderen Schweinen zur Nahrung vorwerfen Eurilochos hatte von das alles zum Teil mit angesehen zum Teil geschlossen er eilte was er nur konnte zu unserem Schiffe zurück um das schreckliche Schicksal unserer Freunde mir und den zurückgebliebenen zu verkündigen als er aber bei uns ankam konnte anfangs kein einziges Wort hervorbringen weil ihm die entsetzliche Angst noch immer die Sprache raubte aus seinen Augen stürzten Tränen und seine Seele war Worte und erzählte das jämmerliche Schicksal der anderen Freunde auf diese Schreckensbotschaft warf ich augenblicks mir das Schwert um die Schultern und den Bogen darüber dann befahl ich ihm mich auf der Stelle den Weg nach dem Palaste zu führen er aber umschlang mir mit beiden Armen die Knie und flehte mich an zurückbleiben zu dürfen und selbst zurück zu bleiben glaube mir schluchzte er du kehrst weder selbst um noch bringst du einen der verlorenen Freunde zurück o lass uns von diesem verwünschten Strande fliehen ihm nun erlaubt dich zu bleiben ich selbst habe gehorchte der Notwendigkeit und ging auf dem Wege begegnete mir ein blühender Jüngling mit dem holdesten Reiz der Jugend geschmückt und streckte mir den goldenen Stab entgegen an welchem ich Hermes den Boten der himmlischen und sprach Armer was rennest du so aller Gegend unkundig durch das Wald Gebirg deine Freunde sind bei der Zauberin Kirke in Schweineställe gesperrt willst du gehen sie zu erlösen eher wirst du auch zu den anderen gesteckt werden nun wohl ich will dir ein Mittel an die Hand geben dich zu bewahren wenn du dieses Heilkraut bei dir trägst und mit diesen Worten grube eine schwarze Wurzel mit milchweiser Blüte aus dem Boden und nannte sie mir Moli so vermag ihr Betrug nicht dir zu schaden sie wird dir nämlich ein süßes Weinmus bereiten und ihre Zaubersäfte da rein mengen dieses Kraut aber wird sie verhindern dich in ein Vieh zu verwandeln wenn sie dich dann mit ihrem langen Zauberstabe berührt so reißt du dir nur dein scharfes Schwert von der Hüfte und renne auf sie los als wolltest du sie ermorden dann zwingst du ihr leicht einen heiligen Eid ab dass sie keinerlei Tücke an dir üben wolle du magst als dann ohne Gefahr bei ihr wohnen und ihr in allem zu willen sein und wenn ihr vertraut geworden seid wird Olymp zurückkehrend ich selbst eilte unruhig und nachdenklich dem Palaste der Zauberin entgegen auf meinen Ruf öffnete sie die Pforte und hieß mich freundlich eintreten was ich obwohl mit einem Herzen voll Ingrimm auch tat nun führte sie mich zu einem herrlichen Thronsessel rückte mir einen Schemel unter die Füße und mengte sofort in goldener Schale wirklich ihr Wein Verwandlung die auf der Stelle eintreten würde zu zweifeln berührte sie mich mit ihrem Stabe und sprach fort mit ihr in den Schweinestall zu deinen Freunden ich aber riß das Schwert von der Seite und rannte wie mordbegierig auf die Zauberin ein nun schrie sie laut auf warf sich zu Boden und umfasste meine Knie indem sie mir jammernd entgegen rief weh mir wer bist du gewaltiger den mein Trank nicht zu verwandeln vermag noch kein anderer sterblicher hat der stärke meines Zaubers widerstanden bist du vielleicht der erfindungsreiche Odysseus selbst dessen Ankunft wenn er von Troja zurückkehrte mir Hermes schon lange geweiss saget hat wenn du es bist so stecke dein Schwert in die Scheide und lass uns Freunde werden ich aber veränderte meine freundlich gegen dich erweisen soll da du meine Begleiter in deinem Hause zu Schweinen umgewandelt hast muss ich nicht vermuten dass du nur darum dich so zuvorkommend gegen mich beträgst um auch meinem Leibe irgendein Leid anzutun ich kann nur als dann dein Freund werden wenn du mir einen heiligen Eid schwörst mir auf keinerlei Weise schaden zu wollen die Göttin beschwur auf der Stelle was ich verlangte und nun war auch ich zufrieden und überließ mich sorglos der Nachtruhe frühmorgens waren vier Dienerinnen lauter schöne und edel geborene Nymphen damit beschäftigt die Seele ihrer Herrin in Ordnung zu bringen die eine bedeckte die Thronsessel mit herrlichen purpuren Polstern eine zweite stellte silberne Tische vor die Sessel und setzte goldene Körbe darauf die dritte mischte in einem silbernen Kruge den Wein und verteilte goldene Becher auf den Tischen umher von der vierten endlich wurde frisches Quellwasser herbeigetragen der Kessel auf den Dreifuß gesetzt und die Glut darunter geschürt bis das Wasser kochte dieses mußte mir zu einem erquickenden Bade dienen und als ich darauf gesalbt und angekleidet war sollte ich in Kirkes Gesellschaft das Morgenmal genießen aber obgleich reichliche Speisen vor mir auf meinem Tische standen streckte ich doch nicht die Hände danach aus sondern saß schweigend und kummervoll meiner schönen Wirtin gegenüber als diese mich endlich nach der Ursache meines stummen Grames fragte da sprach ich welcher Mann der noch ein Gefühl für Recht und Billigkeit hat könnte sich auch an Speise und Trank erfreuen solange er seine Freunde im genießen soll so lass mich meine lieben Genossen mit Augen sehen Kielke ließ sich nicht lange bitten sie verließ das Gemach ihren Zauberstab in der Hand draußen schloss sie die Türe des Kofens auf und trieb alle meine Freunde heraus die mich der ich inzwischen auch herbeigekommen war in der Gestalt neunjährige Schweine umwimmelten nun ging sie bei allen umher und bestrich jeden mit einem anderen Safte auf einmal schälten sie sich aus der borstigen Hülle und wurden alle zu Männern und zwar jünger und schöner als sie vorher gewesen waren freudig eilten sie auf mich zu und reichten mir die Hände als sie aber ihres elenden Schicksals gedachten fingen sie alle zu weinen und zu jammern an die Göttin sprach darauf schmeichelnd zu mir jetzt lieber hält habe ich ja deinen Willen getan tu nun mir auch den Gefallen und lass dein Schiff ans Ufer ziehen birg seine Ladung in den Felsen grotten des Ufers und lass es dir dann mit deinen lieben Genossen wohl bei mir sein ihre Schmeichelrede gewann mein Herz ich suchte das Schiff und die zurückgebliebenen Freunde auf die mich schon lange für tot beklagt hatten und nun und bei der Göttin ein zu kehren zeigten sich auch sogleich alle willig nur Euryloch aus wehrte die Genossen ab und sprach zu ihnen habt ihr denn ein gar so großes Verlangen nach eurem Verderben dass ihr in den Palast der Zauberin eingehen wollt die uns alle in Löwen Wölfe und Schweine verwandeln und zwingen wird in dieser scheußlichen Gestalt ihr als ich diese Schmähung hörte empfand ich einige Lust in mir das Schwert zu ziehen und ihm den Kopf vom Rumpfe zu schlagen obgleich er nahe mit mir verwandt war die Freunde sahen die Bewegung die ich machte fielen mir in den Arm und brachten mich zur Besinnung nun brachen wir alle auf und Euryloch selbst durch meine Drohung erschreckt weigerte sich nicht zu folgen sammelt da war ein weinen und umarmen und begrüßen die Göttin sprach allen Mut ein und tat uns so viel liebes dass wir von Tag zu Tag fröhlicher wurden und das ganze Jahr über bei ihr blieben wie aber nun das Jahr zu Ende ging riefen mich meine Begleiter und ermahnten mich endlich der Heimkehr eingedenk zu sein sie bewegten mir auch mit ihrer Rede das Herz und noch an dem selben Abend umfasste ich Kirkes Knie und flehte sie an Wort zu halten und mich wie sie mir anfangs gelobt hatte zur Heimat zu entsenden die Zauberin antwortete du hast recht Odysseus es geziemt mir nicht dich länger mit Zwang bei mir zu halten aber bevor du heim kommst müsst ihr doch noch einen Umweg machen ihr müßt das reich des Hades und der Persephone das Schattenreich besuchen und die Seele des blinden Greisen des thebanischen Propheten Theresias um die Zukunft befragen denn diesem ist auch im Tode noch sein voller Geist und die Sehergabe durch Persephone Gunst verblieben die Seele der anderen Toten sind alle nur wandelnden Schatten gleich als ich diesen Beschluss vernahm fing ich zu weinen und zu jammern an mir graute vor der Behausung der Toten und ich fragte wer mich denn geleiten sollte denn eine Schifffahrt in die Unterwelt hat noch kein sterblicher bei Leibes Leben unternommen laß dich die Sorge um das Geleite deines Schiffes nicht bekümmern antwortete die Göttin richte nur getrost den Mast in die Höhe und spanne die Segel aus der Nordwind wird euch schon hintreiben bist du einmal am gestartet des Okeanos des Stromes der die Erde umgürtet so landest du an einem niedrigen Ufer wo du Erlen Pappeln und Weiden Bäume beisammen erblickst dies ist der Hain Persephone dort ist auch der Eingang in die Unterwelt hier in einem Tale bei einem Felsen wirst eine Kluft finden durch welche der Weg in Opfer von Honig Milch Wein Wasser und Mehl da gelobst ihnen auch ein Schlachtopfer wenn du nach Ithaka heim kommst und noch außerdem dem Theresias einen schwarzen Widder dann opferst du noch zwei schwarze Schafe ein männliches und ein weibliches und blickst dem vereinigten Strome durch die Kluft in die Tiefe nach während deine Genossen die Tiere den Göttern verbrennen und zu ihnen beten da den Blute der toten Opfer kosten wollen du aber wehrest sie mit dem Schwerte ab und erlaubst ihnen nicht näher zu gehen bis du den Theresias befragt hast denn dieser wird bald herannahren und dir auch über deine Heimfahrt Aufschluss geben Odysseus erzählt weiter das Schattenreich die Sonne tauchte ins Meer fuhr Odysseus nach einer Pause fort den horchenden Verarken zu erzählen als wir von einem wunderbaren Fahrwinde vorwärts getrieben am Ende der Welt beim Gestade der Chimeria das in ewigem Nebel liegt und von den Sonnenstrahlen niemals beleuchtet wird am Strome Okeanos der die Welt umgürtet anlangten wir kamen an den Fels und die Zusammenströmung der Totenflüsse wie es uns Kirke bezeichnet hatte und opferten ganz nach ihrer Vorschrift sowie das Blut aus den Gurgeln der Schafe in die Grube floss tauchten tief aus der Unterwelt die Seelen der abgeschiedenen nach der Felsengluft empor in welcher wir uns den Strom zur Seite befanden Jünglinge und Greise Jungfrauen und Kinder kamen auch viele Helden mit klaffenden Wunden und den blut besudelten Rüstungen scharenweise mit hohlem grausenvollen Stöhnen umflatterten sie nach Art der Schatten die Opfergrube so dass mich ein Entsetzen ankam schnell ermahnte ich die Genossen nach Kirkes Rat die geopferten Schafe zu verbrennen und zu den Göttern zu flehen ich selbst riß das Schwert von der Hüfte und wehrte den Luft gebilden vom Opferblute zu lecken bevor ich den Theresias befragt hätte zu allerersten und nahte sich mir die Seele meiner Mutter der herrlichen Antikleia die ich noch lebend verlassen hatte als ich gegen Ilios aufbrach sprachlos ließ sie sich nieder auf das Blut starrend ihren Sohn achtete und erkannte sie nicht nun erschien die Seele des Thebaners Theresias einen goldenen Stab in der Rechten er erkannte mich sogleich und hub an edler Sohn des Laertes was Sonnenlicht zu verlassen und diesen Ort des Entsetzens zu besuchen aber ziehe nur dein gezücktes Schwert von der Grube zurück damit ich von dem Opferblute trinke und so in den Stand gesetzt werde dir dein Schicksal zu weiss sagen ich wich bei diesem Worte von der Grube und stieß mein Schwert in die Scheide nun trank der Schatten von dem schwarzen Blut und fing alsbald zu Wahrsagen an du forschest bei mir Odysseus nach einer fröhlichen Heimkehr ins Vaterland aber ein Gott wird sie dir schwer machen und du kannst dich der Hand des Erderschütterers nicht entziehen du hast ihn schwer dadurch beleidigt dass du seinem Sohne Polyphemos das Auge geblendet hast dennoch soll dir die Rückkehr nicht ganz abgeschnitten sein halte nur dein und deiner Genossen Herz im Zaume zuerst lande dir auf der Insel Trinakia wenn ihr dort die heiligen Rinder und Schafe des Sonnengottes unberührt lasse so dürfte euch die Heimfahrt wohl gelingen verletze dir sie aber dann weiss er ich deinem Schiff und deinen Freunden verderben wenn du selbst auch entrinnest so kommst du spät elend und einsam in die Heimat auf einem fremden Schiff auch dort findest du nur Jammer übermütige Männer die dein Gut verprassen und um dein Weib Penelope freien wenn du diese sei es mit List oder Gewalt bezwungen oder getötet und ruhiges ein Ruder auf die Schulter und wandere immer fort und fort bis du zu Menschen kommst die das Meer nicht kennen keine Schiffe haben ihre Speise mit keinem Salze würzen und wenn dir dort in der Fremde ein Wanderer begegnet und dir sagt du tragest des Worflers Schaufel auf dem Rücken dann stoße das Ruder in die Erde bring dem Poseidon ein Opfer und wandere wieder heim endlich würd dich während ein Reich blüht ein friedlicher Greisentod fern vom Meere hinweg nehmen dies war der Inhalt seiner Weissagung ich dankte dem Seher und fragte ihn weiter sage mir jetzt dort sitzt der Schatten meiner Mutter wie mache ich es ehrwürdiger Greis dass sie mich erkenne vergönne ihr nur erwiderte der Seher vom Opferblute zu trinken so wird sie ihr schweigen bald brechen da wich ich von der Grube mit dem Schwerte zurück und die Mutter trank urplötzlich erkannte sie mich heftete ihr tränendes Auge auf mich und sprach lieber Sohn wie kamst du lebendig in die Todesnacht herab haben dich der Ozean und die anderen furchtbaren Ströme nicht gehindert irrest du immer seit Trojas Fall umher und kommst nicht von deiner Heimat Ithaka nachdem ich hierüber Aufschluß gegeben hatte befragte ich die Mutter über ihren Tod denn ich hatte sie lebend verlassen als ich Kind Roja zog auch 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 es sonst bei uns zu hause stehe fragte ich sie mit pochendem Herzen und der Schatten erwiderte deine Gattin nach der du so ängstlich fragst weilt in deinem Hause mit unerschütterlicher Treue und Tag und Nacht weint sie um dich deinen Zepter führt kein anderer sondern dein Sohn Telemach verwaltet dein Gut dein Vater Laertes hat sich aufs Land zurückgezogen und kommt nie mehr in die Stadt dort schläft er nicht in einer Fürstenkammer nicht in einem weichen Bette neben dem Herdfeuer liegt er wie andere Knechte auf dem Stroh in ein schlechtes Kleid gehüllt den ganzen Winter über im Sommer bettet er sich unter freiem Himmel auf ein Bündel reiß ich das alles tut er aus Jammer über dein Geschick ich selbst bin dem Gram über dich mein lieber Sohn erlegen und keine Krankheit hat mich dahin gerafft so sprach sie und machte mich vor Sehnsucht erbeben als ich sie aber in die Arme schließen wollte zerstob sie wie ein Traumbild nun kamen andere Schatten daher viele Gattinnen berühmter Helden sie tranken alle von dem Opfer Blut und erzählten mir ihre Geschicke als die Frauen nacheinander wieder verschwunden waren ward mir ein Anblick zuteil der mir das Herz im Busen bewegte es kam nämlich die Seele des Völkerfürsten Agamemnon heran schwermütig bewegte sich der große Schatten nach der Opfergrube und trank von dem Blute da blickte er auf erkannte mich und fing an zu weinen vergebens streckte er die Hände aus mich zu erreichen in den Gliedern war keine Spannkraft er sank zurück zur Ferne und antwortete von dort aus auf meine sehnlichen Fragen edler Odysseus sprach er mich hat nicht wie du wähnst der Zorn des Meeres Gottes verderbt nicht Feinde auf der Feste haben mich bezwungen wie man mich mein Weib Tytemnestra mit ihrem Buhlen Ägist im Bade erschlagen mich der ich in die Heimat voll Sehnsucht nach Frau und Kindern gekommen war darum rate ich die Odysseus zeige dich nicht allzu gefällig gegen die Gattin vertraue ihr aus Zärtlichkeit nicht ein jegliches Geheimnis an doch du hast ein verständiges und tugendhaftes Weib du Glücklicher und das Knäblein das an ihrer Brust lag als wir Griechenland verließen dein Telemach wird als Jüngling voll herzlicher voll kindlicher Liebe seinen Vater empfangen mein ruchloses Weib hat mir nicht einmal gegönnt die Augen an dem Anblicke meines Sohnes zu laben bevor sie mich ermordete dennoch rate ich dir heimlich und nicht öffentlich am Gestade Ithakas zu landen denn keinem Weibe ist zu trauen mit diesem finstern Worte wandte sich der Schatten um und verschwand auch die anderen Seelen der Abgeschiedenen die inzwischen von der Blute getrunken hatten standen mir nun rede nur der Schatten des Ajax den ich einst im Streit um die Waffen des Achill besiegt und der sich deswegen entleibt hatte stellte sich seitwärts und zürnte mit sanften Worten redete ich ihn an aber der Schatten antwortete nichts sondern ging ins Dunkel zu anderen abgeschiedenen Seelen und nun kam noch ein ganzes Gedräng anderer Heldenseelen gerne hätte ich den Theseus und seinen Freund Peritos heraus erkannt aber bei dem grausenvollen Getöse der unzähligen Scharen kam mich plötzlich eine solche Furcht an als streckte mir die Meduse ihr Gorgonen Haupt entgegen eilig verließ ich mit meinen Genossen die Kluft und wandte mich wieder dem Gestade des Okeanos und unserem Schiffe zu Odysseus erzählt weiter die Sirenen Skylar und Charybdis Trinakia und die Herden des Sonnengottes Schiffbruch Odysseus bei Kalypso Nachdem wir von Kirke sehr freundlich empfangen und bewirtet worden waren fuhren wir von ihr vor allerlei Gefahren gewarnt und reichlich mit Lebensmitteln versorgt weiter Das erste Abenteuer das wir zu bestehen hatten und von welchem uns Kirke geweiß sagt erwartete uns am Eilande der Sirenen Dieses sind sangreiche Nymphen die jedermann bezaubern der auf ihr Lied horcht Am grünen Gestade sitzen sie und singen ihre Zauberlieder dem Vorüberfahrenden zu Wer sich zu ihnen hinüberlocken lässt ist ein Kind des Todes und man sieht deswegen an ihrem Ufer moderndes Gebein genug umherliegen Bei der Insel dieser verführerischen Nymphen angekommen hielt unser Schiff Stille denn der Fahrwind der uns bisher Gelinde vorwärtsgetrieben hörte mit einem Mal aufzuwehen und das Gewässer schimmerte wie ein Spiegel Meine Begleiter nahmen die Segel von den Stangen falteten sie zusammen legten sie im Schiffe nieder und setzten sich ans Ruder um das Schiff so vorwärts zu bringen Ich habe gedacht an das Wort das Kirke die mir dieses alles voraussagte gesprochen hatte Wenn du an die Insel der Sirenen kommst und ihr Gesang euch droht so verklebe die Ohren deiner Freunde mit Wachs da sie nichts hören Begehrst du aber selbst ihr Lied zu vernehmen so befiehl daß man dich an Händen und Füßen gefesselt an den Mastbinde und je sehnlicher du deine Freunde bittest dich loszubinden desto fester sollen sie die Seile schnüren Daran dachte ich jetzt zerschnitt eine große Wachsscheibe und knetete sie mit meinen nervigten Fingern das weiche Wachs strich ich so dann meinen Reisegenossen in die Ohren sie aber banden mich auf mein Geheiß aufrecht unten an den Mast dann setzten sie sich wieder an die Ruder und trieben das Fahrzeug getrost vorwärts als die Sirenen dieses Heranschwimmen sahen standen sie in der Gestalt reizender Mäglein am Ufer und stimmten mit wundersüßer Kehle ihren hellen Gesang an der also lautete komm preisvolle Odysseus erhabener Ruhm der Achaia lenke das Schiff ans Land um unsere Stimme zu hören denn noch ruderte keiner vorbei im dunklen Schiffe eh er aus uns unserem Munde die Honigstimme gehöret jener Sodan kehrt fröhlich zurück und mehreres wissend denn wir wissen dir alles wie viel in den Ebenen Trojas Argos Söhn und die Troer vom Rat der Götter geduldet alles was irgend geschah auf der vielernährenden Erde so sangen sie mir aber schwoll das Herz im Busen vor Begierde sie zu hören ich winkte meinen Freunden mit dem Kopf für mich loszubinden aber sie mit ihren Taubenohren stürzten sich nur umso rascher aufs Ruder und zwei von ihnen Eurylochos und Perimedes kamen herbei und legten mir wie ich früher befohlen hatte noch viel stärkere Stricke an und schnürten auch die alten fester zusammen erst als wir glücklich vorübergesteuert und ganz außer den Bereichen der Sirenenstimmen waren nahmen meine Freunde sich selbst das Wachs aus den Ohren und mir lösten sie die Fesseln wieder ich aber dankte ihnen herzlich für ihre Beharrlichkeit kaum waren wir etwas vorwärts gerudert als ich von ferne Wasserstaub und eine mächtige Brandung gewahr wurde das war die Charybdis ein täglich dreimal unter einem Fels hervorquellender und wieder zurückwallender Strudel der jedes Schiff verschlingt das in seinen Rachen gerät meine Begleitern fuhren die Ruder vor Schrecken aus der Hand sie flossen dem Strome nach und das Fahrzeug stand stille ich selbst sprang von meinem Sitze auf durch eilte das Schiff und sprach den Freunden von Mann zu Mann gehend Mut ein lieben Freunde sagte ich wir sind ja keine Neulinge in den Gefahren was auch kommen mag ein größeres Leid als in der Höhle des Zyklopen kann uns nicht betreffen und doch half euch dort meine Klugheit hinaus darum gehorchet mir nur alle bleibt fest auf euren Bänken sitzen und schlaget mutig mit den Rudern auf die Brandung los ich denke Zeus hilft uns durch schleunige Flucht aus dieser Not du aber Steuermann nimm alle deine Besinnung zusammen und lenke das Schiff durch Schaum und Brandung Strudel geratest so hatte ich die Freunde vor dem Strudel Charybdis gewarnt von welchem mir Kirke erzählt hatte aber von dem Ungeheuers Külla das gegenüber drohte schwieg ich noch weislich ich fürchtete die Genossen möchten mir vor Schrecken wieder die Ruder fahren lassen und sich im inneren Schiffsraume zusammendrängen eines anderen Gebotes hatte ich jedoch vergessen das Kirke mir auch gegeben sie hatte mir nämlich verboten mich zum Kampfe mit diesem Ungeheuer zu rüsten ich hüllte mich aber in meine volle Waffen Rüstung nahm zwei Speere in die Hand und stellte mich so aufs Verdeck um dem herankommenden Ungeheuer zu begegnen aber obgleich mir die Augen vom Umherschauen schmerzten konnte sie mein Blick doch nicht entdecken und so fuhr ich den voll geschildert sie ist kein sterblicher Gegner vielmehr ein unsterbliches Unheil tapferkeit vermag nichts gegen sie die einzige Rettung ist ihr zu entfliehen sie wohnt gegenüber der Charybdis in einem sein spitzes Haupt in die Wolken steckenden Fels ewig von dunkelem Gewölk umfangen von keinem Sonnenstrahler leuchtet und ganz aus glattem Gesteine aufgetürmt mitten in diesem Fels ist eine Höhle schwarz wie die Nacht in dieser Haus dies külla und gibt ihre Gegenwart nur durch ein fürchterliches bellen kund welches über die Flut herüber halt wie das geschrei eines neugeborenen Hundes dieses ungeheuer hat zwölf unförmliche Füße und sechs Schlangen hälse und auf jedem derselben grinste ein scheußlicher Kopf mit drei dichten Reihen von Zähnen die sie fletscht ihre Opfer zu zermalmen halb ist sie einwärts in die Fels kluft hinab gesenkt ihre Häupter aber streckt sie schnappend aus dem Abgrunde hervor und fischt nach Seehunden Delfinen und wohl auch größeren Tieren des Meeres noch nie hat sich ein Schiff gerühmt ohne Verlust an ihr vorüber gekommen zu sein gewöhnlich hat sie esigst der Schiffer versieht in jedem Rachen einen Mann zwischen den Zähnen den sie aus dem Schiffe geraubt hat dieses Bild hatte ich vor meiner Seele und spähte vergebens umher indessen waren wir mit dem Schiffe ganz nahe an die Charybdis geraten die die Meeresflut mit ihrem gierigen Rachen einschlürfte und wieder ausspie die brauste wie ein Kessel über dem Feuer und als sie dann die Wogen wieder hinunterschluckte senkte sich das trübe Wassergemisch ganz in die Tiefe der Fels donnerte und man konnte in einen Abgrund von schwarzem Schlamm hinuntersehen während nun unsere Blicke mit starrem Entsetzen auf dieses Schauspiel gerichtet waren und wir unwillkürlich mit dem Schiffe zur linken auswichen waren wir plötzlich der bisher nicht entdeckten Sküller zu nahe gekommen und ihre Rachen hatten auf einen Zug sechs meiner tapfersten Genossen vom Bord hinweg geschnappt ich sah sie mit schwebenden Händen und Füßen zwischen den Zähnen des Ungeheuers hoch in die Lüfte gezückt noch aus seinen Rachen herauf riefen sie mich Hilfe flehen bei Namen einen Augenblick darauf waren sie zermalmt so viel ich auf meiner Irrfahrt erduldet habe ein jammervollerer Anblick ist mir nicht geworden jetzt aber waren wir auch glücklich zwischen dem Strudle Charybdis und dem Felsen des Küller hindurch die von der Sonne glänzende Insel Trinakia lag vor uns und noch auf dem Meere hörten wir das Gebrüll der heiligen Rinder des Sonnengottes und das Blöken seiner Schafe durch so viel Unglück gewitzigt dachte ich auf der Stelle an die Warnung des blinden Theresias in der Unterwelt und kündigte den Genossen an dass er und Kirke mich gewarnt die Insel des Helios zu fliehen weil uns dort noch das allerjämmerlichste Schicksal bedrohe diese Erklärung betrübte meine Begleiter über die Maßen und Eurylochus sagte ärgerlich du bist doch ein grausamer Mann Odysseus ganz von Stahl und hast kein Gelenk im Nacken wie willst du im Ernst uns den von Anstrengung und Ermüdung entkräftigten nicht gönnen einen Fuß ans Land zu setzen und uns auf dieser Insel mit Speise und Trank zu erquicken sondern blindlings sollen wir in der Stille der Nacht hinausfahren durch die schwarzen Meer einöden wenn nun plötzlich im Dunkel der unbändige Südwind oder der pfeifende West herangewirbelt käme lass uns wenigstens diese finstere Nacht am Ufer vor Anker gehen das uns so gastlich zuwinkt wie ich diesen Widerspruch hören mußte da merkte ich wohl daß ein feindseliger Gott Böses über uns beschlossen hatte ich sagte daher nur Eurilochos es ist keine Kunst mich zu zwingen den einzelnen Mann eurer so viele so gebe ich euch denn nach aber einen heiligen Schwur müßt ihr mir tun dem Sonnengotte kein Rind oder auch nur ein Schaf abzuschlachten wenn ihr etwa seiner Herden ansichtig werden solltet begnüge sich vielmehr jeder mit der Kost mit der uns die gute Kirke versorgt hat diesen Eid leisteten mir alle willig darauf ließen wir das Fahrzeug in eine Bucht einlaufen aus der sich süßes Wasser in die gesalzene Flut ergoss alle stiegen aus dem Schiff und es währte nicht lange so war das Nachtessen bereit nach dem Male beweinten wir die Freunde welche von der Sküller verschlungen worden waren aber mitten unter den Tränen überwältigte uns müde Seefahrer der Schlummer es mochte noch ein Drittel der Nacht übrig sein als Zeus einen entsetzlichen Sturm sandte so dass wir mit der Morgenröte eilig unser Fahrzeug in eine Meer Grotte in Sicherheit brachten noch einmal warnte ich die Genossen vor dem Rinder Morde denn bei der ungestümen Witterung sahen wir einem längeren Aufenthalt und Wein übrig war hatte es keine Not als wir aber alle Nahrung aufgezehrt hatten und der Hunger bei uns sich einstellte gingen meine Begleiter anfangs auf den Fisch und Vogelfang aus und ich selbst machte auch einen Ausflug längst im Ufer ob mir kein Gott oder kein Sterblicher begegnen möchte der mir einen Ausweg aus dieser Not anzeigte als ich weit genug von den Freunden entfernt war und mich ganz in der Einsamkeit sah wusch ich meine Hände um sie rein empor strecken zu können in der Flut warf mich demütig auf die Knie und flehte zu allen Göttern um Rettung sie aber schickten mir einen wohltätigen Schlummer während ich nun so ferne war erhob sich Eurylochos unter meinen Begleitern und gab ihnen einen verderblichen Rat hört mein Wort sprach er schwer bedrängte Freunde zwar ist jeder Tod den Menschen schreckhaft aber das entsetzlichste Geschick ist doch der Hungertod wohl an was bedenken wir uns die schönsten von den Rindern des Helios den Göttern zu opfern und uns am übrig bleibenden Fleische zu sättigen sind wir nur glücklich nach Ithaka gekommen so wollen wir den Gott schon versöhnen und ihm einen herrlichen Tempel bauen auch köstliche Weihgeschenke darin aufstellen schickt er uns aber im augenblicklichen Zorn einen Sturm zu und bohrt unser Schiff in den Grund nun so will ich lieber in einem Augenblick meinen Atem die Fluten verhauchen als so jämmerlich auf dieser einsamen Insel verschmachten dies Wort gefiel meinen hungrigen Genossen sogleich machten sie sich auf trieben die allerbesten Rinder von der Herde des Sonnengottes herbei die in der Nähe grasten und nachdem sie zu den Göttern gefleht schlachteten sie dieselben weideten sie aus und brachten die Eingeweide mit den in Fett eingewickelten Lenden den Unsterblichen dar Wein zum Trankopfer hatten sie keinen weil allerlängst verzehrt war die Eingeweide und Schenkel wurden daher nur mit Quellwasser besprengt die reichlichen Überreste steckten sie an Spieße und eben setzten sie sich zum Male als ich dem die Götter den Schlaf wieder von den Augenlidern geschüttelt herankam und mir der Opferduft schon von Weitem entgegend dampfte da jammerte ich zum Himmel empor o Vater Zeus und der anderen himmlischen zum Fluche habt ihr mich in Schlummer gesenkt denn welcher Tat haben sich meine Freunde vermessen während ich schlief inzwischen war dem Sonnengotte durch eine dienende Göttin schon die Nachricht von dem großen Frevel zugekommen der an seinem Heiligtume verübt worden war zornig trat er in den Kreis der Olympischen und klagte in die Unbill Zeus selbst fuhr zürnend von seinem Throne auf als er solches hörte zumal da Helios drohte den Sonnenwagen zum Hades hinab zu Lenken und der Erde nicht mehr zu leuchten wenn die Verbrecher nicht zur vollen Strafe gezogen würden leuchte du sagte zu ihm Zeus immerhin den Göttern und den Menschen Helios ich will den verfluchten Räubern ihr Schiff bald mit meinem Donnerkeil treffen daß es in Trümmer gehe und zerschmettert in den Abgrund versinke diese Worte des Zeus hat mir die edle Göttin Kalypso gemeldet welche die Untat durch ihren Freund den Götterboten Hermes erfahren hat als ich nun bei dem Schiff und den Genossen angekommen fuhr ich sie an und schalt sie im tiefsten Unmut leider aber war alles zu spät und die Rinder lagen geschlachtet vor mir aber entsetzliche Wunderzeichen bezeugten den geschehenen Frevel die Häute grochen umher als wären sie lebendig das rohe und gebratene Fleisch an den Spießen brüllte wie Rinder zu Brüllen pflegen doch meine hungrigen Begleiter kehrten sich daran nicht sechs Tage hintereinander schmausten sie erst am siebenten Tage als alles Ungewitter vorüberschien stiegen wir wieder zu Schiffe und fuhren in die offene See hinaus als wir dahin steuerten und das Land schon längst aus den Augen verloren hatten breitete Zeus ein schwarz-blaues Gewölk gerade über unsere Häupter aus und das Meer unter uns wurde immer dunkler plötzlich brach ein wütender Orkan aus Westen auf uns los beide Taue des Mastbaumes zerrissen dass derselbe krachend rückwärts sank und alles gerät auf das Schiff schleuderte die ganze Last stürzte dem am Steuerende sitzenden Piloten auf den Kopf und zerkrachte ihm den Schädel so dass er wie ein Taucher ins Meer hinab sank und die Wellen den Leichnam verschlangen jetzt fuhr ein Blitz mit knallendem Donner auf das Schiff hernieder und durchschmetterte es dass es voll von Schwefeldampf wurde meine Freunde stürzten aus dem Fahrzeug und zappelten wie schwimmende Krähen um das Schiff her wogten auf und nieder und versanken endlich alle bald war ich ganz allein auf dem Schiffe und irrte darauf umher bis die Flanken sich vom Kiel ablösten der liegende Mastbaum krachte vollends hernieder auf den entblößten Kiel und so fuhr das offene Wrack dahin ich hatte indessen die Besinnung nicht verloren ergriff ein ledernes Seil das noch an dem Mast herunter hing und band damit Mast und Kiel zusammen dann setzte ich mich darauf und ließ mich in der Götternamen von dem tobenden Sturme dahinschleudern endlich hörte der Orkan zu wüten auf und der West legte sich darüber hub sich aber der Südwind und versetzte mich in neue Angst denn nun war ich in Gefahr der Skylar und Charybdis wieder zugetrieben zu gewahr wurde und die grässliche aus und einsprudelnde Charybdis gegenüber erblickte diese verschlang als ich bei ihr angekommen war augenblicklich mit ihrem strudel den Mast ich selbst ergriff die Äste eines von ihrem Fels überhangenden Feigenbaums schmiegte mich daran und hing da in der freien Luft wie eine Fledermaus so schwebte ich über der Charybdis bodenlos bis Mast und Kiel aus ihrem Schlunde wieder hervorsprudelten diesen Augenblick ersah ich war mit einem Sprung wieder auf meinem alten Sitz und ruderte nun auf dem schmalen Kiele mit den Händen auf dem Wirbel fort dennoch wäre ich verloren gewesen wenn Zeus Gnade meine Balken nicht von dem Fels der Skyla abgelenkt und glücklich aus dem durchwogten Felsenschlunde hinausgeleitet hätte neun Tage trieb ich auf Kalypsos Insel Ogigia diese Heere Göttin pflegte und erquickte mich doch warum will ich euch davon erzählen habe ich doch schon gestern dir edler König und deiner Gemahlin dies mein letztes Abenteuer berichtet Odysseus verabschiedet sich von den Verarken Odysseus hatte geschlossen und ruhte von seiner langen Erzählung aus die Verarken die mit Entzücken zugehört waren alle noch in seiner Rede versunken und schwiegen auch endlich brach Alkinos das Stillschweigen und sprach heil dir edelste der Gäste den mein Königshaus jemals aufgenommen hat da du in meiner Wohnung eingekehrt bist so hoffe ich du werdest nicht mehr vom rechten Wege in die Heimat abirren und bald im Hause deiner Väter alles Höret nun auch ihr lieben Freunde und beständige Gäste meines Palastes in einer schönen Lade liegen bereits herrliche Kleidungsstücke für unseren edlen Gast bereit dazu künstlich gearbeitetes Gold und manches andere Geschenk das ich und die Fürsten unter euch ihm bestimmt haben hierzu füge ein jeder von uns noch einen großen Dreifuß und ein Becken die Volksversammlung wird uns für diese großen Geschenke die freilich dem Einzelnen schwerfallen würden genügend entschädigen allen gefiel diese Rede und die Versammlung der Gäste wurde aufgehoben Am anderen Morgen brachten die Verhaken sämtliche Erzgeschenke auf das Schiff und Alkinos selbst stellte sie sorgfältig unter die Bänke damit die Ruderer nicht dadurch gehindert würden Hierauf kehrten die Freunde miteinander in den Palast des Königes zurück und dort wurde das Abschiedsmal gerüstet Nach dem Opfer das Zeus von dem geschlachteten Rinde dargebracht wurde begann der Festschmaus und der von allem Volk hochgeehrte blinde Sänger Demodokos sang herrliche Lieder dazu Odysseus aber war mit seiner Seele nicht gegenwärtig oft schaute durch die Fenster des Saales nach dem Stand der Sonne und wünschte sehnlich ihren Untergang so sehnlich wie einen Bauern der den ganzen Tag über dem Pflug durch seinen Acker gelenkt hat nach der Abend Kost verlangt und endlich sprach er ohne Scheu zu seinem königlichen Wirt gepriesener Held Alkinaos geuß das Trankopfer aus und entlasse mich du hast ja schon getan was meines Herzens Wunsch ist die Geschenke liegen auf meinem Schiffe die Fahrt ist bereit mögen die himmlischen dich segnen möge ich mein Weib untadelhaft zu Hause finden und Kind Verwandte und Freunde wohl behalten in seinen Wunsch stimmten alle Verarken laut und von Herzen ein Alkinos befahl dem Herold de Pontonos allen Gästen umher die Becher noch einmal zu füllen nun stand jeder von seinem Sitze auf und wie auf einen Wink brachten sie das Trankopfer für ihres Gastes glückselige Rückkehr den olympischen Göttern dar da hub sich Odysseus reichte seinen Becher der Königin Arete und sprach lebe wohl für immer hohe Königin bis dich Alter und Tod die allen Menschen bevorstehen langsam beschleichen ich kehre jetzt heim freue du dich zu Hause deiner Kinder deines Volkes und deines edlen Gemahls so sprach Odysseus und verließ die Schwelle des Palastes auf des Königes Befehl der ihm scheidend die Hand mit herzlichem Drucke gereicht geleitete ihn ein Herold und auf Aretes geheiß drei Dienerinnen bis ans Schiff die eine trug die schönen Gewande Mantel und Leibrock die andere die verschlossene Lade die dritte Speise und Wein alles wurde wohl im Schiffe geborgen auf dem Verdeck aber wurde ein zottiges Fell und Leinwand darüber ausgebreitet da stieg Odysseus schweigend ein und legte sich darauf zum Schlummer nieder die Ruderer setzten sich auf die Bänke das Schiff ward losgebunden und wogte fröhlich unter dem Schlage der Ruder dahin Odysseus kommt nach Ithaka der Schlummer des Odysseus war süß aber auch so tief wie der Tod das Schiff flog schnell und sicher dahin wie ein Wagen mit vier Hengsten durch die Ebene oder wie ein Habich durch die Luft fliegt es war als wüsste es welch einen Schatz es an einem Mann trage der in Klugheit mit den himmlischen Wett eiferte und mehr Leiden erduldet hatte als irgendein Sterblicher Jetzt aber hatte er im ruhigsten Schlafe alles vergessen was er jemals in Schlachten und auf den Meereswellen Herbes erfahren Als der Morgenstern am Himmel stand und den Tag ankündigte steuerte das Schiff in vollem Lauf schon auf die Insel Ithaka zu und bald lief es in die sichere Bucht ein welche dem Meeresgotte Forkis gewidmet war Zwei Landspitzen mit gezackten Felsen laufen hier zu beiden Seiten in das Meer hinaus und bildeten für die Schiffe einen sicheren Hafen Im Mittelpunkt der Bucht stand ein schattiger Ölbaum und neben demselben war eine liebliche Grotte in deren tiefer Verdämmerung mehr Nymphen ihren Wohnsitz hatten In derselben standen steinerne Krüge und Urnen gereiht in welchen Bienen Honig bereiteten Auch Webstühle von Stein konnte man da sehen mit purpuren Fäden bezogen welche die Nymphen zu wundervollen Gewanden woben Zwei nie versiegende Quellen rannen durch die Grotte die einen gedoppelten Eingang hatte gegen Mitternacht für die Menschen gegen Mittag eine verborgene Pforte für die unsterblichen Nymphen welche nie ein sterblicher betrat Bei dieser Höhle landeten die Veraken hoben den schlummernden Odysseus mitsamt Teppich und Polster aus dem Schiff und legten ihn vor der Grotte unter dem Ölbaum im Sande nieder Hierauf wurden auch alle die Gaben ausgeschifft welche ihm Alkinos und seine Fürsten als Geschenke mitgegeben und sie legten alles sorgfältig seitwärts vom Wege damit nicht etwa ein vorübergehender Wanderer den fortschlummernden berauben möchte Den Helden aus dem Schlafe zu wecken wagten sie nicht denn derselbe deuchte ihnen von den Göttern selbst ihm zugesendet Hierauf setzten sie sich wieder ans Ruder und fuhren ihrer Heimat zu An Ithakas Strande war Odysseus vom Schlummer erwacht aber so lange schon von der Heimat entfernt erkannte er sie nicht mehr Zudem hatte Pallas Athene um ihn selbst einen damit er unkenntlich würde und seine Gattin und Mitbürger ihn nicht früher zu erkennen vermöchten ehe die Freier ihre Missetat gebüßt hätten so erschien denn jetzt dem Helden alles die geschlängelten Pfade die Meeresbuchten die himmels anragenden Felsen die Bäume mit ihren hohen Wipfeln in fremder Gestalt er fuhr vom Boden auf blickte bang umher schlug sich an die Stirne ich unglückseliger in welche neue Fremde bin ich wieder gekommen unter welche Unholde von Menschen wohin rette ich mich mit dem geschenkten Gute wäre ich doch bei dem Volke der Feaken geblieben wo ich so freundlich gepflegt worden bin jetzt aber haben sie mich freilich auch verraten sie versprachen mich nach Ithaka zu führen und haben mich hier in dem fremden Lande ausgesetzt vergelte sie in Zeus der Rächer gewiß haben sie mir auch von meinem Gute gestohlen der Held blickte um sich sah drei Füße Becken Gold Kleider alles in bester Ordnung umher stehen und liegen fing an zu mustern und zu zählen und siehe da ihm mangelte nichts als er nun nachdenklich und die Heimat betrauernd am Strande umher irrte gesellte sich zu ihm die zarten Jüngling seines Schafhirten aber wie ein Königssohn mit feinen Gewanden angetan mit schönen Sohlen an den Füßen und einem Spieß in der Hand Odysseus war froh einem Menschen zu begegnen und fragte ihn mit freundlichen Worten auf welchem Gebiet er sich befinde ob es ein Festland oder eine Insel sei du musst aus der Ferne daherkommen antwortete die Göttin wenn du erst nach dem Namen dieses Landes zu fragen brauchst ich versichere dich man kennt es im Westen und im Osten zwar ist es gebirgig und Rosse kann man hier keine tummeln wie im Agiver Lande arm ist es aber deswegen nicht Wein und Getreide gedeiht herrlich Ziegen und Rinder hat es in Menge dazu die schönsten Waldungen und Quellwasser genug auch durch seine Bewohner ist es berühmt geworden frage nur das trojanische Land das doch ferne genug ist das würde etwas von der Insel Ithaka zu erzählen wissen wie herzlich froh war Odysseus als er den Namen seines Vaterlandes nennen hörte doch hütete er sich wohl dem vermeintlichen Hirten sogleich seinen Namen zu nennen er stellte sich als käme er mit der Hälfte seines Gutes von Kreta der fernen Insel gelassen Mord an dem Räuber seiner Habe verübt habe ihn genötigt sich aus der Heimat zu flüchten so erzählte eine weitläufige Fabel als er am Ende war lächelte Pallas Athene fuhr ihm streichelnd über die Wange und verwandelte sich plötzlich in eine schöne schlanke Jungfrau wahrhaftig sprach sie zu ihm das müsste ein Ausbund von Schlauheit sein der dich in Listen besiegte und wenn es auch eine Gottheit wäre selbst im eigenen Lande legst du die Verstellung nicht ab doch reden wir nicht länger davon bist du doch der klügste aller sterblichen wie ich die einsichtsvollste unter den Göttern mich hast du aber noch nicht erkannt hast nicht geahnt dass ich auch zuletzt noch in allen Gefahren neben dir stand und dir die Liebe des verarken Volkes zuwege brachte und jetzt bin ich gekommen um dir das geschenkte gut verbergen zu helfen zugleich um dir zu sagen was für Prüfungen dich im eigenen Palast erwarten und Rat darüber mit dir zu pflegen staunend blickte Odysseus an der Göttin empor und antwortete ihr wie sollte auch ein sterblicher dich erkennen erhabene Tochter des Zeus wenn du in allerlei Gestalten verkleidet ihm begegnest habe ich dich doch nicht in deiner eigenen Gestalt gesehen seit Troja zerstört wart nur daß du im verärken lande dich mir zu erkennen gegeben und mir den Weg in die Stadt gezeigt jetzt aber beschwöre ich dich bei deinem Vater sage mir ist es wirklich wahr dass ich im geliebten Vaterlande bin und tröstest du mein Herz nicht mit einer Täuschung überzeuge dich mit deinen eigenen Augen antwortete Athene erkennst du nicht die Bucht des Forkis den Ölbaum dort die Nymphen Grotte wo du so manche Sühnopfer dargebracht hast und jenes finstere Waldgebirg es ist ja das dir wohl bekannte Neriton so sprach Athene und zerstreute schnell den Nebel vor den Augen des Helden daß das Heimatland klar vor ihm lag erfreut warf sich Odysseus auf die mütterliche Erde nieder sie zu küssen und betete zu den Nymphen den Schutzgottheiten des Ortes wo er stand hierauf half ihm die Göttin die Habe die er mitgebracht hatte in der Felskluft verbergen und als alles wohl versteckt und ein Stein davor gewälzt war setzten sich Göttin und Held unter den Olivenbaum und beratschlagten über den Untergang der Freier von deren frechen Werbungen seinem eigenen Haus sowie von der Treue seiner Gattin Athene ihrem Schützling ausführlichen Bericht erstattete Wehe mir rief Odysseus als er alles vernommen Hättest du mir nicht alle diese Umstände verkündigt gnädige Göttin so hätte mich zu Hause ein ebenso schmählicher Tod erwartet wie den Agamemnon in Mykene Wenn aber du mir ernstlich deine Hilfe gewährest so fürchte ich der einzelne Mann selbst dreihundert Feinde nicht Hierauf erwiderte die Göttin Sei getrost mein Freund Nimmermehr werde ich dich versäumen Vor allen Dingen will ich dafür sorgen dass kein Mensch auf diesem Eilande dich erkenne Das Fleisch um deine stattlichen Glieder soll zusammenschrumpfen dein braunes Haar vom Haupt schwinden Deinen Leib hülle ich in einen Kittel in welchem jedermann dich nur mit Abscheu betrachtet Deine strahlenden Augen mach ich blöde so daß du nicht nur den Freiern sondern auch deinem Weib und deinem Sohne ganz entstellt erscheinest zuerst nun heiße ich dich deinen redlichsten untertan aufzusuchen den Hirten der die Schweine bewacht und mit treuer Seele an dir hängt bei der Quelle Arethusa am Korax felsen wirst du ihn finden wie er seine Herde hütet dort setzest du dich zu ihm und erkundigst nach allem was zu hause vor geht so sprach die Göttin und berührte den Helden leicht mit ihrem Stab worauf ihm sogleich die Glieder zusammenschrumpften und er in einen zerlumpten schmutzigen Bettler verwandelt wurde sie reichte ihm den Bettelstab nebst einem garstigen zerflickten Ranzen an einem geflochtenen Tragbande und verschwand Odysseus bei dem Sauhirten in dieser Gestalt wandelte der ganz unkenntlich gemachte Held über die Höhen des Waldgebirges hin nach der Stelle die ihm seine Beschützerin bezeichnet hatte und wo er wirklich den treuesten seiner Knechte den Sauhirten Eumaios antraf er fand diesen auf der Hochebene des Gebirges wo er seine Herde ringsum aus schweren Steinen die er selbst herbeigeschleppt ein Gehege gepflanzt hatte innerhalb desselben standen einer an dem anderen zwölf Kofen in deren jedem fünfzig Mutterschweine zur Zucht eingesperrt lagen die männlichen in weit geringerer Anzahl ruhten außerhalb der Stelle von diesen nämlich ließen die Freier Tag für Tag dem Sauhirten einen gemästeten Eber zu ihren Schmeusen abfordern und es waren ihre nur noch 360 die Herde bewachten vier Hunde die so wild aussahen wie reißende Wölfe Der Sauhirt war gerade damit beschäftigt sich schönes Stierleder zu Sohlen zu schneiden seine Knechte hatten sich alle zerstreut drei waren mit den ausgetriebenen Schweinen auf der Weide ein vierter war nach der Stadt geschickt worden um den übermütigen Freiern das verlangte Mast Schwein zu bringen die Hunde wurden den herannahenden Odysseus zuerst gewahr und stürzten bellend auf ihn los dieser legte den Stab aus der Hand und setzte sich gewiss hätte er nun in seinem eigenen Gehöfte die Schmach erfahren müssen von seinen Hunden angefallen zu werden wenn der Sauhirt nicht aus der Türe seiner Hütte hervorge eilt wäre und das Sohlen Leder aus den Händen lassend den Tieren Einhalt getan und sie mit Steinen auseinander gescheucht hätte Dann wandte er sich zu seinem Herrn den er für einen Bettler hielt und sprach wahrhaftig es hätte wenig gefehlt o Greis so hätten dich die Hunde zerfleischt und du hättest mir zu der Trübsal die ich schon habe noch weit an Kummer bereitet Ist es doch genug daß ich hilflos um meinen armen fernen Herren jammern muß Hier sitze ich und mäste seine fettesten Schweine für andere Leute zum Schmaus während er selbst vielleicht im Elende nicht einmal ein Stückchen trockenes Brot zu verzehren hat und in der Fremde herum irrt wenn er anders das Tageslicht noch sieht Komm in die Hütte armer Mann und lass du erduldet hast daß du gar so jämmerlich aussiehst So sprach der Sauhirt und schlang sich seinen Leibrock mit dem Gürtel und ging zu den Kofen wo ihm die Ferkel scharen weise lagen Von denen nahm er zwei schlachtete sie zur Bewirtung seines Gastes zerschnitt das Fleisch steckte es an Spieße bestreute es mit weißem Mehl und legte das Gebratene frisch an den Spießen dem Gaste vor in eine hölzerne Kanne goß er aus dem Kruge süßen Wein setzte sich dem Fremdling gegenüber und sagte ist nun Fremdermann so gut wie es haben es ist eben Ferkel Fleisch denn die Mastschweine essen mir die Freie weg diese gewalttätigen Menschen die weniger Götterfurcht im Herzen haben als die frechsten Seeräuber wahrscheinlich haben sie von dem Tode meines Herren kunde daß sie um seine Gattin gar nicht werben wie andere Leute sondern niemals zu den ihrigen heimkehrend in aller Ruhe Fremdes Gut verprassen Tag und Nacht schlachten sie nicht ein und zwei nein mehrere Mal und lehren dazu ein Weinfass ums andere ach mein Herr war so reich wie zwanzig andere zusammen zwölf Rinderherden ebenso viele Schaf Schweine und Ziegenherden besitzt er auf dem Lande die ihm teils Hirten teils Mietlinge versehen in dieser Gegend allein sind eilf Ziegenherden welche wackere Männer hüten sie müssen den Freiern alle Tage den außerlesendsten Geistbock abliefern ich bin sein Oberhirt über die Schweine auch ich muss Tag für Tag den besten Eber auswählen und den unersättlichen Schwelgern zusenden während der guthastig das Fleisch und trank den Wein in raschen Zügen ohne ein Wort zu sprechen sein Geist war ganz mit der Rache beschäftigt die er an den Freiern zu nehmen vorhatte als er satt gegessen und getrunken und der Hirt ihm den Becher noch einmal voll gefüllt trank er ihm freundlich zu und sprach bezeichne mir doch denn ich bin gar weit in der Fremde herum gekommen aber der Sau Hirt antwortete ihm ganz ungläubig meinst du wir werden einem umherirrenden manne der uns von unserem herren etwas erzählen will so leicht glauben beimessen wie oft ist es schon geschehen dass Landfahrer die nach einer Pflege verlangten vor meine Herren und ihren Sohn gekommen sind und sie mit ihren Märchen über unseren armen Herren bis zu Tränen gerührt haben bis man ihnen Mantel und Leibrock dargereicht und sie wohl bewirtet hatte ihm aber haben gewiss Hunde und Vögel schon lange das Fleisch von den Gebeinen verzehrt oder die Fische haben es gefressen und die nackten Knochen liegen am Kieselstrande ach nimmermehr bekomme ich einen so gütigen Herrn er war gar zu freundlich gar zu liebreich wenn ich an ihn denke ist mir gar nicht als dächtig an meinen Gebieter sondern wie ein älterer Bruder steht er mir vor der Seele nun mein lieber antwortete ihm Odysseus weil dein ungläubiges Herz so zuversichtlich seine Rückkehr leugnet so sage ich dir mit einem Eidschwur Odysseus kommt meinen Lohn den Mantel und Leibrock verlange ich erst wenn er da mit einer Fabel möchte ich mir es nicht verdienen ich hasse die Lügner bis auf den Tod so höre denn was ich dir bei Zeus bei diesem deinen gastlichen Tische und bei dem Herde des Odysseus schwöre wann dieser Monat abgelaufen ist wird er eintreten in sein Haus und die frechen züchtigen die es wagen sein Weib und seinen Sohn zu beschweren O Greis erwiderte Eumaios ich werde dir so wenig den Lohn für deine Botschaft zu entrichten haben als Odysseus nach Hause zurückkehrt fasle nicht trinke ruhig deinen Wein und sprich von etwas anderem deinen Eid lass gut sein von Odysseus hoffe ich nichts mehr mir macht jetzt nur sein Sohn Telemach Sorge in ihm hoffte ich einst an Leib und Seele den Vater wieder zu schauen aber ein Gott oder Mensch hat ihm den Sinn betört er ist gen Pylos gefahren um nach dem Vater zu forschen unterdessen legten sich die Freier zu Schiff in einen Hinterhalt und werden mit ihm den letzten Sprössling vom uralten Stamme des Arkesias vertilgen doch erzähle du greis mir jetzt dein eigenes Leiden wer bist du und was brachte dich nach Ithaka Odysseus machte sich sohn eines reichen Mannes von der Insel Kreta ausgab und die buntesten Abenteuer von sich zum besten gab auch den Krieg vor Troja hat er mit gemacht und den Odysseus dort kennengelernt als er mit dem langen Gewebe seiner Lügen zu Ende war sprach der Sauhirt ganz gerührt unglücklicher Fremdling wie hast du mir das Herz im Leibe aufgeregt indem du mir deine mühseligen Irrfahrten so ausführlich geschildert nur eines glaube ich dir nicht nämlich das was du mir von Odysseus sagst was brauchst du auch so in den Wind hinein zu lügen mir ist es ganz entleidet nach meinem Herrn umher zu fragen und zu forschen seit mich ein Ätholia angelogen hat der wegen eines Totschlags flüchtig in mein Gehege kam und mir beteuerte dass er selbst ihn auf der Insel Kreta bei Idomeneus seine vom Sturm zerschmetterten Schiffe ausbessernd und ergänzend angetroffen habe im Sommer oder doch im Herbst komme er mit seinen Genossen und unendlichem gute Gewiß zurück darum du unglücklicher bemühe dich nicht meine Gunst durch solche Lügen erschmeicheln zu wollen das Gastrecht ist dir ohne dem gesichert guter Hirt antwortete Odysseus ich will dir einen Vergleich vorschlagen wenn jener wirklich zurückkommt so sollst du mich mit Mantel und Leibruck nach Dulichion entlassen wohin mein Herz verlangt kommt aber dein Herr nicht heim so hetze die Knechte gegen mich daß sie mich von einer Felsenspitze ins Meer stürzen damit anderem Bettlern die Lust zu Lügen vergeht das wäre ein schöner Ruhm für mich fiel ihm der Sauhirt in die Rede wenn ich meinen Gast den ich in die Hütte geführt und bewirtet habe hintendrein erschlüge da könnte ich an meinem Leben nicht mehr zu Zeus beten doch das Abendessen wird bald herankommen und es ist an der Zeit daß meine Knechte heimkehren dann wollen wir wieder fröhlich sein wirklich kamen auch bald darauf die Schweine mit ihren Hütern herbei und wurden grunzend in die Kofen getrieben jetzt so befahl der Hirt ein fünfjähriges Mastschwein zur Ehre seines Gastes zu schlachten ein Teil wurde unter gebeteten Nymphen und dem Gotte Hermes geopfert einen anderen reichte den Hütern das beste Rückenstück wurde seinem Gaste zuteil obgleich in seinen Augen nur ein Bettler war das rührte den Odysseus in der Seele und er rief dankbar aus möge dich gute Eumaios Zeus so lieben wie du mich der in solcher Gestalt zu dir kam geehrt hast der Sauhirt sprach ihm freundlich zum Male zu und während sie sich fröhlich in der Hütte sättigten bedeckten draußen Wolken den Mond der Westwind sauste und bald ergoß sich der Regen in Strömen den Helden fing es in seinen Bettler Lumpen zu frieren an und um den Hirten zu versuchen ob er in seiner logenes Märchen zu erzählen höret mich sprach er omaios und die anderen Hirten der gute Wein betört mich nun einmal zu schwatzen und entlockt mir Worte die vielleicht besser verschwiegen blieben als wir einst vor Troja uns in einen Hinterhalt gelegt wir drei Odysseus Menelaus und ich mit einer Schar von Kriegern schmiegten wir uns der Burg gegenüber zwischen Rohr und Sumpf unter unsere Rüstungen und es wurde Nacht der Nordwind kam mit einem Schneegestöber und bald hatte der Frost unsere Schilde mit einem Rande von Glatteis umzogen den beiden anderen tat dieses nicht viel sie hatten sich in ihre Mäntel gewickelt und schlummerten von der Kälte unangefochten unter ihren Schilden ich dagegen hatte beim Weggehen unbedachtsamer Weise meinen Mantel den Freunden zurückgelassen denn auf eine solche Kälte hatte ich keineswegs gerechnet sondern war nur im Gürtel und mit dem Schilde ausgegangen nun war noch ein Drittel von der Nacht übrig und die Morgen Kälte am schneidendsten da stieß ich endlich meinen Nachbar den schlafenden Odysseus mit dem Ellbogen an und ermuntete ihn mit den Worten du wenn die Nacht noch lange währt so bringt mich der Frost um ein wie das Odysseus hörte der bekanntlich ein Mann zum Rat so gut wie zur Schlacht war so flüsterte er mir zu still daß kein Achaia uns hört dir soll bald geholfen sein dann richtete er sich vom Lager auf stützte sein Haupt auf den Ellenbogen und rief über die Schläfer hin Freunde die Götter haben mir einen warnenden Traum gesendet wir haben uns zu weit von den Schiffen entfernt will nicht einer gehen und dem Agamemnon die Aufforderung bringen uns noch mehr Streitgenossen zu schicken auf diese Worte sprang einer unserer Krieger Toas der Sohn des Adraimon dienstbereit vom Boden auf legte seinen Mantel von sich und eilte zu den Schiffen ich aber wickelte mich behaglich in denselben und schlief nun getrost bis zur Morgenröte ja wäre ich noch der junge stattliche Mann wie damals so würde mir aus Liebe wie aus Scheu wohl auch irgendein Sauhirt im Gehege hier seinen Mantel zum Schirme gegen den Nachtfrost leihen jetzt kümmert sich freilich kein Mensch in meinen Lumpen um mich das ist ein schönes Gleichnis sagte Eumai aus lachend dass du uns da erzählt hast Fremdling drum soll es dir auch jetzt weder an Kleidung noch an irgendetwas anderem mangeln morgen musst du freilich wieder mit einem Lumpen vorlieb nehmen denn wir selbst haben nichts übriges zum anlegen wenn aber der Sohn des Odysseus glücklich heimkehren sollte so wird er dich ganz gewiss mit Mantel und Leibrock beschenken und dich geleiten lassen wohin du wünschest so sprechend erhob sich Eumaios und bereitete seinem Gaste nicht weit vom Feuerherd ein Bett das er ihm aus Schafpelzen und Ziegenhäuten zurecht machte und nachdem sich Odysseus darauf niedergelegt deckte er ihn mit einem dichten großen Mantel zu den er selbst bei den heftigen Winterstürmen anzuziehen pflegte so lag denn der Held warm gebettet und schickte sich zum Schlummer an neben ihm legten sich auch die Knechte zum Schlafe nieder aber Eumaios wählte sein Nachtlager nicht in der Hütte denn er mochte nicht entfernt von seinen Schweinen schlafen er nahm vielmehr die Waffen zur Hand und begab sich hinaus zu den Stellen das Schwert um die Schulter gegürtet und in einen dichten Mantel gehüllt auch ein zottiges Ziegenfell nahm er mit zur Unterlage und in der Hand trug einen scharfen Spieß Hunde und Männer die etwa herannahen könnten damit zu schrecken so legte er sich vor dem schneidenden Nordwinde geschirmt vor die Krufen seiner Schweine Odysseus war noch nicht eingeschlafen als der Sauhirt in diesem Aufzuge die Hütte verließ er blickte ihm teilnehmend nach und freute sich innerlich im Herzen einen so ehrlichen und getreuen Knecht zu besitzen der das Gut seines Herrn den er längst für verloren hielt mit so gewissenhafter Sorgfalt verwaltete in diesem Gefühl überließ sich der Held dem erquicklichen Schlummer Telemach verlässt Sparta Pallas Athene die Göttin wandelte inzwischen nach Sparta und fand dort die beiden Jünglinge aus Pylos und aus Ithaka bei dem Fürsten Menelaus auf ihr Nachtlager hingestreckt Pesis Trados der Sohn des Nestor lag in süßem Schlafe den Telemach aber labte kein Schlummer er wachte die ganze Nacht hindurch aus Bekümmernis über das Schicksal seines Vaters da sah er auf einmal die Tochter des Zeus vor seinem Bette stehen die also zu ihm sprach du tust nicht wohl daran Telemach fern von deinem Hause dich in der Irre umher zu treiben während in deinem Palaste zügellose Männer dein Gut unter sich verteilen wohl an bitte den Fürsten Menelaos unverzüglich um die Heimfahrt ehe deine Mutter eine Beute der Freier wird denn bereits stürmen Vater und Brüder auf sie ein und verlangen dass sie den Eurymach aus zum Gemahl erkiese der allerdings mit seinen Geschenken alle anderen übertroffen hat und sich noch zu reichlich Eile daher zurück und im schlimmsten Fall übergib deine Güter einer getreuen Dienerin bis dir die Götter einmal eine würdige Gemahlin bescheren aber noch eines vernimm in der Meer enge zwischen Ithaka und Same liegen die tapfersten Freier in einem Hinterhalte und sind dazu gerüstet dich umzubringen ehe du dein Vaterland wieder erreichest steuere deswegen fern von den anderen Inseln und fahren nur in der Nacht für guten Wind wird ein Gott sorgen hast du sodann das nächste Ufer von Ithaka erreicht so sende deine Genossen alle sogleich nach der Stadt du selbst aber begib dich vor allen Dingen zu dem treuen Hirten der deine Schweine bewacht bei ihm bleibst du bis an den Morgen und von dort aus meldest du der Mutter Penelope deine glückliche Zurück Kunft Telemach aber weckte den Sohn Nestors indem er ihn mit dem Fuß an die Ferse stieß und rief wach auf Pesistratos schirre die Rosse vor den Wagen und lass uns die Heimfahrt beginnen und am zweiten Tage erreichten sie glücklich die Stadt Pylos aber ehe sie hineinfuhren wandte sich Telemach bittend an seinen jungen Freund lieber Pesistratos sprach er so befreundet unsere Väter sind so innig diese Fahrt uns beide vereinigt hat verarge mir es nicht wenn ich die Stadt nicht betreten will daß dein greiser Vater mich nicht aus lauter Liebe mit Zwang in seiner Wohnung zurück halte denn du weißt ja selbst wie sehr ich meine Heimkehr beschleunigen muß Pesistratos fand sein Gesuch natürlich lenkte mit seinen Rossen an der Stadt vorüber und brachte den Jüngling geraden wegs an den Strand zu seinem Schiffe hier nahm er recht herzlichen Abschied von seinem Freunde und sprach besteige nur rasch dein Schiff und fahre davon denn erführe mein Vater daß du da bist er würde gewiß selbst kommen und dich nötigen in seinem Palast ein zu kehren Telemach gehorchte seinen Worten die Genossen bestiegen das Schiff und setzten sich auf die Ruderbänke er selbst aber stellte sich noch auf dem Strand hinten an das Steuerruder des Schiffes und brachte seine Beschützerin Athene unter Gebet ein Opfer dar während er dies tat näherte sich ein Mann mit hastigen Schritten dem äußersten Ufer streckte seine Hände nach Telemach aus und rief bei deinem Opfer Jüngling bei den Göttern und bei der Telemach ihm alles der Wahrheit nach kurz zugerufen fuhr er fort zu bitten auch ich bin auf der Wanderschaft begriffen ich bin der Seher Theoklymenos mein Geschlecht stammt aus Pylos ich selbst aber hausete zu Argos dort habe ich im Streit und Jähzorn einen Mann aus mächtigem Geschlecht erschlagen und bin seinen Brüdern und Verwandten die mir den Tod geschworen haben in Hedron hinfort bleibt mir nichts übrig als wie ein Verband da durch die Welt zu irren du aber guter Jüngling betrachte mich als einen Schutz fliehenden und laß mich zu dir ins Schiff denn meine Verfolger sind mir auf den Fersen Telemach der einen milden Sinn hatte nahm den Fremdling gerne in sein Schiff auf und versprach ihm auch in Itaka für seinen Lebensunterhalt zu sorgen er empfing den Speer aus den Händen des Fremden und legte ihn aufs Verdeck nieder dann bestieg er selbst mit dem Seher das Schiff und setzte sich mit ihm an das Steuer Ende die Seile mit welchem das Fahrzeug am Gestade angebunden war wurden abgelöst der Mast aus Fichtenholz in die mittlere Vertiefung des Schiffbodens gestellt und hoch aufgerichtet die weißen Segel mit Riemen an den Stangen aufgespannt und unter dem Sausen des günstigsten Windes flog das Schiff davon Gespräche beim Sauhirten Telemark kommt heim In der Hütte des Sauhirten zu Ithaka saß Odysseus mit Omaios und den anderen Hirten am Abende dieses Tages vergnüglich bei der Nacht Kost und um ihn zu versuchen wie lange ihm wohl Herberge gönnen werde sprach er nach dem Essen zu seinem Wirt morgen mein Freund will ich an meinem Bettelstab in die Stadt gehen um euch nicht länger beschwerlich zu fallen da rate mir denn und gib mir einen Begleiter mit der mir den Weg zeige denn ich will in der Götternamen die Stadt durch irren und sehen wo ich ein wenig Wein und Brot erhalte auch möchte ich gerne in den Palast des Königs Odysseus gehen und dort seiner Gemahlin Penelope sagen was ich von ihm weiß am Ende würde ich auch den Freiern gegen Unterkunft und Speise meine Dienste anbieten verstehe ich mich doch trefflich aufs Holz spalten Feuer anmachen Bratspieß wenden Speise vorlegen und Wein verteilen und auf andere derlei Geschäfte wie sie vornehme von den Geringern zu fordern pflegen aber der Sauhürde runzelte die Stirn und erwiderte Gast was kommt dir für ein Gedanke in den Sinn willst du dich ganz ins Verderben stürzen meinst du die trotzigen Freier werden nach deinen Diensten Lüstern sein die haben ganz andere Diener als du einer wärst Jünglinge in den zierlichsten Kleidern mit blühendem Antlitze das Haupt von Salbenduft und stehen ihnen zu Gebot und bedienen die prächtigen Tische welche stets mit Fleisch Brot und Wein belastet sind bleib du bei uns wo deine Gesellschaft weder mir noch den meinigen beschwerlich ist und warte auf den guten Sohn des Odysseus der dich mit aller Not duft wohl versorgen wird unter solchen Gesprächen war ihn die Nacht fast ganz dahingeschwunden und sie schlief nur noch weniges bis die anbrechende Morgenröte sie weckte an dem selben Morgen landete Telemach mit seinen Begleitern an Itakas Gestade dem Rat der Athen ist gehorchend hieß er diese ohne Verzug nach der Stadt fortrudern versprach ihnen am anderen Tage durch ein fröhliches Mal den Dank für die Reise zu bezahlen und schickte sich zum Wege nach dem Hirten an aber wo soll ich hingehen mein Sohn fragte den scheidenden Theoklimenos Wer in der Stadt wird mich aufnehmen Soll ich etwa geraden Wegs auf dem Palast einer Mutter zugehen Hätte unser Haus antwortete Telemach ein anderes Ansehen als es gegenwärtig hat so würde ich dir unbedenklich dazu raten So aber würdest du von den Freiern doch nicht vor gelassen und meine Mutter webt im einsamsten Gemache des Hauses an einem Gewande Da wäre es noch klüger dich in das Haus des Eurimach zu begeben der ein Sohn des in Ithaka hoch angesehenen Mannes des Polybos und der Erste unter denen ist die sich um meine Mutter bewerben Während er noch redete flog ein Habicht mit einer Taube vorüber deren Gefieder er berupfte Da führte der Seher den Jüngling bei der Hand auf die Seite und sagte ihm ins Ohr Sohn wenn meine Kunst mich nicht ganz täuscht so gilt dieses Zeichen deinem Hause nie wird ein anderes Geschlecht auf Ithaka walten ihr seid die ewigen Beherrscher dieses Landes Ehe nun Telemach von Theoklymenos Abschied nahm empfahl er diesen noch seinem vertrautesten Freunde dem Peraios dem Sohn des Klythios dass er den Fremdling in seine eigene Wohnung aufnehmen und Liebreich pflegen möchte bis Telemach in die Stadt käme dann schied er und die Genossen fuhren weiter inzwischen rüsteten Odysseus und der Sauhirt in der Hütte das Frühstück und die Knechte trieben die Schweine hinaus als sie behaglich beim Male saßen ließen sich draußen Fußtritte hören und die Hunde wurden laut doch ohne zu bellen sie schienen vielmehr einem herankommenden zu schmeicheln gewiß sagte Odysseus zu dem Hirten besuch dich ein Freund oder Bekannter denn gegen Fremde gebärden sich deine Hunde ganz anders das habe ich erfahren das Wort war noch nicht ganz ausgeredet als sein lieber Sohn Telemach unter der Hüttentüre stand der Sauhirt ließ das Trinkgeschirr vor freudiger Bestürzung aus der Hand sinken eilte seinem jungen Herren entgegen umschlang ihn und bedeckte ihm weinend Antlitz Augen und Hände mit seinen Küssen als wäre er vom Tode erstanden ein alter Vater kann seinen einzigen spät geborenen Sohn wenn dieser nach zehn Jahren aus der Fremde kommt nicht herzlicher Bewillkommnen jener trat erst über die Schwelle als er von seinem Diener vernommen dass in der Mutter Hause nichts Neues vorgefallen sei dann übergab er dem Hirten seine Lanze und ging in die Hütte sein Vater Odysseus wollte dem hereintretenden auf seinem Sitze Platz machen Telemach aber hielt ihn und sagte freundlich bleib nur sitzen Fremdling der Mann da wird mir schon meinen Platz anweisen inzwischen bereitete Eumaios seinem jungen Herrn ein weiches Polster aus grünem Laube darüber ein Schafpelz deckte nun setzte sich Telemach zu den beiden und der Sauhert tischte eine Schüssel mit gebratenem Fleische auf stellte den Brotkorb dazu und mischte in der hölzernen Kanne den Wein so schmausten sie alle dieser brachte kürzlich vor was Odysseus an ihn hingefabelt er hat sich jetzt beschloss er seine Antwort aus einem tesprotischen Schiffe geflüchtet und kam in mein Gehege ich gebe ihn dir in die Hände tue mit ihm wie du willst dein Wort ängstet mich erwiderte Telemach wie kann ich den Mann in meinem Hause so wie es dort aussieht beschirmen behalte du ihn lieber hier ich will im die Füße und um die Lenden ein zweischneidiges Schwert schicken auch Speise genug damit er dir und deinen Knechten nicht beschwerlich falle nur kann ich nicht daran willigen daß er sich unter die Freier begebe denn diese schalten und walten gar zu frech im Hause selbst ein gewaltiger Mann vermöchte nichts gegen sie Odysseus der Bettler drückte seine Verwunderung darüber aus daß die Freier dem Sohne des Hauses zum Trotze sich so viele Unarten herausnehmen dürften hast dich denn etwa fragte den Telemach das Volk oder liegst du mit Brüdern im Streite oder gibst du dich von freien Stücken so tief herunter wäre ich so jung wie du und der Sohn des Odysseus oder gar er selber käme zurück denn noch ist ja die Hoffnung dazu nicht im eigenen Hause sterben als daß ich so schändliche Taten länger mit anschaute darauf antwortete Telemach nein lieber Gast das Volk hasst mich nicht auch habe ich keine Brüder die mich anfeindeten ich bin das einzige Kind im Hause aber feindselig gesinnte Männer von allen Inseln umher und von Ithaka selbst werben in Unzahl um meine Mutter sie weicht ihnen aus ohne ihnen wehren zu können und in kurzen wird mein Haus und gut verwüstet sein dann wandte er sich zu dem Sauhirten und sprach du aber Väterchen tu mir den Gefallen und eile hinein in die Stadt zu Penelope meiner Mutter und sag ihr daß ich da bin doch so daß es ja kein Freier vernimmt so sprach er und trieb den Diener an der Sauhirt langte sich Odysseus gibt sich dem Sohne zu erkennen Pallas Athene die Göttin hatte nur den Augenblick abgewartet wo Omaios die Hütte verlassen haben würde da erschien sie unter der Türe in Gestalt einer schönen Jungfrau doch nicht den Telemark sichtbar sondern nur seinem Vater und den Hunden diese aber bellten nicht sondern verkrochen sich Winseln nach der anderen Seite des Hofes dem Odysseus winkte die Göttin er verstand ihr Gebot und verließ auf der Stelle die Hütte an der Hofmauer fand er seine Beschützerin stehen die zu ihm sprach jetzt Odysseus brauchst du dich nicht länger vor dem Sohne zu verbergen beide miteinander möge dir zum Verderben der Freie in die Stadt eingehen ich selbst werde euch auch nicht lange fehlen denn ich brenne vor Begierde diese Frevler zu bekämpfen so sprach die Göttin und berührte den Bettler mit ihrem goldenen Stab da war ein Wunder zu sehen Mantel und Leibrock wie früher umgab des Helden sich verjüngende Gestalt wieder sein Wuchs strebte empor sein Antlitz bräunte sich die Wangen wurden voller die Haare dicht und um das Kinn sproßte wieder das gekräuselte schwarze Barthaar nachdem sie solches vollbracht hatte verschwand Athene als Odysseus wieder in die Hütte eintrat sah ihn der Sohn mit Staunen an glaubte einen Gott zu erblicken und mit abgewandten Augen sprach er Fremdling du siehst ganz anders aus als vorhin andere Kleider hast du an deine ganze Gestalt ist verwandelt du bist für wahr einer der himmlischen lass dir opfern und schone unser nein ich bin kein Gott rief Odysseus erkenne mich doch Kind ich bin ja dein Vater um den du dich so viel gegrämt hast die so lange gewaltsam gehemmten Tränen stürzten ihm bei diesen Worten aus den Augen er eilte auf den Sohn zu und empfing ihn unter Küssen aber Telemach konnte es noch immer nicht glauben nein nein rief er du bist nicht mein Vater Odysseus ein böser Dämon täuscht mich damit ich nur noch tiefer ins Leid versinke wie vermöchte sich auch ein Mensch aus eigener Kraft so zu verwandeln staun 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 doch den heimkehrenden Vater nicht so grenzenlos an lieber Sohn erwiderte Odysseus ich bin es der nach zwanzig Jahren in die Heimat zurückkommt und kein anderer das Wunder ist ein Werk der Göttin Athene sie hat mich so umgeschaffen dass ich bald als ein Bettler einher gehe bald als ein Jüngling denn den Göttern wird es leicht einen Sterblichen bald zu erniedrigen bald zu erhöhen so sprach Odysseus und setzte sich jetzt erst wagt es der Jüngling unter heißen Tränen seinen Vater zum Schlingen in beiden regte sich der lange Gram sie fingen an laut zu weinen und ihre Klage tönte so herzzerreißend wie der Ruf der Vögel denen man ihre Jungen geraubt hat ehe sie Flügge geworden sind als sie sich genug ausgeweint fragte endlich Telemach den Vater auf welchem Wege er in die Heimat gekommen sei und nachdem ihm Bescheid geworden fuhr Odysseus fort und jetzt bin ich da mein Sohn auf Athenes Befehl dass wir uns über den Mord unserer Feinde beraten nenne mir die Freie der Reihe nach dass ich wisse wie viel ihrer sind und ob wir beide allein zu ihrer Bekämpfung hinreichen oder ob wir uns nach Bundesgenossen umsehen sollen ich habe zwar immer von deinem Ruhme gehört mein Vater erwiderte Telemach und dass dein Arm so stark sei wie dein Rat verständig das aber war ein stolzes Wort und nimmermehr vermöchten wir zwei etwas gegen so viele es sind ihre nicht nur zehn oder zwanzig es sind viel viel mehr aus Dulichion allein zwei und fünfzig der mutigsten Jünglinge mit sechs Dienern aus Same vier undzwanzig aus Sakind zwanzig aus Ithaka selbst zwölf mit ihnen sind der Herold Medon ein Sänger und zwei Köche Darum wenn es möglich ist lass uns auf weitere Verteidiger sinnen Bedenke sprach Odysseus darauf dass Athene und Zeus unsere Bundesgenossen sind die wenn sich einmal in meinem Palaste der Krieg erhoben hat uns nicht lange werden auf ihre Hilfe warten lassen Du selbst nun mein lieber Sohn geh mit dem nächsten Morgen in die Stadt zurück und setze dich unter die Freie als wäre nichts geschehen Mich wird der Sau hört nachdem ich wieder zum greisen Bettler umgestaltet worden bin dir nachführen welchen Schimpf sie als dann mir auch im Saale antun mögen und wenn sie nach mir werfen mich an den Füßen über die Schwelle ziehen du musst dein Herz bezähmen und es ertragen mit Worten magst du sie zu besänftigen suchen aber sie werden dir nicht folgen denn ihr Verderben ist beschlossen auf einen Wink von mir wirst du so dann die Rüstungen die wir im Saale umherhängen haben in eine der oberen Kammern des Hauses verbergen für uns beide lässest du nur zwei Schwerter zwei Speere und zwei Stierlederne Schilde zurück damit wir sie zum Kampf ergreifen können wenn jene in der Verblendung die ihnen die Götter senden werden sich an uns wagen übrigens darf kein Mensch vernehmen dass Odysseus zurückgekehrt ist selbst Laertes selbst der Sau Hirt nicht ja nicht einmal Penelope deine Mutter unterdessen wollen wir unsere Dienstmannen und das Gesinde prüfen wer davon uns noch ehrt und fürchtet und wer unser vergessen hat und dich verachtet lieber Vater erwiderte Telemach du sollst mich gewiß nicht nachlässig finden aber ich glaube nicht daß die Prüfung viel helfen wird es währt gar zu lange bis du im Lande umher gehst um jeden einzelnen auszuforschen in dessen jene die im Palaste gemächlich dein gut verprassen zwar die Weibe im Hause auszukundschaften das will ich selbst übernehmen aber die Männer in den einzelnen Höfen das versparen wir lieber für die Zukunft wenn wir einmal im Palaste Meister sind Odysseus gab seinem Sohne recht und freute sich über seine Besonnenheit Vorgänge in der Stadt und im Palast das Schiff das den Telemach und seine Genossen von Pylos nach Ithaka gebracht hatte war inzwischen im Hafen der Stadt angekommen und die Begleiter des Königs Sohnes hatten einen Herold zu seiner Mutter Penelope gesendet um ihr die Botschaft von der Heimkehr des Sohnes zu überbringen die Freier aber fuhren die kurze Nachricht von der Heimkehr Telemachs die der Herold gebracht hatte durch die treulosen Dienerinnen unmutig setzten sie sich zusammen auf die Bänke vor dem Tore und hier trat der Anführer der Ausrüstung der freie Antinoos unter den Anwesenden auf und sprach wir sind nicht schuld dass der Mann uns entronnen ist ihr Freunde späher um späher hatten wir den Tag über auf den Höhen des Gestades Sondern wir kreuzten beständig auf der Meer Enge und waren nur darauf bedacht den Telemachs zu erhaschen und in aller Stille um zu bringen ihn aber muss einer der unsterblichen heimgeleitet haben denn nicht einmal sein Schiff ist uns zu Gesichte gekommen dafür wollen wir ihm hier in der Stadt selbst den Untergang bereiten denn der Jüngling wird klug und wächst uns allmählich über den Kopf auch das Volk wird uns am Ende aufsässig bringt er es unter die Leute dass wir ihm auflauerten ihn zu morden so fallen sie am Ende über uns her und jagen uns aus dem Lande ehe dies geschieht lasst uns ihn aus dem Wege räumen in seine Besitzungen teilen wir uns den Palast lassen wir der Mutter und ihrem künftigen Gemahl gefällt euch aber mein Gedanke nicht wollte ihn leben und im Besitze seiner Güter lassen nun dann wollen wir ihm auch die Habe nicht länger verzehren dann lasst einen jeden von seiner eigenen Heimat aus um die Fürstin sich mit Brautgeschenken bewerben und sie wähle den der ihr am meisten gibt und vom Schicksale begünstigt wird als er seine Rede geendigt hatte entstand ein langes Schweigen unter den Freiern endlich erhob sich Amphinomos aus Dulichion der edelste und bestgesinnte unter den Freiern der sich durch seine klugen Reden auch der Königin Penelope am meisten zu empfehlen wußte und sagte seine Meinung in der Versammlung Freunde sprach er ich möchte nicht dass wir den Telemach heimlich ums Leben brächten es ist doch etwas grässliches ein ganzes Königs Geschlecht im letzten Sprössling zu morden lasst uns lieber vorher die Götter befragen erfolgt ein günstiger Ausspruch des Zeus so bin ich selbst bereit ihn zu töten verwehren es uns die Götter so rate ich euch von dem Gedanken abzustehen solche Rede gefiel den Freiern wohl sie schoben ihren Plan auf und kehrten in den Palast zurück auch diesmal hatte Penelopes belauscht und der Königin von allem Nachricht gegeben diese eilte jedoch dicht verschleiert mit ihren Dienerinnen in den Saal zu den Freiern hinab und redete in heftiger Gemütsbewegung den Urheber des tückischen Vorschlages also an Antinoos du frecher Unheilsstifter mit Unrecht rühmt dich Ithacas Volk als den Verständigsten unter deinen Genossen nie bist du das gewesen du verachtest die Stimme der selbst horcht und bist verwegen genug auf den Tod meines Sohnes Telemach zu sinnen erinnerst du dich nicht mehr wie dein Vater Eupaites von seinen Feinden verfolgt weil er Seeräuberei gegen unsere Verbündeten getrieben Schutz flehend in unser Haus geflohen kam seine Verfolger wollten ihn töten und ihm das Herz aus dem Leibe reißen Odysseus aber war es der die Tobenden abhielt und besänftigte und du sein Sohn willst zum Danke das Gute Odysseus verschwenden wirbst um seine Gattin und willst sein einziges Kind ermorden du tätest besser daran auch die anderen von solchen Frevel abzuhalten statt seiner antwortete Eury Machos edle Penelope sei nicht bekümmert um das Leben deines Sohnes nie solange ich lebe wird es ein Mann wagen Hand an ihn zu legen hat doch auch mich Odysseus manchmal als Kind auf den Knien gebiegt und mir einen guten Bissen in den Mund gegeben deswegen ist mir auch sein Sohn der geliebteste unter allen Menschen den Tod soll er nicht zu fürchten haben wenigstens nicht von den Freiern kommt er von Gott dann kann ihm freilich niemand ausweichen so sprach der Falsche mit der freundlichsten Miene im Herzen aber sahne auf nichts als Verderben Penelope kehrte wieder in ihr Frauengemach zurück warf sich aufs Lager und weint um ihren Gemahl bis der Schlummer ihr die Augen zudrückte Telemach an dem selben abende kam der sauhirt in seine hütte zurück während odysseus und sein sohn telemark gerade damit beschäftigt waren ein geschlachtetes schwein zur nachtkost zuzubereiten der erste vom stab athenes berührt war bereits wieder zum zerlumpten bettler eingeschrumpft dass Omaios ihn nicht zu erkennen vermochte kommst du endlich sauhirt rief dem eintretenden telemark zuerst entgegen und was bringst du neues aus ithaka lauern die freier noch immer auf mich oder sind sie von ihrem hinterhalte zurück omaios meldete ihm was er von den beiden schiffen gesehen und telemark winkte vergnügt lächelnd seinem vater doch so dass es der sauhirt nicht bemerkte nun schmausten sie traulich miteinander alle drei und legten sich dann zur ruhe am anderen morgen früh gürtete sich telemark nach der stadt zu gehen und sprach zu omaios alter ich muss jetzt nach der mutter sehen du selbst komm nach mit diesem armen fremdling daß er sich in den häusern umher seine brosamen und sein wein erflehe ich kann unmöglich aller welt last auf mich laden und habe genug an meinem eigenen kummer zu tragen hält sich der greis beleidigt desto schlimmer für ihn Odysseus der sich über die geschickte Verstellung seines Sohnes im Herzen nicht genug wundern konnte sagte nun auch seinerseits lieber Jüngling ich selbst begehre nicht länger hier zu bleiben ein Bettler bringt sich in der Stadt immer besser fort als auf dem Lande geh du denn immerhin und wenn ich mich in meinen Lumpen noch ein wenig am Feuer gewärmt habe und die Luft milder geworden ist denn die Stadt ist wie man mir sagt weit war noch ziemlich früh am Tage als er von seinem Palaste ankam und die Freier hatten sich noch nicht eingefunden er lehnte seine Lanze an eine Säule des Einganges und schritt über die steinende Schwelle in den Saal hier war die Schaffnerin Euryclea damit beschäftigt die stattlichen Thronsessel mit schönen Fliesen zu bedecken als sie den Jüngling ansichtig ward eilte sie mit Freudentränen auf ihn zu und hieß ihn willkommen auch die Anderen Mägde umringten ihn und küssten im Hände und Schultern jetzt trat auch seine Mutter Penelope aus der Kammer schlank wie Artemis und schön wie Aphrodite weinend schloss sie ihren Sohn in die Arme und küßte ihm Antlitz und Augen kommst du kommst du mein süßes Leben rief sie schluchzend nimmer mehr erhoffte ich dich wieder zu sehen seit du heimlich und ohne meinen Willen nach Pylos geschifft warst um Erkundigung vom lieben Vater einzuziehen nun sage mir doch was bringst du für Nachrichten liebes Kind liebe Mutter antwortete Telemach gerne will ich dir alles der Wahrheit nach verkündigen was ich vernommen habe wenn es nur tröstlicheres wäre so liebreich mich der greise Nestor zu Pylos aufnahm so wußte er mir doch gar nichts vom Vater zu melden aber er sendete mich mit seinem eigenen Sohne zu Wagen in Sparta dort ward ich von dem großen Helden Menelaus gastlich aufgenommen und sah auch die Königin Helena um welche Trojaner und Griechen so vieles erduldet haben hier erfuhr ich endlich weniges vom geliebten Vater was dem Fürsten Menelaus der Meergott Proteus in Ägypten mitgeteilt hatte dieser hatte ihn auf der Insel Ogegia in Kummer versunken gesehen dort hält den Odysseus die Nymphe Kalypso wieder Willen in ihrer Grotte zurück und es fehlte ihm an Schiffen und Ruderern um die Heimat zu erreichen als der Seher Theoklimenos die Fürstin bei dieser Nachricht sehr bewegt sah unterbrach er seinen Gastfreund und sagte Königin dieser weiß nicht alles vernimm du meine Weissagung Fürwahr Odysseus sitzt bereits irgendwo im Gefilde seiner Heimat oder er schleicht heimlich umher auf das Verderben der Freier sinnend Dies hat mir ein Vogelzeichen gesagt das ich deinem Sohn auf der Stelle so gedeutet habe Möchte sich dein Wort erfüllen edler Gast antwortete Penelope mit einem Seufzer Mein Dank dafür sollte nicht ausbleiben Während diese drei sich so im Wechselgespräch unterhielten erfreuten sich die Freier vor dem Palaste auf dem Pflaster des Hofes wie gewöhnlich mit Diskuswerfen und Speerschleudern und brachen endlich auf die Erinnerung des Herolds zum Mittagsmahl ins Innere des Palastes auf Unterdessen hatten sich in der Hütte des Eumaios auch dieser und sein Gast zum Weg in die Stadt angeschickt Odysseus der Bettler hatte den hässlichen geflickten Ranzen umgeworfen und der Sauhirt ihm den Stab in die Hand gegeben so wanderten beide dahin und überließen das Gehöft den Knechten und Hunden zur Bewachung Sie waren schon an dem Stadt brunnen angekommen der von den Vorfahren des Odysseus schön in den Fels gefasst worden war Ein Pappelhain war in die Runde gepflanzt und aus den Steinen sprang der hohe helle Wasserstrahl Hier erreichte sie Melanthios der Hirte mit zwei Knechten der den Freiern die besten Ziegen aus der Herde zum Schmaus in die Stadt hineintrieb Als dieser das wanderte Paar erblickte fing er laut an zu schimpfen wahrhaftig da heißt es recht ein Taugen nichts führt den anderen und gleich zugleich gesellt sich gern wohin führst du den heiß hungrigen Bettler verdammter Sau hört daß er an den Türpfosten müßig stehe und um Brocken bettle gäbest du in mir zum Hüter meines Geheges daß er die Stelle ausfegte und den Zicklein Laub vorwerfe so könnte er mit Ziegenkäse gefüttert noch Fleisch um seine dürren Lenden sich wachsen sehen aber freilich er hat nichts gelernt er kann nichts als sich den gefräßigen Bauch füllen mit solchen Schelltworten ging an ihn vorüber und setzte sich im Palaste mitten unter die Freier gerade dem Eurymachos gegenüber an die Tafel denn diese hatten ihn gern und teilten ihm stets von ihrem Schmause mit jetzt waren auch Odysseus und der Sauhirt vor dem Königspalast angekommen als jener sein Haus nach so langer langer Zeit wieder erblickte bewegte sich ihm das Herz im Leibe er fasste seinen Begleiter an der Hand und sprach für wahr Eumaios das muss die Wohnung des Odysseus sein welch ein Palast welch eine Reihe von Gemächern wie wohl umschlossen ist der Vorhof mit Mauern und mit Zinnen welch mächtige Torflügel bilden den Eingang wahrlich diese Burg ist unbezwinglich auch merke ich wohl dass viele Menschen da drinnen ein Gastmahl begehen duftet es doch bis zu uns heraus von Speisen und die Harfe des Sängers der den Schmaus mit seinen Liedern würzt schallt aus dem Saale hervor Sieberat schlagten nun miteinander und beschlossen daß der Sauhirt vorangehen und sich für den Odysseus im Saal umsehen dieser aber so lange vor dem Tor warten sollte während sie noch miteinander sprachen erhob ein alter Haushund an der Türe Haupt und Ohren von seinem Lager er hieß Argos Odysseus selbst hatte ihn noch aufgezogen ehe er gen Troja schiffte er begleitete sonst die Männer auf die Jagd jetzt aber lag er im Alter verachtet vor der Türe auf einem Dünger Haufen mit Ungeziefer bedeckt als dieser den Odysseus bemerkte schien er ihn trotz der Verkleidung zu kennen er senkte die Ohren und wedelte mit dem Schwanz aber näher herangehen konnte er vor Schwäche nicht mehr Odysseus wischte sich heimlich eine Träne aus dem Auge als er es hier auf dem Miste liegt scheint einmal so übel nicht gewesen zu sein man sieht es seinem Wuchse noch an freilich erwiderte Eumaios er war der liebste Jagdhund meines unglücklichen Herren da hättest du ihn in den waldigen Tälern sehen sollen wie er weidlich durchs Gestrüppe dem Wild nachspürte jetzt aber seit sein Herr dahin ist liegt er hier verachtet und die Mägde geben ihm nicht einmal das nötige Futter mit diesen Worten ging der Sauhirte in den Palast der Hund aber nachdem er im 20. Jahre seinen Herrn wieder gesehen senkte seinen Kopf und starb Odysseus als Bettler im Saal im Innern des Hauses wurde Telemach zuerst den Sauhirten gewahr und rief ihn heran Eumaios schaute sich vorsichtig um ergriff einen leeren Stuhl auf welchem der Fleischzerleger vor dem Mahle zu sitzen pflegte und setzte sich auf einen Wink an den Tisch seines Herrn diesem gegenüber wo ihm sofort der Herold Fleisch und Brot reichte bald nach ihm wankte auch Odysseus der Bettler am Stabe herein und setzte sich innerhalb der Pforte auf die Schwelle von Eschenholz nieder an den einen der ein ganzes Brot nahm dazu eine Handvoll Fleisch und gab beides dem Sauhirten mit den Worten hier mein Freund reiche diese Gaben dem Fremdling und sage ihm er soll sich der Scham entschlagen und bei den Freiern herumbetteln Odysseus empfing die Gabe segnend mit beiden Händen legte sie sich vor die Füße auf seinen Ranzen und fing an zu essen das ganze Mahl über hatte der Sänger Femios die Gäste mit seinem Lied ergötzt jetzt schwieg er und man hörte nur noch den wilden Lärm der Schmausenden durch den Saal in diesem Augenblick näherte sich die Göttin Athene unsichtbar dem Odysseus und trieb ihn an Brocken von den Freiern einzusammeln um die billiger Denkenden von den rohen unterscheiden zu lernen aber dennoch war ihnen allen miteinander das Verderben von der Göttin zugedacht es sollte nur Odysseus befolgte das Geheiß der Göttin er ging flehen von Mann zu Mann und streckte seine Hand hin so geläufig als wäre er seit lange den Bettel gewohnt manche zeigten sich mitleidig und gaben ihm und es entstand ein Fragen unter den Freiern woher der Mann wohl kommen möge da sagte zu ihm der Ziegenhirt Melanthios ich habe den Burschen zuvor schon gesehen der Sauhirt hat ihn hier hereingebracht diesen fuhr jetzt der Freier Antino aus zornig an du berüchtigter Sauhirt sag uns warum hast du diesen Menschen in die Stadt geführt haben wir nicht Landstreicher genug daß du uns auch noch diesen Fresser in den Saal schleppst harter Mann antwortete Eumaios gelassen den Seher den Arzt den Baumeister den Sänger der uns durch seine Lieder erfreut sie alle beruft man wetteifernd in die Paläste der Großen den Bettler hat Dös denn auch nicht hinaus und das soll auch diesem nicht geschehen solange Penelope und Telemach dies Haus bewohnen aber Telemach hieß ihn schweigen und sagte bemühe dich mit keiner Antwort Eumaios du kennst ja die böse Gewohnheit dieses Mannes andere zu beleidigen dir aber Antino sage ich du bist nicht mein Vormund dass du mir gebieten dürftest diesen Fremdling aus dem Hause zu treiben gib ihm viel mehr und schone meines Gutes nicht aber freilich du willst lieber selbst verzehren als anderen geben siehe da wie der trotzige Knabe mich schmäht rief Antino aus dagegen wollte jeder Freier diesem Bettler eine Gabe reichen er brauchte drei Monate lang das Haus nicht wieder zu betreten damit ergriff er seinen Fuß Schemel und als Odysseus auf seinem Rückwege zu der Schwelle eben an ihm vorüber ging und auch ihn noch um eine Gabe anflehte wobei er von langen Bettlerfahrten durch Ägypten und Zypern ihm vorjammerte rief dieser unwillig welch ein Dämon hat uns diesen zudringlichen Schmarotzer gesandt weiche von meinem Tische dass ich dir dein Ägypten und Zypern nicht gesegne und als Odysseus murrend sich zurückzog warf ihm Antino aus den Fuß Schemel nach dass diese im Rechts auf die Schulter flog dicht ans Hals Gelenk Odysseus stand unverrückt wie ein Fels und schüttelte schweigend sein Haupt voll von Entwürfen dann kehrte er zur Schwelle zurück legte den mit Gaben gefüllten Ranzen zu Boden und klagte niedersitzend den Freiern die Kränkung die Mantino aus angetan dieser aber rief dem Bettler zu schweige und friss du Fremdling oder packe dich sonst zieht man dich an Hand und Fuß über die Schwelle dass sie die Glieder bluten diese Rohheit empörte selbst die Freier einer aus ihnen erhub sich und sprach Antino du hast nicht wohl daran getan den Unglücklichen zu werfen wie nun wenn es ein Himmelsbote wäre der Menschengestalt angenommen denn solches geschieht ja manchmal aber Antinos achtete nicht auf diese Warnung Telemach selbst sah schweigen die Misshandlung seines Vaters und drängte seinen Ingrimm in den Busen zurück In ihrem Frauengemache konnte Penelope durch die offenen Fenster alles vernehmen was im Saale geschah so hörte sie auch wie es dem Bettler dort erging und empfand Mitleiden mit ihm sie ließ in der Stille den Sauhirten zu sich herein rufen und befahl ihm jenen kommen zu heißen vielleicht setzte sie hinzu weiß er mir etwas von meinem Gemahl zu berichten oder hat ihn gar selbst gesehen denn er scheint weit in der Welt umher gewandert zu sein rufe den Fremdling herbei dass er mir erzähle diese üppigen Freier es fehlt uns nur ein Mann wie Odysseus war käme dieser so würden er und Telemach den trotzigen bald vergelten als sie so sprach nieste eben Telemach im Saale so laut dass das Gewölbe wieder halte Benelope mußte lächeln und sprach zum Sauhirten hörst du wie mein Sohn mir zunießt ist das nicht eine gute Vorbedeutung rufe mir geschwind den Fremdling herbei Eumaios meldete dem Bettler den Befehl Penelopes dieser aber erwiderte wie gerne möchte ich der Königin erzählen was ich von Odysseus weiß und ich weiß viel von ihm aber das Betragen der Freier flößt mir Mannes dort so schwer gekränkt worden bin hat sich weder Telemach noch ein anderer meiner angenommen darum soll Penelope für jetzt ihr Verlangen bewältigen bis die Sonne untergegangen ist dann soll sie mich an ihren Herz sitzen lassen denn mich friert in meinen Lumpen so will ich ihr alles mögliche erzählen so begierig Penelope auf den Fremdling war so konnte sie seinen Gründen doch nicht Unrecht geben und beschloss sich zu gedulden Odysseus und der Bettler Iros die Freier war noch immer beisammen als ein berüchtigter Bettler aus der Stadt in den Saal trat ein ungeheurer Vielfraß groß von Gestalt aber ohne alle Leibeskraft von Haus aus hieß er Arnaios aber die Jugend der Stadt nannte ihn mit einem Unnamen Iros was einen Boten bezeichnete denn er pflegte um Lohn Botendienste zu tun die Eifersucht führte ihn herbei denn er hatte von einem Nebenbuhler gehört und so kam er heran den Odysseus aus seinem eigenen Hause zu vertreiben weiche von der Türe Greis rief er beim Eintreten siehst du nicht wie mir alles mit den Augen zu winkt dich am Fuß zu schleppen geh sprach die Schwelle hat Raum für uns beide du scheinst mir arm zu sein wie ich beneide mich nicht wie ich selbst dir deinen Anteil gönne reize meinen Zorn nicht und fordere mich nicht zum Faustkampf heraus so alt ich bin so möchten dir doch bald Brust und Lippen bluten und das Haus dürfte morgen Ruhe vor dir haben jetzt fing Iros nur noch Ärger zu poltern was plauderst du wie ein Höker weib ein paar streichen von mir rechts und links sollen dir backen und maul zerschmettern dass dir die zähne auf den boden fallen wie aus einem schweins rüssel hast du lust es mit einem jüngling aufzunehmen wie ich einer bin mit lautem lachen kehrten sich die freier dem hadernden paare zu und antino aussprach wisse dir was freunde seht ihr setzen wer von beiden sieger ist nehme sich davon so viel er mag und kein anderer bettler außer ihm soll ins künftige diesen saal betreten allen freiern gefiel diese rede odysseus indessen stellte sich zaghaft als ein vom elend entkräfterter greis er verlangte zum voraus das versprechen von den freiern dass sie sich mit ihren jugendlichen händen nicht zugunsten des eros in den Kampf und sprach fremdling wenn du es vermagst so bemeistere jenen immerhin ich bin der wirt und wer dich verletzt der hat es mit mir zu tun die freier alle nickten diesen worten beifall zu odysseus gürtete sein gewand und stülpte die ärmel auf da erschienen denn unvermerkt verherrlichte Athene seinen wuchs nervige schenkel und arme mächtige schultern und Brust so dass die freier staunen mussten und nachbar zum nachbar sprach welche lenden der greis aus seinen lumpen hervor streckt wahrlich dem armen iros wird es übel gehen dieser fing auch an zu zagen die diener mussten ihn mit gewalt umgürten und seine gelenke schlotterten antinos der ganz anderes von diesem wettkampf erwartet hatte wurde voll ärgers und sprach groß sprecher wärest du nie geboren dass du vor dem kraftlosen greis erbebst ich sage dir wenn du besiegt wirst so wandelst du mir zu schiffe nach epiros zum könig echethos dem schrecken aller menschen der wird dir nase und ohren abschneiden und sie den hunden vorwerfen so schrie antinos jenem aber zitterten die glieder nur noch mehr dennoch führte man ihn hervor und beide erhuben ihre hände zum kampf odysseus besann sich einen augenblick ob er den elenden mit einem einzigen streiche töten sollte oder ihm nur einen sanften schlag versetzen um keinen argwohn bei den freiern zu erwecken das letztere schien ihm klüger und so gab er ihm denn als beide hintereinander gekommen waren und Iros ihn mit der faust rechts auf die schulter getroffen hatte nur eine leichte schlappe hinter das ohr dennoch zerbrach er ihm den knochen das das blut aus dem munde schoss und Iros sich zähne klappernd und zappelnd auf dem Boden wand unter unbändigem lachen und klatschen der freier zog ihn odysseus weg von der pforte zum fuhrhof und zum haupt tore hinaus lehnte ihn an die Hofmauer und indem er ihm den stab in die hände gab sprach er spottend da bleib du sitzen auf der stelle und verscheuche hunde und schweine dann kehrte in den saal zurück und setzte sich mit seinem ranzen wieder auf die schwelle sein sieg hatte den freiern achtung eingeflößt sie kamen lachend zu ihm her reichten ihm die hände und sprachen mögen dir zeus und die götter geben odysseus ließ sich den wunsch als ein gutes vorzeichen gefallen antinos selbst legte ihm einen mächtigen ziegen magen vor der mit fett und blut gefüllt war amphinomos aber brachte zwei brote aus dem korb herbei füllte einen becher mit wein und drang ihn unter handschlag dem sieger zu indem er sagte auf dein Wohlergehen fremder vater mögest du künftig von aller und erwiderte amphimanos du scheinst mein recht verständiger jüngling zu sein und bist eines angesehenen mannes kind nimm dir mein wort zu herzen es gibt nichts eitleres und unbeständigeres auf erden als der mensch ist solange ihn die götter begünstigen meint er die zukunft könne ihm nichts böses bringen und wenn nun das traurige kommt so findet er keinen Mut in sich es zu ertragen ich selbst habe das erfahren und habe im vertrauen auf meine jugend stärke in glücklichen tagen auch manches getan was ich nicht hätte sollen drum warne ich einen jeden im übermute nicht zu freveln und rate ihm die gaben der götter in demut zu empfangen so ist es auch nicht klug dass die freier sich jetzt so trotzig gebärden und der Gattin des seiner Heimat entfernt der vielleicht so nahe ist möge dich am finomos ein guter dämon aus dem hause hinweg führen ehe du jenem begegnest so sprach Odysseus goß eine spende aus trank und gab dann den becher dem jüngling zurück der freier senkte nachdenklich sein haupt und schritt betrübt durch den saal als ahnete ihm etwas schlimmes dennoch entrann er dem verhängnisse nicht das ihm Athene bestimmt hatte penelope vor den freiern jetzt legt es pallas athene der königin in die seele vor den freiern zu erscheinen einem jeden von ihnen sein herz recht mit sehnsucht zu erfüllen und sich durch ihr betragen vor dem gemahl dessen gegenwart sie freilich noch nicht ahnte und vor ihrem sohnetelemach im vollen glanz ihrer seelen hoheit und ihrer treue zu zeigen die alte vertraute schaffnerin billigte ihren entschluss geh nur tochter sprach sie und berate dein sohn mit einem worte zur rechten zeit aber nicht so wie du jetzt bist deine schönen wangen von tränen entstellt musst du hinunter gehen sondern bade und salbe dich zuvor und als dann zeige dich den freiern mute mir das nicht zu gute alte alle lust mich zu schmücken ist mir vergangen seit mein gemahl mit seinen schiffen gen troja fuhr aber rufe mir meine dienerinnen daß sie im saale mir zur seite stehen denn unbegleitet zu den männern hinab zu gehen verbietet mir die scham während eurenome die schaffnerin mit diesem auftrage sich entfernte versenkte athene die gattin des odysseus auf augenblicke in einen süßen schlummer daß sie sich sanft in ihrem sessel streckte und verlieh ihr die gaben überirdischer schönheit das gesicht wusch sie ihr mit ambrosia womit sich aphrodite zu salben pflegt wenn sie mit den charitinnen den reigen führen will ihren wuchs machte sie höher und voller ihre haut ließ sie wie elfenbein schimmern dann verschwand die göttin wieder die beiden mägde kamen mit geräusch hereingeeilt penelope erwachte aus ihrem schlummer rieb sich die augen und sprach ei wie sanft habe ich geschlafen möchten mir die götter nur auf der stelle einen so sanften tod senden daß ich mich nicht länger um mein gemahl hermen und im hause kummer ausstehen müßte mit diesen worten erhub sie sich aus dem sessel und stieg aus den oberen gemächern des palastes zu den freiern hinab dort stand sie an der pforte des gewölten saales still die wangen mit dem schleier umhüllt in jugendlicher schönheit zu beiden seiten stand sitzsamlich eine dienerin als die freier sie sahen schlug ihnen allen das herz im leibe und jeder wünschte und gelobte sich sie als gattin heim zu führen eurimachos rief ganz trunken von dem anblicke der reizenden königin ikarius tochter wenn dich alle achaier in ganz griechenland sehen könnten wahrhaftig es erschienen morgen noch viel mehr freier zum schmause so weit übertriffst du alle weiber an gestalt und geist ach eurimachos antwortete penelope meine schönheit ist dahin seit mein gemahl mit den griechen gen troja fuhr käme er wieder zurück und beschirmte mein leben jahr dann möchte ich wieder aufblühen jetzt aber traurig ach als odysseus das ufer verließ und mir zuletzt die hand reichte da sprach er liebes weib die griechen werden denke ich wohl nicht alle gesund von troja heimkehren die trojaner sollen des streites kundige männer sein treffliche speerschleuderer bogenschützen wagenlenker so weiß denn auch ich nicht ob mein dämon mich zurückführen oder dort wegraffen wird beschicke du alles im haus und sorge mir für vater und mutter womöglich noch zärtlicher als du bisher getan hast und wenn dein sohn herangewachsen ist und ich nicht mehr heimkehre dann magst du dich vermählen wenn du willst und unsere wohnung verlassen so sprach er und nun wird alles wahr weh mir der entsetzliche tag der Hochzeit naht heran entgegen denn diese freier da haben ganz andere sitte als man sonst bei brautbewerbern findet wenn andere eines ansehnlichen mannes tochter zum weibe begehren so bringen sie rinder und schafe zum schmause mit und geschenke für die braut und verprassen nicht fremdes gut ohne alle entschädigung mit inniger lust hörte Odysseus diese klugen worte für die freier übernahm Antino die antwort und erwiderte edle königin gern wird dir jeder von uns die köstlichsten gaben darbringen und wir bitten dich entziehe dich unseren geschenken nicht aber in unsere heimat kehren wir nicht zurück bis du dir den bräutigam aus unserer mitte auserkoren hast alle freier stimmten in diese rede ein diener wurden abgeschickt und bald kamen die geschenke heran Antino ließ ein gewirktes buntes gewand an dem zwölf goldene spangen hinab liefen die mit schön gebogenen haken in die schlußringe eingriffen herbeibringen eurimachos ein kunstvolles goldenes brustgeschmeide mit anderem edlen metall eingelegt das wie die sonne strahlte aus peisanders palast wurde ein halsband voll der köstlichsten kleinode dahergetragen und so reichte ja auch jeder der anderen freier ein besonderes geschenk schenke in empfang und penelope stieg mit denselben wieder in den söller empor odysseus abermals verhöhnt die freier vergnügten sich jetzt bis der abend hereinbrach im reihentanze und schwärmten ganz ausgelassen als es dunkel wurde stellten die mägde drei feuerlampen zur beleuchtung im saale umher und legten getrocknete scheiter mit kienspänen gemischt hinein während sie nun in die wette die glut anfachten gesellte sich odysseus zu ihnen und sagte ihr mägde des odysseus des allzu lange abwesenden herren höret euch ziemte besser droben bei eurer ehrwürdigen fürstin zu sitzen die spindel zu drehen und wolle zu kämmen für das feuer im saale lasst mich sorgen und blieben die freier bis zum hellen morgen da ich will nicht müde werden ich bin ans dulden gewöhnt die mägde sahen einander an und schlugen ein gelächter auf endlich sprach eine junge schöne dienerin melanto welche von penelope wie ein kind aufgezogen worden die aber jetzt mit dem freier eurimachos in schändlichem einverständnis lebte die frechen schmähworte du elender bettler du bist ein rechter narr daß du nicht in eine schmiede esse oder andere herberge schlafen gehst und hier wo so viel edlere männer sind als du uns gesetze vorschreiben willst sprichst du im rausche oder bist du beständig ein solcher tor oder schwindel dir weil du den iros besiegt hast nimm dich in acht daß nicht ein besserer sich erhebt dir rechts und links mit derbe hand das haupt zerschlägt und dich vom blute triefend aus dem palaste verstößt hündin antwortete otiseus finster ich gehe deine frechen worte dem telemacht zu melden daß er dich in stücke zerhaue die mägde meinten er habe im ernste geredet und sein wort scheuchte sie auseinander daß sie mit bebenden knien aus dem saale flohen die freier lärmten indessen fort und fluchten dem fremdlinge daß eine solche störung in ihre freuden bringe bis telemach höflich aber bestimmt seine gäste einlud sich zur nachtruhe zu begeben da erhub sich am finomos in der versammlung und sprach ihr habt billige worte vernommen meine freunde widersetzet euch ihnen nicht auch den fremdling soll niemand hinfort weder ihr noch ein diener im palaste mit Wort oder werken kränken füllet die becher noch einmal zur opferspende und dann lasst uns nach hause wandeln der fremdling aber bleibe hier unter dem schutze des telemach an dessen herd er sich geflüchtet hat es geschah wie am finomos geraten hatte und bald verließen die freier den saal odysseus mit telemach und penelope allein im saale standen jetzt nur noch odysseus und sein sohn geschwind laß uns jetzt die rüstungen verwahren sagte jener zu diesem telemach aber rief seine pflegerin euryclea heraus und sagte mütterchen halte mir die mägde drin zurück bis ich des vaters waffen aus dem beständigen dampf in die kammer getragen schon recht antwortete euryclea daß du endlich auch einmal darauf denkst des hauses zu warten und dein gut zu beschirmen sohn aber wer soll dir die fackel vorantragen wenn ich keine dienerin mit dir gehen lassen darf wer fremdling dort erwiderte telemach lächelnd wer aus meinem brotkorb isst darf mir nicht müßig stehen nun trugen vater und sohn die helme die schilder die lanzen alles miteinander in die kammer und vor ihnen her schritt mit goldener feuerschale palace athene und verbreitete licht überall welch ein wunder sagte telemach leise zum vater wie schimmern die wände des hauses wie deutlich sehe ich jede vertiefung jeden fichten balten jede säule und alles leuchtet wie feuer für wahr es muß ein gott bei uns sein ein himmels bewohner sei stille sohn antwortete ihm odysseus und forsche nicht das ist so der brauch der unsterblichen lege dich jetzt schlafen ich selbst will noch ein weniges aufbleiben und mutter und dienerinnen auf die probe stellen telemach entfernte sich und penelope trat jetzt aus ihrer kammer schön wie artemis und aphrodite sie stellte sich ihren eigenen köstlich mit silber und elfenwein ausgelegten sessel zum feuer und setzte sich auf den schafspelz der entbedeckte dann kam eine schafen mägten die räumten brot und becher von den tischen stellten diese selbst beiseite und sorgten aufs neue für beleuchtung und heizung des saales in den geschirren hier geschah es daß melanto den odysseus zum zweiten male höhnte fremdling sagte sie du wirst doch nicht die nacht über dableiben und im palaste herumlungern wollen begnüge dich mit dem genossenen und unbegreifliche warum bist du so erbittert auf mich weil ich in lumpen gehe und bettle ist das nicht das gemeinsame schicksal aller umherirrenden einst war auch ich glücklich wohnte im reichen hause gab dem wandernden fremdling wie auch sein aussehen sein mochte was er bedurfte auch diener und dienerinnen hatte ich genug doch das alles hat mir zeus genommen bedenke weib dass es dir auch so gehen könnte wie wenn die fürstin einmal dir ernstlich zürnete wenn gar odysseus heim käme noch ist die hoffnung dazu nicht ganz verschwunden oder wenn telemach der kein kind mehr ist an seiner stelle handelte penelope hörte was der bettler sprach und schallt die übermütige dienerin schamloses weib ich kenne deine schlechte seele wohl und weiß was du tust du sollst es mir mit deinem kopfe büßen hast du doch selbst von mir gehört dass ich den fremdling ehre und ihn in meinen eigenen gemächern über den gemahl befragen will und dennoch wagst du es denselben zu verhöhnen melanto schlich eingeschüchter davon die schaffnerin musste dem bettler einen stuhl hinstellen und nun begann penelope das gespräch vor allen dingen fremdling sagte sie nenne mir dein haus und geschlecht königin antwortete odysseus du bist eine untadelhafte frau auch deines gatten ruhm ist groß dein volk dein land hat ein gutes lob du aber frage mich nach allem nur nicht nach meinem geschlecht und nach meiner heimat ich habe zu viel weh erduldet als dass ich daran erinnert werden dürfte wenn ich es aufzählen sollte so müsste ich trostlos klagen und würde von den dienerinnen oder gar von dir selber mit recht gescholten hierauf fuhr penelope fort du siehst fremdling dass es auch mir nicht besser ergangen ist seit mein geliebter gemahl mich verlassen hat du kannst die männer selbst zählen die um mich werben und mich bedrängen und denen ich seit drei jahren durch eine list entgangen bin die ich jetzt nicht mehr fortsetzen kann damit erzählte sie ihm von ihrem Gewebe und wie der Betrug durch die Mägde entdeckt worden war hinfort kann ich endete sie der Vermählung nicht mehr ausweichen meine Eltern drängen mich meinen Sohn zürnt über die Verschwendung seines Erbguts so siehst du wie es mir ergeht nun wohl an verschweige mir auch dein Geschlecht nicht Mann du bist doch nicht der fabelhaften ist erwiderte Odysseus so will ich es dir wohl sagen und nun fing der Schalk an sein altes Lügenmärchen von Greta zu erzählen dieses sah der Wahrheit so ähnlich daß Penelope in Tränen zerfloss und es den Odysseus im innersten Herzen erbarmte dennoch standen ihm die Augensterne wie Horn oder Eisen unbeweglich unter den Augenlidern und er war besonnen genug die Tränen zurückzuhalten als die Königin lange genug geweint begann sie von Neuem jetzt muß ich doch auch ein wenig prüfen Fremdling ob es wirklich wahr ist wie du erzählst daß du meinen Gemahl in deinem Hause bewirtet hast sage mir doch welches Gewand er trug wie er aussah wie sein Gefolge war du verlangst etwas schweres nach so langer Trennung erwiderte Odysseus denn es geht nun ins zwanzigste Jahr daß der Held bei uns auf Kreta landete doch so viel ich mich erinnere war sein Kleid zwiefach purpuren von langer wolle eine goldene Spange daran die mit doppelten Röhren schloß vorn war ein prächtiges Stickwerk angebracht ein Rehlein das zwischen den Vorderklauen eines Hundes zappelte unter dem purpurmantel schaute der feinste schneeweiße Leibrock hervor von Neuem mußte die Königin weinen denn alle Zeichen trafen genau ein Odysseus tröstete sie mit einem neuen Märchen in das er jedoch manche Wahrheit einmischte von seiner Landung auf Trinakia und seinem Aufenthalt im Lande der Veraken das alles wollte der Bettler vom Könige der Trisproten wissen wo Odysseus vor seiner Reise zum Orakel nach Dodona sich zuletzt aufgehalten und große Schätze hinterlegt habe die der Bettler selbst gesehen zu haben vorgab somit sei seine Rückkunft so gut als gewiß aber seine Worte vermochten Penelope nicht zu überzeugen mir ahnend im Geiste sprach sie mit gesenktem Haupte daß das niemals geschehen wird sie wollte nun den Mägden befehlen dem Fremdling die Füße zu waschen und ihm ein gutes warmes Lager zu bereiten Odysseus schlug jedoch den Dienst von den verhassten Dienerinnen aus und wollte nicht anders denn wie bisher auf schlechtem Stroh liegen nur wenn du ein altes redliches Mütterchen hast Königin sprach er das so viel im Leben duldete wie ich selbst das mag mir die Füße waschen nun so erhebe dich ehrliche Eurycleia rief Penelope hast du doch einst in Odysseus groß gezogen wasche nun diesem da die Füße der gerade so alt ist wie dein Herr ach sagte sie mit einem Blick auf den Bettler solche Füße solche Hände hat vielleicht jetzt auch Odysseus pflegen doch die Menschen im Unglücke früher zu altern die Greisepflegerin weinte bei diesen Worten und als sie sich anschickte dem Fremdlinge die Füße zu waschen und ihnen schärfer ins Auge faßte da sprach sie es haben uns schon viele Fremdlinge besucht aber dem Odysseus so ähnlich an Stimme Gestalt und Füßen wie du ist mir noch nie ein Mensch erschienen ja das haben alle gesagt die uns beide gesehen antwortete Odysseus gleichgültig während er am Feuerherde saß und sie die zum Fuß waschen bestimmte Wanne mit kaltem und kochendem Wasser mischend füllte als sie sich an die Arbeit machte rückte Odysseus vorsichtig ins Dunkel denn er hatte von seiner frühen Jugend her über dem rechten Knie eine tiefe Narbe wo ihm einmal auf der Jagd ein Eber mit dem Zahne seitwärts ins Fleisch gefahren war an diesem Mal fürchtete Odysseus von der alten erkannt zu werden und rückte deswegen mit den die Narbe unter dem Druck und ließ vor Freude und Schrecken das Bein in die Wanne gleiten daß das Erz klang und das Wasser überspritzte Atem und Stimme stockten ihr und ihr Auge füllte sich mit Tränen endlich faßte sie den Helden beim Knie Odysseus mein Sohn wahrlich du bist es rief sie ich habe es mit Händen gegriffen aber Odysseus drückte ihr mit seiner Rechten die Kehle zu mit der Linken zog er sie an sich und flüsterte Mütterchen willst du mich verderben du redest freilich wahr aber noch darf es kein Mensch im Palaste wissen schweigst du nicht und es gelingt mir die Freier zu bezwingen so erwartet dich dasselbe Schicksal wie die gottlosen Mägde welch ein Wort sprichst du da antwortete die Schaffnerin ruhig als ihr die Kehle wieder losgelassen weißt du nicht daß mein Herz fest ist wie Fels und Eisen hüte dich nur vor den anderen Mägden im Palaste ich will dir alle nennen die dich verachten es braucht das nicht sprach Odysseus ich kenne sie schon und du darfst ruhig sein inzwischen hatte Eurycle ein zweites Fußbad geholt denn das erste war ganz verschüttet nachdem er nun wohl gebadet und gesalbt war besprach sich Penelope noch eine Weile mit ihm mein Geist schwankt hin und her sagte sie guter Fremdling ob ich bei meinem Sohne bleiben soll aus Scheu vor meinem Gemahl der ja doch vielleicht noch lebt und nur für jenen unser Gut verwalten oder ob mich der edelste unter den Freiern der die herrlichste Brautgabe bietet heimführen soll solange Telemach noch ein Kind war ließ mich seine Jugend nicht heiraten nun er aber das Jünglingsalter erreicht hat wünscht er selbst daß ich aus dem Hause gehe weil sein Erbgut sonst doch nur vollends verschwelgt wird aber jetzt erkläre mir auch noch einen Traum lieber Mann da du doch so klug zu sein scheinst ich habe zwanzig da träumt mir nun ein Adler komme vom Gebirge her und breche meinen Gänsen die Hälse alle lagen gemordet wild durcheinander im Palast der Raubvogel aber schwang sich in die Lüfte ich fing laut an zu schluchzen und träumte weiter mir war als kämen die Frauen aus der Nachbarschaft mich in meinem Grame zu trösten auf einmal kehrte auch der Adler zurück setzte sich auf das Gesimse und fing an mit Menschenstimme zu reden sei getrost sprach er Ikarios Tochter das ist ein Gesicht und kein Traum die Freier sind die Gänse ich selbst der ich ein Adler war bin Odysseus ich bin zurückgekommen alle Freier umzubringen so sprach der Vogel und ich wachte auf sogleich ging ich nach meinen Gänzen zu schauen aber diese standen ganz ruhig am Trog und Phrasen Fürstin erwiderte der versteckte Bettler es ist gewiß so wie dir Odysseus im Traume sagte das Gesicht kann gar keine andere Bedeutung haben er wird kommen und kein Freier wird am Leben bleiben aber Penelope seufzte und sprach Träume sind doch nur Schäume und morgen kommt der entsetzliche Tag der mich vom Hause des Odysseus scheiden wird da will ich den Wettkampf bestimmen mein Gemahl pflegte manchmal zwölf Äxte hintereinander aufzustellen dann trat er in die Ferne zurück und schnellte den Pfeil vom Bogen durch alle zwölf hindurch wer nun von den Freiern dieses Kunststück mit des Odysseus Bogen den ich immer noch aufbewahre vollbringt dem will ich folgen tue das ehrwürdige Königin sprach Odysseus entschlossen bestimme morgen auf der Stelle den Wettkampf denn eher kommt dir Odysseus als dass jene seinen Bogen spannen und durch die zwölf Löcher der Äxte den Pfeil schnellen die Nacht und der Morgen im Palaste die Königin sagte dem Fremdling gute Nacht Odysseus begab sich in den Vorsaal wo ihm Eurycle ein Bett bereitet hatte das er sich gefallen ließ über eine ungegerbte Stierhaut waren Schafspelze zum Lager gebreitet und den liegenden deckte ein Mantel zu lange wälzte er sich schlaflos auf seinem Lager Penelope ihrerseits erwachte nach einem kurzen Schlummer setzte sich aufrecht in ihrem Bette hin und fing laut an zu weinen unter Tränen richtete sie ihr Gebet an die Göttin Artemis Zeus heilige Tochter rief sie flehend träfe doch auf der Stelle dein Pfeil mein Herz und raffte mich ein Sturmwind hinweg und würfe mich ans fernste Ufer des Ozeans ehe ich meinem Gemahl Odysseus untreu werden und mich dem schlechteren Manne vermählen muß erträglich ist das Leiden wenn man den Tag durch weint und doch die Nacht über Ruhe hat mich aber peinigt ein Dämon selbst im Schlafe mit den schmerzlichsten Träumen so war mir im Augenblicke noch als stände mein Gatte mir zur Seite herrlich von Gestalt ganz wie er mit dem Kriegsheere von Dannen zog und mein Herz war voll Freude denn ich meinte zuversichtlich daß es Wahrheit sei so schluchzte Penelope und Odysseus vernahm die Stimme der Weinenden es war ihm ganz bange vor der Zeit erkannt zu werden eilig raffte er Zeichen für seine Pläne da erschien ein gewaltiges Licht am Himmel und ein plötzlicher Donner rollte über dem Palaste hin in der nahen Mühle des Palastes hielt eine Müllerin still die die ganze Nacht durch gemahlen blickte zum Himmel empor und rief wie doch Zeus donnert und ist weit und breit kein Gewölk zu sehen er hat wohl irgendeinem Sterblichen ein Zeichen gewährt o Vater der Götter und Menschen möchtest du auch meinen Wunsch erfüllen und die verfluchten Freier vertilgen die mich Tag und Nacht in der Mühle das Mehl zu ihren Schmeusen bereiten lassen Odysseus freute sich der guten Vorbedeutung und kehrte in den Palast zurück hier wurde es allmählich laut die mägde kamen und zündeten das Feuer auf dem Herd an Telemach warf sich in die Kleider und eilte von seinen Hunden begleitet auf den Markt in die Volksversammlung die Schaffnerin aber befahl den Mägden alles zu dem bevorstehenden Schmause des Neumondfestes zuzubereiten und nun legten die einen purpurne Teppiche auf die schmucken Sessel andere scheuerten die Tische mit Schwämmen wieder andere reinigten die Mischkrüge und die Becher und ihre Zwanzig eilten an den Quellbrunnen Wasser zu schöpfen auch die Diener der Freier kamen heran und spalteten Holz in der Vorhalle der Sauhirt kam mit den fettesten Schweinen herbei und grüßte seinen alten Gast aufs freundlichste Melantios mit zwei Geishirten brachte die auserlesensten Ziegen die von den Knechten in der Halle angebunden wurden dieser sprach im vorübergehend zu Odysseus mit höhnischem Ton alter Bettler bist du immer noch da und weichst nicht von der Türe wir nehmen wahrscheinlich nicht Abschied voneinander bevor du meine Fäuste gekostet gibt es denn gar keine andere Schmäuse den du nachzuziehen hast Odysseus erwiderte auf diese Schmähworte nichts sondern schüttelte nur das Haupt nun betrat ein ehrlicher Mann den Palast es war Philotheus der den Freiern ein Rind und gemästete Ziegen zu Schiffe herbeigebracht hatte dieser sprach im Vorübergehen zu dem Sauhirten Eumaios wer ist dort der Fremdling der Jüngsten dieses Haus kam er gleicht an Gestalt ganz und gar unserem König Odysseus geschieht es doch wohl daß das Elend auch einmal Könige zu Bettlern umgestaltet dann nahte er sich dem verkleideten Helden mit einem Handschlag und sprach fremder Vater so unglücklich du scheinest so möge es dir wenigstens in Zukunft wohler gehen mich überlief der Schweiß als ich dich sah und Tränen traten mir in die Augen denn ich musste an Odysseus denken der jetzt wohl auch in Lumpen gehüllt in der Welt umher irrt wenn er anders noch lebt schon als Jüngling hat er mich zum Hüter seiner Rinder gemacht deren Zucht vortrefflich gedeiht leider aber muß ich sie anderen zum Schmause daher führen auch wäre ich längst vor Ärger aus diesem Lande geflohen wenn ich nicht immer noch hoffte Odysseus kehre der einst zurück und jage diesen Schwarm auseinander Kuh hört erwiderte ihm Odysseus du scheinst kein schlechter Mann zu sein ja beim Zeus schwöre ich dir heute noch und solange du im Palaste bist kehrt Odysseus heim und deine Augen werden es schauen wie er die Freier abschlachtet möchte Zeus es wahr machen sagte der Rinderhirt meine Hände sollten auch dabei nicht feiern der Festschmaus die Freier nachdem sie in ihrer Versammlung sich über Telemachs Ermordung besprochen kamen allmählich auch im Palaste an sie legten ihre Mäntel ab die Tiere wurden geschlachtet gebraten und verteilt Diener mischten den Wein in Krügen der Sauhirt reichte die Becher umher Philotheos in zierlichen Körben die Brote den Wein schenkte Melanthios und das allgemeine Mahl begann den Odysseus setzte Telemach absichtlich an die Schwelle des Saales auf einen schlechteren Stuhl und stellte einen armseligen Tisch davor hier ließ er im gebratenen Eingeweide auftragen füllte seinen Becher mit Wein und sprach hier schmause ruhig und ich rate niemandem dich zu schmähen Antinor selbst ermahnte seine Freunde den Fremdling gewähren zu lassen denn er merkte wohl dass derselbe unter Zeus Schutz stehe aber Athene stachelte die Freie heimlich zum Spott es war unter ihn ein schlecht gesinnter Mann mit Namen Ktesipos von der Insel Same ihr freier höret sprach dieser mit höhnischem lächeln zwar hat der Fremdling längst seinen Anteil so gut wie wir selber und es wäre auch nicht recht wenn Telemach einen so vornehmen Gast überginge doch will ich ihm noch ein besonderes Gastgeschenk verehren er mag die Schaffnerin damit bezahlen die ihm den Schmutz vom Leibe gewaschen hat so höhnend zog er einen Kuhfuß aus dem Korbe und schleuderte ihn mit seiner nervigten Hand nach dem Bettler aber Odysseus bog mit dem Haupte aus und drängte den Zorn mit einem grässlichen Lächeln in die Brust zurück der Knochen fuhr an die Mauer jetzt stand Telemach auf und rief schätze dich glücklich Tesippos dass du den Fremdling nicht getroffen hast wäre es geschehen ich hätte dir die Lanze durch den Leib gestoßen und dein Vater hätte dir eine Leichenfeier statt der Hochzeit rüsten können darum erlaube sich keiner mehr eine Ungebühr in meiner Wohnung lieber bringet mich selbst um als dass ihr die Fremdlinge beleidigt es wäre mir auch besser zu sterben als immer so schändliche Taten mit anzusehen alle verstummten als sie so ernstliche Worte hörten endlich stand Agelaus der Sohn des Damastor unter ihnen auf und sprach Telemach hat recht aber er und seine Mutter sollen jetzt ein Wort in Güte mit sich reden lassen solange noch irgendeine Hoffnung vorhanden war dass Odysseus jemals in seine Heimat zurückkehren könne so war es begreiflich wenn man die Freier hinhielt jetzt aber ist es keinem Zweifel unterworfen dass jener niemals zurückkommt wohl an denn Telemach tritt zu deiner Mutter bestimme sie den edelsten unter uns Freiern und der die meisten Gaben bietet zu wählen damit du selbst den fort ungeschmälert dein väterliches Erbe genießen kannst Telemacher hob sich von seinem Sitz und sprach beim Zeus auch ich verzögere die Wahl nicht länger vielmehr spreche ich schon lange der Mutter zu sich für einen von ihren Bewerbern zu entscheiden nur mit Gewalt werde ich sie nie aus dem Hause treiben diese Worte Telemachs wurden mit einem unbändigen Gelächter von den Freiern aufgenommen denn schon verwirrte Pallas Athene ihren Geist daß sie grinsend ihre Gesichter verzerrten auch aßen sie das Fleisch halb roh und blutig hinein plötzlich füllten sich ihre Augen mit Tränen und sie gingen von der größten Ausgelassenheit zur tiefsten Schwermut über dies alles bemerkte der Seher Theokliminos wohl was ist euch sprach er ihr Armen eure Häupter sind ja wie in Nacht gehüllt eure Augen sind voll Wassers und aus eurem Munde tönen Wehklagen und was schaue ich an allen Wänden trieft Blut Halle und Vorhof wimmeln von Gestalten des Hades und die Sonne am Himmel ist ausgelöscht die Freier aber verfielen wieder in ihre vorige Lustigkeit und fingen aus Leibes Kräften zu lachen an endlich sprach Eurymachos zu den anderen dieser Fremdling der sie erst seit kurzem in unserer Mitte befindet ist wahrhaftig ein rechter Narr schnell ihr Diener wenn er hier im Saale nichts als Nacht sieht so führt ihn hinaus auf die Straße und Markt ich brauche deine Begleiter nicht Eurymachos antwortete Theoklimenos entrüstet indem er aufstand Augen Ohren und Füße sind gesund auch ist bei mir der Verstand noch am rechten Ort ich gehe von selbst denn der Geist weiß sagt mir das Unheil das euch naht und dem keiner von euch entflieht so sprach er und verließ eilig den Palast ging zu Peraios seinem vorigen Gastfreund und fand bei diesem die freundlichste Aufnahme die Freier aber fuhren fort den Telemach zu verhöhnen schlechtere Gäste als du Telemach sprach einer von ihnen hat doch kein Menschen der Welt beherbergt einen ausgehungerten Bettler und einen Narren der Wahr sagt wahrhaftig du solltest mit ihnen durch Griechenland reisen und sie für Geld auf den Märkten sehen lassen Telemach schwieg und schickte seinem Vater einen Blick zu denn er erwartete nur das Zeichen um los zu brechen der Wettkampf mit dem Bogen jetzt war auch Penelopes Zeit gekommen sie nahm einen schönen Schlüssel aus Erz mit Elfenbein einem Griffel zur Hand und eilte damit von Dienerinnen begleitet in eine ferne Hinterkammer wo allerlei kostbare Geräte des Königs Odysseus aus Erz Gold und Eisen aufbewahrt waren unter andern lag hier auch sein Bogen und der Köcher voller Pfeile beides Geschenke eines lakedaimonischen Gastfreundes als Penelope die Pforte aufgeschlossen schob sie die Riegel zurück diese krachten wie ein Stier im Felde brüllt die Türflügel öffneten sich und Penelope trat da fand sie auch Bogen und Köcher an einem Nagel hängen streckte sich und nahm beide herab der Schmerz überwältigte sie sie warf sich auf einen Stuhl und Bogen und Köcher auf dem Schoße saß sie lange in Tränen da endlich erhob sie sich die Waffen wurden in eine Lade gelegt mit welcher ihr die Dienerinnen folgten so trat sie mitten unter die Freie in den Saal ließ stille gebieten und sprach wohl an ihr Freier wer mich erwerben will der gürte sich es gilt jetzt einen Wettkampf hier ist der große Bogen meines erhabenen Gemahls wer ihn am leichtesten spannt und durch die Löcher von zwölf hintereinander aufgestellten Äxten hinschnellt dem will ich folgen als seine Gemahlin will diesen Palast meines ersten Gatten mit ihm verlassen hierauf befahl sie dem Sauhirten den Freiern Bogen und Pfeile vorzulegen weinend empfing Eumaios die Waffen aus der Lade und breitete sie vor den Kämpfern aus auch der Rinderhirt weinte das ärgerte den Antinors dumme Bauern schallt er was macht ihr mit euren Tränen unserer Königin das Herz schwer sättigt euch beim Male oder weinet vor der Türe draußen wir aber ihr Freier wollen uns an den schweren nichts leichtes unter uns allen ist kein Mann wie Odysseus ich erinnere mich seiner noch wohl obgleich ich damals noch ein kleiner Knabe war und kaum reden konnte so sprach Antino Ost im Herzen aber dachte er sich die Bogensehne schon gespannt und dem Pfeil durch die Äxte hindurch geflogen ihm aber war der erste Pfeil aus der Hand des Odysseus beschieden Jetzt so stand Telemach auf und sprach für wahr Zeus hat mir meinen Verstand genommen meine Mutter erklärt sich bereit dieses Haus zu verlassen und einem Freier zu folgen und ich lache dazu wohl an ihr Freier ihr wagt den Wettkampf um ein Weib wie in ganz Griechenland keines mehr ist doch das wisset ihr selbst und ich brauche meine Mutter euch nicht zu loben drum ohne zögern den Bogen gespannt hätte ich doch selbst Lust mich im Wettkampf zu versuchen dann wenn ich euch besiegte würde mir die Mutter das Haus nicht verlassen so sprach er warf purpurmantel und schwert von der Schulter zog eine Furche durch den Estrich des Saales bohrte die Äxte eine um die andere in den Boden und stampfte die Erde wieder fest alle Zuschauer bewunderten seine Kraft und sichere Genauigkeit dann griff er selbst nach dem Bogen und stellte sich damit auf die Schwelle dreimal versuchte er den Bogen zu spannen dreimal versagte ihm die Kraft nun zog er die Sehne zum vierten Mal an und jetzt wäre es ihm gelungen aber ein Wink des Vaters hielt ihn mitten in der Anstrengung zurück ihr Götter rief er entweder bin ich ein Schwächling oder noch zu jung und nicht im Stand einen Beleidiger von mir abzuwehren so versucht es denn ihr anderen die ihr kräftiger seid als ich also sprechend lehnte er Bogen und Pfeil an den Türpfosten und setzte sich wieder nieder auf den Thronsessel von dem er aufgestanden war mit triumphierender Miene erhob sich jetzt Antino Ost und sprach auf denn ihr Freunde fangt an dort hinten von der linken zur rechten wie der Weinschenk zuerst Laiodes auf der ihr Opferer war und immer zu hinterst im Winkel am großen Mischkruge saß er war der Einzige dem der Unfug der Freier zuwider war und der die ganze Rotte hasste dieser trat in die Schwelle und bemühte sich vergebens den Bogen zu spannen tu es ein anderer rief er indem er die Hände schlaff herabsinken ließ ich bin der rechte nicht und vielleicht schalt ihn und sprach das ist eine ärgerliche Rede Laiodes weil du ihn nicht spannen kannst soll es auch kein anderer vermögen auf Melantios sagte er dann zum Ziegenhirten zünd ein Feuer an stell uns den Sessel davor und bring uns eine tüchtige Scheibe Speck aus der Kammer da wollen wir den ausgedörrten Bogen wärmen und salben dann soll es besser gehen es geschah wie er befohlen aber es war vergebens umsonst bemühte sich ein freier nach dem anderen den Bogen zu spannen zuletzt waren nur noch die beiden tapfersten Antinoos und Eurymachus übrig Odysseus entdeckt sich den guten Hirten nun geschah es dass sich beim hinausgehen aus dem Palaste der Rinderhirt und der Sauhirt begegneten und ihnen folgt auf dem Fuße der Helde Odysseus als sie Pforte und Vorhof hinter sich hatten holte er jene ein und sprach zu ihnen leise und vertraulich ihr Freunde ich möchte wohl ein Wort mit euch reden wenn ich mich auf euch verlassen kann sonst schwiege ich lieber wie wäre es wenn den Odysseus jetzt plötzlich ein Gott aus der Fremde zurück führte würdet ihr die Freier verteidigen oder ihn redet unverhohlen ganz wie es euch ums Herz ist O Zeus im Olymp rief der Rinderhir zuerst wenn mir dieser Wunsch gewährt würde wenn der Held käme du solltest sehen wie sich meine Arme regen würden ebenso flehte Eumaios zu allen Göttern dass sie dem Odysseus Heimkehr verleihen möchten als nun dieser ihres Herzens Gesinnung erkannt hatte da sprach er nun denn ihr Kinder so vernehmt ich selber bin Odysseus nach unsäglichen Leiden komme ich im zwanzigsten Jahre zurück in meine Heimat und ich sehe dass ich euch beiden willkommen bin euch allein unter allem gesinde denn keinen unter allen hört ich jemals um meine Wiederkehr zu den Göttern flehen dafür will ich auch jedem von euch wenn ich die freier bezwungen habe ein Weib geben äcker schenken häuser bauen ganz nahe bei meinem Hause und telemach soll euch behandeln wie seine leiblichen brüder damit ihr aber an der wahrheit meiner aussage nicht zweifelt so erkennet hier die Narbe von jener Wunde die der Eber dem Knaben auf der Jagd beigebracht hat damit schob er die Lumpen seines Kleides auseinander und entblößte die große Narbe jetzt fingen die beiden Hirten zu weinen an um Schlangen ihren Gebieter und küssen im Gesicht und Schultern auch Odysseus küßte die treuen Knechte dann aber sprach er hänget eurem Gramen nicht nach lieben Freunde dass uns keiner im Palast verrate auch wollen wir alle nur einzeln einer nach dem anderen hineingehen du aber Eumaios wandle nur keck mit dem Bogen durch den Saal und reiche mir ihn zugleich befiehlst du den Weibern die Pforten des Hintergemachs fest zu verriegeln und wenn man auch inwendig im Saale Lärmen von Männerstimmen und Stöhnen hört so soll sich keiner aus der Türe wagen sondern ruhig bei der Arbeit verharren dir aber treuer Philotheos sei das Hoftor anvertraut riegle es fest zu und binde das Seil ums Schloss nach dieser Weisung begab sich Odysseus in den Saal zurück und die Hirten folgten ihm eine um den anderen Eurymachos drehte jetzt eben den Bogen unermüdet über den Feuer ihn wärmend aber es gelang ihm nicht die Sehne zu spannen und unmutig seufzend hand gräme ich mich denn es gibt der griechen noch genug in ithaka und anderwärts sondern dass wir gegen den helden Odysseus so ganz kraftlos erscheinen sollen darüber werden uns die Enkel noch verspotten Antinus aber wies den Freund zurecht und sagte rede nicht zu Eurymachos es feiert heute das Volk ein großes Fest da ziemte sich eigentlich gar nicht den Bogen zu bleiben dann opfern wir morgen dem Apollo und vollbringen den Bogen Kampf jetzt wandte sich Odysseus an die Freie und sprach ihr tut wohl daran heute zu rasten morgen wird euch hoffentlich Apollo der Fernhintreffer Sieg verleihen einstweilen gestattet mir ist den Bogen zu erproben und zu versuchen ob in den elenden Gliedern noch etwas von der alten Kraft geblieben ist Fremdling fuhr Antinoos bei diesen Worten des Helden auf bist du ganz von Sinnen betört dich der Wein willst du harder beginnen nun mischte sich auch Penelope in den Streit Antinoos sprach sie mit sanfter Stimme wie unziemlich wäre es den Fremdling vom Wettkampf ausschließen zu wollen fürchtest du etwa wenn es dem Bettler gelänge den Bogen zu spannen er würde mich als Gattin heim führen schwerlich macht er sich selbst diese Hoffnung bekümmere sich nur deswegen keiner von euch in seinem Herzen das wäre ja unmöglich unmöglich nicht das fürchten wir Königin antwortete ihr Rümachos hierauf nein sondern wir fürchten nur die Nachrede bei den Griechen dass nur schlechte Männer von denen keiner vermocht hat den Bogen des unsterblichen Helden zu spannen um seine Gattin geworben haben kommt der habe den Bogen ohne Anstrengung gespannt und durch die Äxte geschossen Odysseus beschaute sich den Bogen von allen Seiten ob in der langen Zeit die Würmer nicht das Holz zernagt hätten und sonst etwas an ihm gebräche und unter den Freiern sprach wohl ein Nachbar zu dem anderen der Mann scheint sich auf den Bogen nicht übel zu verstehen hat er wohl selbst einen ähnlichen zu Hause oder will er sich eine danach bilden seht doch wie ihn der Landstreich in den Händen hin und her dreht nachdem Odysseus den gewaltigen Bogen von allen Seiten geprüft spannte er ihn nur leicht hin wie der Sänger die Seiten eines Lautenspiel griff mit der rechten Hand in die Sehne und versuchte ihre Spannkraft diese gab einen hellen Ton von sich wie das Zwitschern der Schwalbe die Freie alle durchzuckte ein Schmerz und sie ablasten Zeus aber donnerte vom Himmel mit heilvoller Vorbedeutung da faßte Odysseus mutig den Pfeil der auf dem Tische aus dem Köcher geschüttet vor ihm lag faßte den Bogen zog die Sehne und die Kerbe und schnellte mit sicherem Auge zielend den aufgelegten Pfeil ab keine Axt verfehlte der Schuss der Pfeil flog vom vordersten Öhr hindurch bis aus dem Letzten da sprach der Held nun der Fremdling in deinem Palast hat dir keine Schande gebracht Telemach meine Kraft ist noch ungeschwächt so sehr mich die Freier verhöhnt haben jetzt aber ist es Zeit daß wir den Achaian den Abend Schmaus geben noch ehe es Nacht wird dann folge Lautenspiel und Gesang und was sonst noch das festliche Mal erfreuen mag mit diesen Worte gab Odysseus seinem Sohne den heimlichen Wink schnell warf sich dieser sein Schwert um griff zum Speer und stellte sich gewappnet neben den Stuhl seines Vaters Die Rache Da streifte sich Odysseus die Lumpen rückwärts von den Armen und Bogen und Köcher voll geschossen in der Hand sprang er auf die hohe Schwelle hier schüttete er sich die Pfeile vor seinen Füßen aus und rief in die Versammlung hinab der erste Wettkampf wäre nun vollbracht ihr Freier nun folgt der zweite und jetzt wähle ich mir ein Ziel wie es noch kein Schütze getroffen hat und doch gedenke ich es nicht zu verfehlen so der Pfeil des Odysseus in die Gurgel daß die Spitze aus dem Genick hervordrang der Becher entstürzte seiner Hand dem erschossenen fuhr ein dicker Blutstrahl aus der Nase und während er zur Seite sank stieß er den Tisch samt den Speisen mit dem Fuße um daß diese auf den Boden rollten als die Freier den fallenden gewahrten sprangen sie tobend von ihren Thronsesseln auf rings durchforschten sie die Wände des Saales nach Waffen aber da war kein Speer und kein Schild zu sehen nun machten sie sich mit grimmigen Scheldworten Luft was schießest du auf Männer verfluchter Fremdling unseren edelsten Genossen hast du getötet aber es ist ein letzter Schuss gewesen und bald werden dich die Geier fressen sie meint nämlich er habe ihn ohne es zu wollen getroffen und ahneten nicht dass sie alle das gleiche Schicksal bedrohe Odysseus aber rief mit donnernder Stimme zu ihnen herunter ihr Hunde ihr meintet ich komme nimmermehr von Troja zurück deswegen verschwelltet ihr mein Gut verführtet mein Gesinde warbet bei meinem Leben um mein eigenes Weib scheutet Götter und Menschen nicht jetzt aber ist die Stunde eures Verderbens gekommen wie sie solches hörten wurden die freier bleich und entsetzen ergriff sie jeder sah sich schweigend um wie er entfliehen möchte nur Eurymachos fasste sich und sprach wenn du wirklich Odysseus der Ithaka bist so hast du ein recht uns zu schelten denn es ist viel unziemliches im Palast und auf dem Lande geschehen aber der der an allem schuldig ist liegt ja bereits von deinem Pfeil erschossen Benantinos ist der das alles angestiftet hat machte deinen Sohn heimlich zu ermorden doch der hat ja nun sein teil du aber schone deiner Stammes genossen lass dich versöhnen jeder von uns soll dir zwanzig Rinder zum Ersatz für das verzehrte bringen auch Erz und Gold so viel dein Herz verlangt bis wir dich wieder günstig gemacht haben nein Eurymachos antwortet Odysseus finster und wenn ihr mir all euer Erbgut bötet und noch mehr ich werde nicht ruhen bis ihr mir alle mit dem Tod eure Missetaten gebüßt habt tut was ihr wollt kämpft oder flieht keiner wird mehr entrinnen Herz und Knie zitterten den Freiern noch einmal sprach Eurymachos und zwar jetzt zu seinen Freunden lieben Männer dieses Mannes Hände wird niemand mehr aufhalten zieht die Schwerter wehrt sein Geschoß mit den Tischen ab als dann werfen wir uns auf ihn selber suchen ihn von der Schwelle zu verdrängen dann zerstreuen wir uns durch die Stadt und rufen unsere Freunde auf so sprach er zog sein Schwert aus der Scheide und sprang mit grässlichem Geschrei empor dadurch bohrte ihm der Pfeil des Helden die Leber das Schwert sank ihm aus der Hand er wälzte sich mitsamt dem Tische zu Boden warf Speisen und Becher zur Erde und schlug mit der Stirne auf den Estrich den Sessel stampfte er mit den Füßen hinweg es waren die letzten Zuckungen und er lag tot auf dem Boden nun stürmte Amphinomos gegen Odysseus hinan um sich mit dem Schwert der Bahn durch den Eingang zu machen aber diesen erreichte Telemachs Speer im Rücken zwischen den Schultern sodass er vorn aus der Brust hervordrang und der Getroffene auf das Angesicht zu Boden fiel Telemach entzog sich nach dieser Tat dem Gewühle der Freie durch einen Sprung und stellte sich zu seinem Vater auf die Schwelle dem er ein Schild zwei Lanzen und einen ehrenen Helm zubrachte Dann eilte er selbst zur Türe hinaus und in die Rüstkammer Hier suchte er für sich und die Freunde noch weitere vier Schilde acht Lanzen und vier Helme mit wallendem Rossschweif aus Damit waffneten sie sich er und die beiden treuen Hirten Die vierte Rüstung brachte er dem Vater und so standen nun alle vier nebeneinander Solange Odysseus noch Pfeile hatte streckte er mit jedem Schuss einen Freier da nieder daß sie übereinander taumelten Dann lehnte er den Bogen an den Tür Pfosten warf sich eilig den vierfachen Schild über die Schultern setzte sich den Helm aufs Haupt dessen Busch fürchterlich nickte und faßte zwei mächtige Lanzen Unverhofft gesellte sich zu den Vieren ein fünfter Streiter Es war Athene in Mentors Gestalt und Odysseus erkannte die Göttin freudig Als die Freier den neuen Kämpfer bemerken rief Agelaus zornig hinauf Mentor ich sage dir lass dich durch Odysseus nicht verleiten die Freier zu bekriegen sonst ermorden wir mit Vater und Sohn auch dich und dein ganzes Haus Athene entbrannte bei diesen Worten sie spornte den Odysseus an und sprach dein Mut scheint mir nicht mehr derselbe zu sein Freund wie du ihn zehn jahrelang vor Troja bewiesest durch deinen Rat sank diese Stadt und nun wo es gilt in deiner eigenen Heimat Palast und gut zu verteidigen zagest du den Freiern gegenüber so sprach sie seinen Mut an zu feuern für ihn zu streiten gedachte sie nicht denn plötzlich schwang sie sich in Vogelgestalt empor und saß seiner Schwalbe gleich auf dem rusigen gebelg der Decke Mentor ist lasst uns nun den Kampf wohl überlegen nicht alle zugleich werfet eure Lanzen sondern ihr sechse da zuerst und zielet mir fein alle nur auf Odysseus liegt er nun einmal so kümmern uns die anderen wenig aber Athene vereitelte ihnen den gewaltigen Wurf des einen Lanze durchbohrte dem Pfosten des anderen fuhr in die Tür anderen blieb sie in der Wand stecken jetzt rief Odysseus seinen Freunden zu wohl gezielt und geschossen und alle vier schickten ihre Lanzen ab und keiner fehlte einen Augenblick flüchteten sich die noch übrigen frei in den äußersten Winkel des Saals bald aber wagten sie sich wieder hervor und zogen die Speere aus den Leichnamen dann schossen sie neue Lanzen ab die meisten fehlten wieder nur der Speer des Amphimedon streifte dem Telemach die Knöchelhaut an der einen Hand und des Ktesipos Lanze ritzte dem Sauhirten die Schulter über dem Schild Beide wurden zum Lohne von den Verletzten durch Lanzenwürfe getötet und der Sauhirt begleitete seinen Wurf mit den Worten Nimm dies du Lästerer für den Kuhfuß mit dem du meinen Herrn beschenkt ist als er noch im Saale bettelte den Eurydamas hatte der Wurf des Odysseus niedergestreckt jetzt erstach er mit der Lanze Agelaus den Sohn des Damastor Telemach jagte dem Leokritos den Speer durch den Bauch Athene schüttelte ihren verderblichen Ägesschild von der Decke herab und jagte den Freiern in Sätzen ein daß sie wie Kinder von der Bremse gestochen oder wie kleine Vögel vor den Klauen des Habichts im Saale hin und her irrten Odysseus und seine Freunde waren von der Schwelle herabgesprungen und durch wüteten mit Morden den Saal daß überall Schädel krachten röcheln sie erhob und der Boden von Blute floss einer der Freier Laiodes warf sich dem Odysseus zu Füßen und klammerte seine Knie und rief erbarme dich nie habe ich Mutwillen in deinem Hause soll ich denn auch fallen wenn du ihr Opfer bist erwiderte Odysseus finster so hast du wenigstens für sie gebetet und nun raff dir das Schwert des Agelaos das dieser im Tote sinken lassen vom Boden auf und hieb dem Laiodes während er noch flehte das Haupt vom Nacken das es in den Staub hinrollte nahe an der Seiten Pforte stand der Sänger die Harfe oder die Knie des Odysseus umfassen sollte endlich entschloss er sich zu dem Letztern legte die Harfe zu Boden und warf sich vor Odysseus nieder erbarme dich meiner rief er seine Knie umschlingen du selbst bereutest es wenn du den Sänger erschlagen hättest der Götter und Menschen mit seinem Lied erfreut ich bin der Lehrling eines Gottes und wie einen Gott will ich dich im Gesange feiern dein Sohn kann es mir bezeugen daß ich nicht freiwillig hierher kam daß sie mich gezwungen haben zu singen Odysseus hob das Schwert doch zögerte er da sprang Telemacher zu und rief halt Vater verwunde mir diesen nicht er ist unschuldig auch den Herold Medon wenn er nicht schon von den Hirten oder dir ermordet ist lass uns verschonen er hat gehüllt unter seinem Sessel verborgen lag hörte die Fürbitte wickelte sich los und lag bald dem Telemach flehend zu Füßen da mußte der finstere Held Odysseus lächeln und sprach seid getrost ihr beide Sänger und Herold Telemachs bitte schützt euch gehet hinaus und verkündiget den Menschen wie viel besser es sei gerecht als treulos zu handeln die zwei eilten aus dem Saale Todesangst zitternd im Vorhofe nieder Bestrafung der Mägde Odysseus blickte umher und sah keinen lebenden Feind mehr sie lagen hingestreckt in Menge wie Fische die der Fische aus dem Netz geschüttet da ließ Odysseus durch seinen Sohn die Pflegerin berufen sie fand ihren Herrn unter den Leichen wie einen Löwen stehen der Stiere zerrissen hat dem der Rachen und die Brust von schwarzem Blute triefen und dessen Auge funkelt so stand Odysseus an Händ und Füßen mit Blut bedeckt frohlockend jauchzte die Schaffnerin die der Anblick war groß und fürchterlich freue dich Mutter rief ihr der Held ernsthaft entgegen aber jauchze nicht kein sterblicher soll über erschlagene jubeln diese hier hat das Gericht der Götter gefällt nicht ich jetzt aber nenne mir die Weiber des Palast welche mich verachtet haben welche treu geblieben sind es sind fünfzig Dienerinnen im Hause antwortete Eurycleia von diesen haben sich zwölf von euch abgewendet und weder mir noch Penelope gehorcht denn dem Sohn überließ die Mutter das Regiment über die Mägde nicht nun aber lass mich meine schlummernde Herrin erwecken o König und ihr die Freuden Botschaft verkünden wecke jene noch nicht antwortete Odysseus sondern schicke mir die zwölf treulosen Mägde herunter Eurycleia gehorchte und zitternd erschien die Dienerinnen da rief Odysseus seinen Sohn und die treuen Hirten zu sich heran und sprach tragen nun die Leichname hinaus und heiße die Weiber Hand anlegen dann lasse sie die Sessel und Tische mit Schwemmen säubern und den ganzen Saal reinigen wenn dies geschehen ist führt mir die Mägde hinaus zwischen Küche und Hofmauer und machet sie alle mit dem Schwerte nieder das ihnen der Mut will ausgetrieben wird dem sie sich mit den Freiern überlassen haben wehklagend und weinend sammelten sich die Weiber auf einen Haufen aber Odysseus trieb sie zum Werke und herrschte sie an bis sie die Toten hinaus getragen Sessel und Tische gesäubert den Estrich reingeschaufelt und den Unrat vor die Türe geschleppt hatten dann wurden sie von den Hirten zum Palaste hinaus zwischen Küche und Hofmauer gedrängt wo kein Ausweg war und nun sprach Telemach diese schändlichen Weiber die mein und meiner Mutter Haupt verunehrt haben sollen keines ehrlichen Todes sterben mit diesen Worten knüpfte er von Pfeiler zu Pfeiler das Küchen Gewölbe entlang ein ausgespannte Seil und bald hingen die Mägde mit der Schlinge um den Hals alle Zwölfe nebeneinander wie ein Zug Drosseln im Netze und zuckten nur noch eine kurze Weile mit den Füßen in der Luft jetzt aber wurde auch der boshafte Ziegenherd Melantios über den Vorhof hereingeschleppt und in Stücke gehauen als Telemach und die Hirten dies vollbracht hatten war das Werk der Rache beendigt Odysseus der Schaffnerin Euryclea Glut und Schwefel auf einer Pfanne zu bringen und Saal Haus und Vorhof zu durch räuchern noch ehe sie aber dieses Geschäft vornahm brachte sie ihrem königlichen Herrn Mantel und Leibrock du sollst mir sprach sie lieber Sohn und unser aller Herren nicht mehr so mit Lumpen bedeckt im Saale dastehen du die herrliche Heldengestalt das wäre ja ganz unziemlich Odysseus aber ließ die Kleider noch liegen und hieß die Alte an ihr Geschäft gehen während diese nun den Saal und das ganze Haus durch räucherte rief sie auch die treu gebliebenen Dienerinnen herbei diese drängten sich bald um ihren geliebten Herrn hießen ihn mit Freudentränen willkommen drückten ihr Angesicht auf seine Hände und konnten sich mit Küssen nicht ersättigen Odysseus aber weinte und schluchzte vor Freuden denn jetzt erkannte er wer ihm treu geblieben war Odysseus und Penelope als das Mütterchen mit der Räucherung fertig war stieg es empor zum Söller um jetzt endlich der geliebten Herrin zu verkündigen dass ihr Gemahl Odysseus es sei und kein anderer der in die Heimat zurück gekommen die Füße der alten trippelten hurtig aber die knie versagten ihr beinahe so trat sie vor das lager Penelopes und die schlummernde wecken sprach sie liebe Tochter erwache du sollst mit deinen eigenen Augen dasjenige sehen worauf du von Tag zu Tage gewartet hast Odysseus ist daheim Odysseus ist endlich im Palaste er hat die trotzigen freier die dich so sehr geängstigt die seine habe verzehrten die seinen sohn beschimpften er hat sie erschlagen Penelope rieb sich den Schlummer aus den Augen und sagte Mütterchen du bist eine Törin die Götter haben dich mit Irrsinn geschlagen was weckst du mich mit deiner lügenhaften Botschaft aus dem sanftesten Schlummer seit Odysseus ausgefahren ist habe ich nicht mehr so fest geschlafen hätte mich eine andere mit diesem Märchen getäuscht ich würde sie nicht nur mit scheltenden Worten fortschicken und auch dich schützt nur dein Alter aber auf der Stelle geh mir hinunter in den Saal Tochter zürnen nicht entgegnete die Schaffnerin der Fremdling ist der Bettler dessen alle im Saale spotteten dein Sohn Telemach wußte es längst aber er sollte das Geheimnis verbergen bis Rache an den Freiern genommen war alte ich kann es immer noch nicht glauben sprach Penelope es ist ein Unsterblicher der die Freie erschlagen hat aber Odysseus ach nein der ist ferne der ist nicht mehr im Leben ungläubiges Herz entgegnete Kopfschütteln die Schaffnerin so will ich dir noch ein untrüglicheres Zeichen angeben du kennst ja die Narbe die von des Ebers Zahne her rührt damals nun als ich auf deinen Befehl dem Bettler die Füße wusch da erkannte ich sie und wollte dir es auf der Stelle verkündigen aber er schnürte mir vor Furcht und Hoffnung zitternd und so stiegen sie beide miteinander in den Saal und schritten über die Schwelle hier setzte sich Penelope ohne ein Wort zu reden im Glanze des Herdfeuers dem Odysseus gegenüber er selbst saß an der Säule mit gesenkten Augen und wartete auf ihr Wort aber Staunen und Zweifel machten die Königin stumm bald glaubte sie sein Angesicht zu erkennen bald deuchte sie wieder fremd und ihre Augen ruhten nur auf den Lumpen des Bettlers endlich trat Telemach zur Mutter und sprach halb lächelnd halb scheltend böse Mutter wie kannst du so unempfindlich bleiben setze dich doch zum Vater forsche frage welches andere Weib wenn ihr Gatte nach so viel Jammer im zwanzigsten Jahre heimkehrt würde sich so gebärden hast du denn allein statt des Herzens einen Stein im Busen ach lieber Sohn erwiderte Penelope ich bin in Staunen ich kann ihn nicht anreden ich kann ihn nicht fragen ich kann ihm nicht gerade ins Angesicht schauen und doch ist er es wirklich er ist mein Odysseus er ist zurückgekommen in sein Haus doch werden wir einander schon erkennen und viel sicherer denn wir haben geheime Zeichen die niemand sonst bekannt sind da wandte sich Odysseus mit sanftem Lächeln an seinen Sohn und sprach laßt die Mutter immerhin mich versuchen sie verachtet mich weil ich in sogar hässliche Lumpen gehüllt bin nun wir wollen sehen wie wir sie überzeugen jetzt jetzt aber tut ein anderes not wer auch nur einen einzigen Mann aus dem Volke getötet hat der flieht Haus und Heimat auch wenn jener nur wenige Rächer hinterlässt wir aber haben die Stützen des Landes die edelsten Jünglinge der Insel und der Nachbarschaft erschlagen was tun wir Vater sagte Telemach da musst du allein sorgen du giltst in aller Welt für den klügsten Ratgeber so will ich euch denn sagen erwiderte Odysseus was ich für das klügste halte du die Hirten alles was im Hause ist ihr nehmt vor allen Dingen ein Bad und schmückt euch aufs aller beste auch die Mägde kleiden sich in ihre besten Gewande der Sänger aber nimmt die Harfe zur Hand und spielt uns allen einen Reihentanz auf wer dann über die Straße geht wer in der Nähe wohnt meint nicht anders als das Fest daure noch fort im Hause und so verbreitet sich wohl das Gerücht von der Ermordung der Freier nicht eher in der Stadt als bis wir unsere Besitzungen auf dem Lande erreicht haben dann wird uns ein Gott eingeben was weiter zu tun ist bald ertönte das ganze Haus von Harfenspiel Gesang und Tanz auf der Straße sammelten sich die Einwohner und sprachen zueinander nun ist kein Zweifel Penelope hat sich wieder verheiratet und im Palast wird das Vermählungsfest gefeiert die böse Frau konnte sie nicht erwarten bis der Gemahl ihrer Jugend zurückgekehrt wäre endlich gegen Abend verlief sich das Volk Odysseus hatte sich in dieser Zeit gebadet und gesalbt Athene aber goss ihm jetzt wieder Anmut um das Haupt sein dunkles Haar umringelte in vollem Wuchse den Scheitel und einem unsterblichen Gleichstiege aus der Badewanne so trat er in den Saal und setzte sich wieder in seinen Thronsessel der Gemahlin gegenüber seltsame Frau sprach er die Götter haben dir doch ein fühlloses Herz verliehen kein anderes Weib wird so hartnäckig ihren Gatten verleugnen wenn er im zwanzigsten Jahre nach so viel Trübsal heimkehrt so wende ich mich denn an dich Euricleer Mütterchen dass du mir irgendwo mein Herz in der Brust unbegreiflicher Mann sprach jetzt Penelope nicht stolz nicht Verachtung kein ähnliches Gefühl hält mich von dir zurück ich weiß noch recht gut wie du aussahst als du Ithaka zu Schiffe verließ ist wohl denn Euricleer bereite ihm das Lager außerhalb des Schlaf Gemachs richte es wohl zu mit Fliesen Mänteln und Teppichen so versuchte Penelope ihren Gemahl Odysseus aber blickte unwillig auf und sprach das war ein kränkendes Wort Frau meine Bettstelle vermag kein Sterblicher zu verrücken und wenn er alle Jugendkräfte anstrengte ich selbst habe mir die Lade gezimmert und es ist ein großes Geheimnis daran mitten auf dem Platze wo wir den Palast anlegten stand im blühendsten Saft ein schattiger Olivenbaum da ließ ich die Wohnung so anlegen daß derselbe innerhalb des Schlafgemaches zu stehen kam als nun die Kammer schön aus Steinen erbaut und die Decke von Holz zierlich gebohnt war kappte ich die Krone des Ölbaumes ab den Stamm fing ich von der Wurzeln aus zu behauen und zu glätten so bildete ich scharf nach der Richtschnur den Fuß des Bettes Elfenbein durchwirkt und von starker Stierhaut Riemen darin für die Betten ausgespannt dies ist unser Lager Penelope ob es doch steht weiß ich nicht wer es aber anders gestellt hat der mußte den Ölbaum von seiner Wurzel trennen die Knie zitterten der Königin als sie das Zeichen erkannte weinend erhob sie sich vom Stuhle lief auf ihren Gatten zu um Schlang ihm den Hals mit offenen Armen küßte sein Haupt und küßte es wieder und begann Odysseus du bist ja immer so gut so voll verstandes gewesen zürne mir nicht die ewigen Götter haben Leid über uns verhängt weil es ihnen zu selig deuchte wenn wir unser junges Leben in Eintracht miteinander verbringen und auf sanftem Wege dem Alter nahen sollten du mußt mir nicht Gram sein wenn ich dich nicht auf der Stelle zärtlich willkommen geheißen habe mein armes Herz war ein beständiger Angst es möchte mich irgendein schlauer Betrüger täuschen jetzt nachdem du mir genannt hast was kein sterblicher außer dir und mir und unserer alten Pförtnerin Aktoris die mir aus dem väterlichen Hause hierher gefolgt ist wußte jetzt ist mein hartes Herz besiegt und überzeugt die halbe nacht verging den gatten unter gegenseitiger erzählung des unendlichen elendes das sie beide in den zwanzig verflossenen jahren erduldet und der königin kam kein schlaf in die augen lieder bis ihr gemahl von allen seinen irrfahrten ihr den ausführlichsten bericht abgestattet hatte endlich begab sich alles im palaste zur erwünschten Ruhe und suchte erholung von den erschütternden begebenheiten des tages odysseus und laertes am anderen morgen hatte sich odysseus in aller frühe reise fertig gemacht liebes weib sprach zu benelope wir beide haben bisher den becher des leidens bis zur neige gelehrt du mein ausbleiben beweinend ich durch zeus und andere götter von der heimkehr ins vaterland abgehalten jetzt nachdem wir beide wieder vereinigt sind unsere herrschaft unser besitz uns wieder gesichert ist sorge du für alles gut das mir im palaste noch geblieben ist ich selbst aber will mich jetzt auf das land gut hinaus begeben wo mein alter guter vater mich schon so lange betrauert ich rate dir aber da das Gerücht von der ermordung der Freier sich doch allmählich in der Stadt verbreiten muß daß du mit deinen dienerinnen dich in die frauen gemächer zurück ziehst und niemand gelegenheit gebest dich zu schauen und zu befragen so sprach Odysseus warf sich sein schwert um die schulter und weckte nun auch seinen sohn telemach und die beiden hirten die sofort alle drei auf seinen befehl gleichfalls die waffen ergriffen und mit dem ersten frühlichte den helden an der spitze durch die Stadt eilten ihre beschirmerin aber pallas athene hüllte die wandelnden in einen dichten nebel so dass kein wohlgeordneten meyerhof des kreisen laertes erreicht es war eines der ersten güter das der vater des odysseus zum ererbten an sich gebracht hatte in der mitte des hofes lag von wirtschaftsgebäuden umringt das wohnhaus hier aßen und schliefen die knechte die ihm das feld bestellten eben da selbst wohnte auch eine alte Sizilierin die auf dem einsamen landgute den alten mann mit größter sorgfalt pflegte als sie nun vor der wohnung standen sprach er zum sohn und zu den hirten betretet ihr einstweilen das haus und schlachtet ein auserlesenes mast must schwein für unser mittags mal ich selbst will aufs feld hinaus gehen wo der gute vater ohne zweifel bei der arbeit ist und ihn auf die probe stellen ob er mich wohl noch erkennt es wird nicht lange wehren so kehre ich mit ihm zurück und wir feiern dann zusammen das fröhliche mal odysseus reichte seinen genossen schwert und speer und diese wandten sich vergebens sah er sich hier nach dem oberknechte dolios dessen söhnen und den übrigen knechten um sie waren alle ins feld hinaus gegangen um dornsträucher zu suchen und damit die ein friedung um die baumpflanzung herzustellen als der könig in dieser letzten vater selbst zwischen den schönen reihengängen seiner bäume stehend wie er eben beschäftigt war ein kleines bäumchen um zu graben der greis sah einem alten knechte nicht unähnlich er hatte einen groben schmutzigen an vielen stellen geflickten leibrock an um die beine trug ein paar alte fälle von ochsenleder um sich damit gegen die dornen zu schützen an den händen handschuhe auf dem kopf eine mütze von geißfell als odysseus seinen vater in diesem elenden aufzuge erblickte gebeugt vom alter die spuren des tiefsten kummers auf dem gesichte mußte sich der held vor schmerz an den stamm eines birnbaums lehnen und weinte bitterlich am liebsten hätte er den vater unter küssen umarmt und ihm auf einmal gesagt daß er sein sohn sei und endlich ins land der väter zurückgekehrt doch konnte er der versuchung nicht widerstehen auch den vater auszuforschen und mit leisem tadel sein herz auf die probe zu stellen so trat er denn während der greis mit gebücktem haupte eifrig die erde um den jungen baumspross auflockerte diesem näher und begann also greis du scheinst dich recht gut auf den gartenbau zu verstehen reben oliven feigen birren und apfel bäume alles sind aufs beste gepflegt auch den blumen und gemüse beten fehlt es nirgends einer nötigen sorge aber an einem fehlt es dir doch und nimm es mir nicht übel dass ich dir ehrlich sage du selbst scheinst nicht gehörig gepflegt zu werden alter dass du in solchem schmutz unserer hässlicher kleidung einher gehst von deinem herren ist das nicht wohl getan auch scheint mir deine eigene trägheit nicht an dieser behandlung schuld zu sein betrachtet man ein mann wie du verdient es gebadet und wohl gespeist auszuruhen wie man es den alten gönnen mag so sage mir doch wer ist dein herr und für wen bestellst du diesen garten und ist dieses land wirklich ithaka wie mir ein mann dem ich eben begegnete gesagt hat es war übrigens ein unfreundlicher mensch er antwortete mir nicht einmal als ich ihn fragte ob der gastfreund noch lebe den ich hier besuchen will in meiner heimat habe ich nämlich vor langer zeit einen mann beherbergt es ist noch nie ein lieberer gast über meine schwelle gekommen dieser stammte von ithaka und erzählte mir dass er ein sohn des königs laertes sei ich bewirtete den werten freund aufs allerbeste und reichte ihm ein stattliches ehrengeschenk als er von mir schied sieben talente des feinsten goldes einen silbernen krug mit den schönsten blumen gewinnten vom selben metall zwölf teppiche ebenso viele laibröcke und mäntel und vier schmucke kunstbegabte mägde die er sich selbst auslesen durfte so fabelte der erfindungsreiche odysseus sein vater aber hatte bei dieser nachricht das haupt vom boden aufgerichtet tränen waren ihm in die augen getreten und er sprach freilich guter fremdling bist du in das land gekommen nach welchem du fragst aber es wohnen mutwillige frevelhafte menschen darin die du mit allen deinen geschenken nicht zu ersättigen vermöchtest der mann welchen du suchst ist nicht mehr da hättest du ihn noch lebend auf ithaka getroffen oh wie reichlich hätte er deine schönen geschenke dir vergolten aber sage mir wie lange ist es her daß dein unglücklicher gastfreund mein sohn dich besucht hat denn er ist es gewesen mein armer sohn der jetzt vielleicht irgendwo im tiefen meeresgrunde liegt oder dessen fleisch die wilden tiere und die raubvögel verzehrt haben nicht die eltern haben ihm das totenhemde angezogen nicht seine edle gattin benelope hat schluchzend am bette des gatten geweint und ihm die augen zugedrückt aber wer und woher bist denn du wo ist dein schiff wo sind deine genossen oder kamst du auf einem gedungenen fahrzeug als reisender und bist allein an unserem ufer ausgestiegen ich will dir nichts vorenthalten edler greis antwortet odysseus ich bin eperitos der sohn des afeidas aus alibas ein sturm hat mein schiff nicht ferne von der stadt vor anker liegt fünf jahre sind's daß dein sohn odysseus meine heimat verlassen hat er ging fröhlichen mutes und glücksvögel begleiteten ihn wir gedachten uns noch oft als gastfreunde zu sehen und uns gegenseitig schöne gaben zu verehren dem alten laertes wurde es nacht vor den augen mit beiden Händen langte er nach der schwarzen zu jammern an jetzt walte dem sohn das herz über der atem wollte ihm die brust zersprengen er stürzte auf seinen vater zu um schlang ihn unter küssen und rief ich selbst bin es vater ich selbst nach welchem du fragst im zwanzigsten jahre bin ich in die heimat zurück gekommen trockne deine tränen gib allem jammer abschied denn ich staunend blickte ihn laertes an und rief endlich laut aus wenn du wirklich odysseus wenn du mein heimgekehrter sohn bist so gib mir ein unzweifelhaftes zeichen auf das ich glaube vor allen dingen erwiderte odysseus sieh hier die narbe lieber vater die von der wunde des ebers auf jener jagd her rührt als ihr mich selbst du und die mutter zu ihrem guten alten vater autolikos bei ihm abholen sollte aber du sollst noch ein zweites zeichen haben ich will dir die bäume zeigen die du mir einst geschenkt hast denn als ich noch ein kleines kind war und dich in den garten begleitete da gingen wir zwischen den reihen umher und du zeigst es und benannt es mir die verschiedenen gattungen 13 birnbäume hast du mir prächtiger trauben stehen müssen der greis konnte nicht mehr zweifeln er sank am herzen seines sohnes in ohnmacht dieser hielt ihn aufrecht in den nervigen armen endlich als sein bewusstsein zurückgekehrt war rief er mit lauter stimme zeus und ihr götter alle ja ihr lebet noch sonst wären die freier nicht bestraft worden aber jetzt ängstigt mich eine neue sorge um dich mein sohn die dich verweist die stadt die ganze nachbarschaft wird sich gegen dich erheben sei guten mutes lieber vater sprach odysseus und lass dich das jetzt nicht bekümmern folge mir zu deinem wohnhause dort harren schon dein enkel telemach der rinderhirt und der sauhirt und haben uns das morgen essen bereitet so gingen sie beide zusammen in das landhaus wo sie den telemach und hirten schon mit zerlegung des fleisches beschäftigt fanden und der rote festwein eingeschenkt in den pokalen perlte noch vor dem schmause wurde laertes auf veranstaltung seiner treuen alten dienerin gebadet und gesalbt und legte zum ersten male nach langen jahren wieder sein schönes fürstliches gewand an während er sich damit bekleidete nahte sich ihm unsichtbar die göttin Pallas Athene zu den andern eintrat blickte sein sohn odysseus verwundert an ihm empor und sprach vater sicherlich hat einer der unsterblichen götter dir gestalt und wuchs verherrlicht ja bei allen göttern sagte laertes hätte ich wie ich mich heute verjüngt und kräftig fühle gestern bei dir im saale gestanden und an deiner seite gekämpft für war es wäre mancher freier sterben vor mir ins knie gesunken so wechselten sie miteinander freudige gespräche und setzten sich endlich alle ums mal aufruhr in der stadt durch athene gestillt in der stadt ithaka eilte inzwischen das gerücht durch alle straßen und verkündigte das grausame verhängnis das die freie getroffen hatte von allen seiten her drängten sich jetzt die blutsverwandten der gefallenen nach dem palaste des odysseus wo sie an einer abgelegenen und abgesonderten stelle des hofes die leichname der ihrigen aufgeschichtet fanden unter lauten wehklagen darein sich drohungen mischten trugen sie die toten ein jeder den seinigen hinaus und bestatteten sie die aber aus anderen städten und insel waren wurden auf schnellen fischerkähnen in ihre heimat gesendet dann versammelten sich die väter brüder und volksversammlung trat eupaites auf dies war der vater des antinoos des jugendlichsten und trotzigsten freiers des ersten der von odysseus pfeile gefallen war der vater war ein mächtiger hoch angesehener noch rüstiger mann dem unheilbarer schmerz um den tod seines sohnes an der seele nagte dieser vergoss tränen vor dem volke und sprach freunde gedenket an das mannigfaltige unglück über ithaka und die nachbarstädte gebracht hat vor zwanzig jahren entführt er uns so viele und so tapfere männer auf seinen schiffen verlor die schiffe verlor die genossen endlich allein wieder heimgekehrt hat er die edelsten jünglinge unseres volksstamms erschlagen auf denn ehe sich der verbrecher hinüber auf die pelopsinsel nach pylos oder elis rettet folget ihm nach ergreifet ihn wir könnten sonst vor schmach die augen nicht wieder aufschlagen ja für unsere spätesten geschlechter wäre es noch eine schande wenn wir ihre ahnen die mörder unserer leiblichen söhne und brüder nicht bestraft hätten ich wenigstens könnte nicht mehr mit gutem gewissen leben über ein kurzes so zöge der schatten des sohnes mich zu sich hinab darum ihnen nach wenn ihr Männer seid greifen wir Vater und herrscher und machte sich mit ihr auf den Tod seines Sohnes und der anderen Freier zu rächen sobald Pallas Athene vom Olymp herab den Auszug dieses Haufens gewahr wurde trat sie vor ihren Vater Zeus und sprach Herr der Götter eröffne mir mit welchem Rate deine Weisheit sich trägt willst du die ruhigen Einwohner Ithakas durch Krieg und Zwietracht züchtigen oder gedenkst du den Streit beider Parteien im Frieden beizulegen Was willst du schon beschlossenes erforschen Tochter antwortete Zeus hast du nicht selbst mit meinem Willen den Beschluss gefasst und vollzogen dass Odysseus endlich als ein Rächer in seine Heimat zurückkehre nachdem dir dieses gewährt worden ist so tue auch ferner was dir gefällt willst du aber mein Gut dünken wissen so ist heiliger Bund beschworen und er sei und bleibe ihr König für immer uns aber laß dafür sorgen daß aus dem Geist aller Beteiligten die Ermordung ihrer Söhne und ihrer Brüder vertilgt werde gegenseitige Liebe soll unter allen herrschen wie zuvor Einigkeit und Wohlstand sollen unerschüttert bleiben diese Entscheidung war der Göttin hochwillkommen sie verließ das Felsenhaupt des Olymp durchflog die Luft und ließ sich auf der Insel Ithaca nieder Der Sieg des Odysseus Auf dem Landgute des Laertes war das Mal vorüber sie saßen noch um den Tisch gelagert als der Held nachdenklich zu seinen Freunden sprach wir deucht unsere Gegner werden in der Stadt auch nicht gefeiert haben und es dürfte nicht überflüssig sein wenn einer aus dem Hause sich aufmachte die Straße auszukundschaften Auf der Stelle stand einer von den Söhnen des Dolios auf und ging dem Worte gehorsam über die Schwelle des Hauses Er brauchte sich nicht weiter von der Wohnung zu entfernen denn er sah einen gewaltigen Heerhaufen in vollem Anmarsche begriffen Erschrocken kehrte er zu den versammelten Freunden in den Saal des Hauses zurück und rief Sie kommen Odysseus Sie kommen Sie sind ganz in der Nähe Werft euch eilig in die Rüstungen Da fuhren die Tafelnden vom Tische auf und hüllten sich augenblicklich in ihre Waffen Es waren Odysseus sein Sohn und die Hirten zu vieren Dann sechs Söhne des Dolios endlich so grauköpfig sie waren Dolios und Laertes selbst Auch sie hatten sich gerüstet und gegürtet Odysseus stellte sich freien als sich in Mentors Gestalt der gewaltigste Bundesgenosse zu ihnen gesellte die erhabene Göttin Pallas Athene Dieser Anblick erfüllte den Helden Odysseus der sie auf der Stelle erkannte mit der freudigsten Hoffnung Telemach sprach er zu seinem Sohn erfülle jetzt die Erwartungen die dein Vater von dir hegt zeige dich in der Schlacht da wo die tapfersten Männer fechten Kannst du nach der Schlacht mit den Freiern an meiner Kampffluß doch zweifeln Vater erwiderte Telemach du wirst sehen daß ich deinen Stamm nicht schände solcher Worte freute sich Laertes der Vater und Großvater welch ein Tag ist dies ihr Götter rief er wie froh lockt mein Herz einen Wettkampf der Tapferkeit beginnen ihrer drei Vater Sohn und Enkel da nahte Pallas Athene dem Greis und flüsterte ihm ins Ohr Sohn des Akrisios mir lieb von allen deinen Streitgenossen richte dein Gebet an Zeus und die Zeus Tochter dann wage einen kühnen Lanzenschwung so sprach Athene und erfüllte die Brust des Alten mit Mut er flehte zu Zeus und Athene und sandte die Lanze ab der Wurf des Laertes fehlte nicht er traf das Helmvisier des feindlichen Anführers Eupaites und dieses vermochte den kräftig geschwungenen Speer nicht zu hemmen er durchbohrte die Wange des Feindes und der Vater des Antinors rasselte mit seinen Waffen tot in den Staub Odysseus aber und Telemach und alle ihre Genossen wüteten im Vorderkampf mit Schwert und Lanze und sie hätten alle Feinde vertilgt und keiner hätte die Heimat wieder geschaut wenn nicht plötzlich Pallas Athene ihre Götterstimme hätte ertönen lassen und ihr lauter Zuruf alle Streiter mitten im Kampfe gehemmt hätte lasst ab ihr Itaker lasst ab rief sie vom unseligen Kriege schonet Menschenblut und trennet euch entsetzen ergriff die herangekommenen bei diesem Donnerlaute die Waffen fielen den erschrockenen aus der Hand und rollten auf die Erde wie vom Sturmwind umgewendet drehten sich die Feinde und Flohen der Stadt zu nur darauf bedacht ihr Leben zu retten Odysseus und die Seinigen aber waren beim Rufe der Bundesgenossin nicht erschrocken hoch schwangen sie die Lanzen und Schwerter und Odysseus flog an der Spitze der Verfolgenden fürchterlich schreiend vorwärts wie ein Adler der einem Raube zustürzt vor ihnen allen her aber zog wie ein Gewitterflug Athene noch immer in Mentors Gestalt doch des Zeus Befehl sollte erfüllt und der Friede nicht länger gestört werden sein Blitz schlug vor der Göttin in den Boden und die Unsterbliche Selbst bebte vor dem Strahle zurück Sohn des Laertes sprach sie zu Odysseus rückwärts gewendet jetzt lass ab vom Kampfe bezähme dein Herz du möchtest dem allmächtigen Donnerer missfallen mit williger Seele gehorchten Odysseus und seine Schar und Athene zog mit ihnen allen in die Stadt zurück und auf den Marktplatz von Ithaka Herolde wurden ausgesendet und alles Volk zur Versammlung entboten und nun erfüllte sich des Zeus Versprechen aus allen Herzen war der Groll gewichen an Gestalt und Stimme Mentoren ähnlich erneuerte Pallas Athene selbst zwischen Odysseus und den Häuptern der Stadt und Gegend den Bund des ewigen Land Friedens und diese huldigten mit dem gesamten Volke dem Helden als ihrem König und Schutz Herrn jubelnde Scharen begleiteten ihn nach dem Palaste zurück aus welchen ihm Penelope zu welcher der Ruf des Sieges und des Friedens gedrungen war mit allen ihren Dienerinnen bekränzt und festlich geschmückt entgegentrat Lange glückliche Jahre verlebte das wiedervereinigte Gattenpaar Erst in später Zeit erfüllte sich an Odysseus was ihm einst Theresias in der Unterwelt von seinen letzten Schicksalen geweissagt hatte Schicksal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.